freigeist freischnauze freigeist freischnauze mit tom honaus und frank stoner jetzt geht's los einen schönen guten abend liebe hörer mittwochabend und wir haben wieder talk radio zeit für freigeist freischnauze hier auf radio emergency und im live stream auf youtube von tom honaus schönen guten abend tommy sieht es bei dir aus ich bin stark ich höffmann ich höff ich höffe man hört mich du hörst mich hoffentlich und die zuhörer draußen auch also ich kann dich super hören und tom wir sind ja hier wir sind ja fast pünktlich heute abend fast nur vier minuten drüber vier minuten drüber naja und ich meine auf radio emergency sind wir schon seit drei minuten haben wir schon musik gehört also ich im grunde so gut wie pünktlich wir werden letzte woche letzte woche das hat es nicht geklappt das war bestimmt echt ein harter abend für dich was war denn los jetzt mal in deinen worten was ist denn passiert ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden nein es ist wir haben wir haben alles nein es war ich echt mühsam also wir haben dg und ich wir haben ein tag davor mal alles gecheckt hat eigentlich alles super funktioniert und dann um 15 uhr letzten mittwoch kann man darauf na es funktioniert doch irgendwas nicht so wie soll und hat uns dann insgesamt sind wir wirklich 15 stunden straight durchsessen und haben da um verkabelt und so weiter und so weiter im endeffekt ist das problem das windows 10 ich musste das 10 upgraden weil ich so eine neue pk webcam habe eine neue die geht eben nur mit windows 10 musste ich mir auf die windows 10 upgraden obwohl ich das betriebssystem sowieso nicht leiden kann sei es dumm und der soundkartentreiber von windows 10 verhält sich sehr abnormal und mal funktioniert mal funktioniert es nicht und wir sind dann im endeffekt drauf gekommen wir haben jetzt eine russische umgehungslösung mit einem zweiten mischpult und ich habe keine ahnung dg hat gesagt steckt das dort an macht das dort und es funktioniert jetzt also danke an tebe ja das ist das das war schon heftiges ding irgendwie aber danke an euch übrigens danke an euch dass die sendung überhaupt gemacht habt weil ich wusste wirklich ich war so piste nach ich ich scheiße auf das ganze warum tue ich mir das überhaupt dann es funktioniert eh nie aber ihr habt es super hingefogen und auch gut das feedback danke danke an elie und das team und alle die im hintergrund sind genau das wollte ich mir auch gerade sagen so hätte wir haben ja echt ein starkes backup team tom und also die sind dann echt eingestiegen hier und haben ohne vorbereitungen live damit mir vier stunden sendung gemacht und hier es war ja eins von den themen ich weiß nicht ob das ganze dann angehört hast aber eins von den themen über die wir gesprochen haben war ja auch so so die frage wie weit es über das internet ist eigentlich möglich politisch unangenehmen leuten oder vielleicht auch eben alternativen medien den irgendwelche welche sagen so immer stöcke zwischen die speichen zu stecken also so so deren deren reibungslosen ablauf im internet zu zu manipulieren aber so ein bisschen spekuliert auch das ist auch so ein paar neuer thema aber aber jetzt in deinem fall dass das würdest du jetzt nicht so sehen sondern es war wirklich diese komische umstellung auf windows 10 und dann wir haben recherchiert also es haben mehrere leute dieses problem und das problem ist dass ich halt eine soundcard benötige die die einzelnen audiosignale quasi über eine eigene kanäle wiedergeben kann dass ich so hin und her zwischen musik und pro und es gibt das sage ich mal im mittleren bis niedrigeren bereich gibt es nur ein zwei lösungen die schon 300 euro knapp kosten alles darüber ist schon über über 800.000 euro und so und das das rettet sich halt im moment nicht bei diesem günstigeren equipment gibt es halt Fehler gerade mit neuen betriebssystemen ich habe reingehört was ihr gesprochen habt von wegen wo der atom jetzt gehackt ist irgendwas passiert was glaubt ihr aber ich kann die leute beruhigen da passiert nichts wobei ich grundsätzlich schon denke dass da manche nicht das bewusst jetzt irgendwas im hintergrund sitzt aber manchmal manchmal wollen manche sachen einfach nicht das da spuckt irgendwie alles rein so wie mr smith versucht die matrix zu manipulieren man darf sich da nicht irgendwie runterkommen lassen weil entweder ich rege mich drüber auf nach wie vor noch eine woche drum oder ich lasse das ganze einfach fließen was soll nicht sein und dann ich selber habe als 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 laie ist bei diesen wirklich technischen dingen so weißt du ich gehe da mal mit so einer mit so einer psychedänischen kindereinstellung rein und denke mir das ist der elektroloch weißt du den muss man irgendwie beruhigen elektroloch ja kennst du den elektroloch das ist so ein so ein so ein so ein song von einer deutschen krautrockband von guru guru das sind 70er der elektroloch also so ein bisschen lsd mäßig und so und ja so gehe ich auch mal ran also weißt du das ganze system lebt elektronisch elektra das ist was eine mystische kraft da und mit der muss man sich irgendwie ja manchmal manchmal zickt sie halt rum weißt du der elektroloch ist manchmal zickig und da muss man gucken dass mich nie mehr besänftigter es ist generell so die ich habe mir schon oft die frage gestellt zur elektrizität was ist es wirklich also was ist es ist es intelligent oder nicht oder das frage ist berechtigt also auch so die die technologie das ist ja alles so so fremdartig irgendwie kommt ja nicht vor das hat ja wenig mit der natur zu tun also du hast ja nirgendwo was wo wirklich so sag ich mal die die natur in harmonie geht mit mit der elektronik oder mit der technik oder so ist ja immer so was separat ist das ist auf jeden fall interessant ich meine auch so das wort elektra das ist schon wieder altgriechisch aber die haben jetzt nicht so einen strom gab wie wir oder was heißt das elektro auf griechisch weißt du die übersetzung auswendig haben ja das ist ein begriff auch aus der aus der mythologie aber boah da bin ich jetzt nicht zu tief rein das wäre übrigens echt mal mal ein interessantes thema tom und wir wollten ja eh auch auch irgendwann mal ich weiß gar nicht irgendwann mal mehr über diese elektromagnetik über dieses elektromagnetische universum sprechen und vielleicht könnte man da auch auch die dinge da ein bisschen genauer recherchieren heute aber aber erst mal was anderes vor naja zunächst mal zunächst mal wollte ich hier so so von meiner woche berichten ich bin ja erst gestern zu sehr später stunde nach hause gekommen ich war zwei tage unterwegs mit den kollegen vom kulturstudium und so richtig cool ok was macht wo war sie zuerst waren wir nördlich von berlin also zusammen mit boris und michael vom kulturstudium haben uns getroffen und haben dann die die angelika weiz besucht gelie weiz das ist eine sängerin schon zu ddr zeiten war die schon war schon professionelle musikerin und so jazz und blues singt die hat echt richtig cool und sie haben wir habt nicht davor ist dann michael die silvester sendung mit luther ja genau ganz genau 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 ganz genau die die gelie und da hat sie uns ja dann schon weil sie auch so gefallen hat mit uns so zu plaudern und da hat sie uns dann hat dann auch schon eingeladen wir noch einmal zu ihr kommen und das haben wir jetzt hier gemacht vorgestern und sind wir da dahin und sie wohnt ja sie wohnt ja in einem schloss weißt du okay also wirklich ist okay ich meine die hat jetzt die hat es auch nicht so dicke die sitzt keinen rock'n'roll superstar oder so weißt du aber die hat halt sie ist eine künstlerin das ist genau das richtige ambiente für sie weißt du sie hat ja zwei zwei zimmer glaube ich in diesem schloss gemietet da sind so durch also da wohnen mehrere leute das ist so vier wohnmietparteien glaube ich aber richtig cool so ein altes preußisches landschlösschen und es war einfach einfach großartiges wetter war auch so toll dann kommt man also im schlosspark haben dann gedreht und so auf der terrasse und so also großartig und was hat sich macht na ja wir haben bei also mit ihr so einen kleinen talk gemacht er so aber aktuelle dinge und wie sich die die dinge so entwickeln und auch so aus sicht von 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 ihr als künstlerin und so weiter über das thema wo man auch noch viel mehr sprechen könnte das ist es ist immer so es sind so viele coole themen die es gibt wenn man so ein bisschen das nur mal so berührt so welches verhältnis hat eigentlich kunst und freiheit miteinander weißt du da kannst du auch richtig tief reingehen weißt du also und damit meine ich nicht nur 20 sondern richtig tief rein wie war das im mittelalter war und was ist dann in der renaissance passiert also auf einmal man nicht mehr also mittelalter muss der kunst grundsätzlich dem dem der der kirche dienen alle kunst war kirchenkunst das ist dann so die die ersten künstler eben eben aufgeweckt von dem was sie aus der antike wieder gesehen haben weil wir angefangen haben auch mal kunst zu machen die jetzt nicht mehr irgendeine bibelszene darstellt sondern einfach mal ja eine antike göttinnen antike szenen oder einfach nur den menschen letzten endes also auch 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 den den menschlichen körper einfach zeigen so diese sagen aufkommende humanismus ist halt der mensch wichtig geworden ist und so weiter super interessant das thema naja aber aber es führt führt jetzt weit weg naja da waren wir eben auf diesem schlösschen mich hat das echt ein bisschen erinnert tom kennst du bist du bei tim und struppi bist du da mit vertraut so mit den comics ich kenne sie also ich weiß wer es jetzt ist aber so wirklich gesehen das war vor meiner zeit auf die sache ich kann mich erinnern das hat es noch gespielt aber ich habe nur die hefte ich meine nur die die wirklichen hefte also nicht die nicht die verfilmung comic verfilmung ist meistens schwierig finde ich so wirklich die die hefte da gibt es so ich weiß nicht wie viel es gibt 20 folgen oder so 24 tim und struppi okay nein kenne ich nicht aber auf jeden fall gibt es gibt es ein heft das heißt die juwelen der sängerin und das ist wirklich ich war die ganze zeit voll daran erinnert weil weil in dem heft der der kapitän haddock der residiert auch in so einem schloss und die schlösser haben sich wirklich ähnlich gesehen also das schloss wo wir da waren sind es ähnlich ausgesehen wie schloss mühlenhof bei tim und struppi für alle herrscher kenner unter euch und ja dann eben die sängerin ja nun ist jetzt die gelie keine diva was ist halt auch seine was soll man sagen eine grande damme ja die wa klingt so negativ sie ist eine grande damme und wenn du verstehst was ich meine so und deswegen passt die da auch voll hin das ist der ihr platz also das hat sie sich auch verdient also ich finde die gehört richtig hin und so und das war das war ich faszinierend also ein ganz interessanter ausflug naja dann sind wir wir haben dann dort auch übernachtet zu schloss natürlich und sind dann am nächsten tag sind wir dann nach berlin gefahren und haben dann dort in berlin jetzt sage ich es wieder falsch aber es war nicht friedrichshain zwar stefanshagen lichtenhagen glaube ich natürlich berlin lichtenhagen an der grenze zu friedrichshain dort wohnt der der henry oder haben wir den henry besucht wer ist henry das ist genau die frage die jetzt zu stellen gilt wer ist henry war jemand der der hat mal bei bei dem bei dem zwischen format vom kulturstudio wo leute einfach einrufen was er was zu erzählen da hat er mal vor ein paar wochen und das war schon mord da hat er mal angerufen und hat dann ganz erstaunliche dinge erzählt rund um das thema templer tempelritter tempelorten und auch zum thema untersberg und die verbindung dazu einander und und er hat da beschrieben oder hat erzählt dass er da ein ein code entschlüsselt hat in schriften von nostradamus in den zenturien okay und das ist richtig krass also ich meine und dann danach hat er auch ein paar mal so auf youtube auch bei bei sachen die 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 ich gemacht habe so kommentiert weil ich beschäftige mich auch mit der wurde spreche auch gerne dieses thema so und da ist halt dann echt das ist echt interessanter stuff den er da am start hat der der henry und da gerade das mit den codes das hat mich halt echt so so gleich voll getroffen weil ich habe auch erst das nicht so lange her noch mal intensiver diese oak island geschichte recherchiert und da geht es auch darum dass das codes hinterlegt wurden in europäischer literatur und zwar in großer literatur wir reden ja von von in shakespeare werken wir reden von rosenkreuzer schriften und so weiter und da wurden auch codes hinterlegt das haben so norweger ausgefunden und und in diesen codes die deuten halt auf oak island also das sind echt richtig richtig krasse dinge so ein großes thema und jetzt hat dieser henry hat ihm gemeint oder oder sagt halt er hat solche codes entdeckt in den in den zenturien von von nostradamus okay was heißt der zenturien sind das die schriften oder was ist zenturien ja so heißen diese schriften die die von nostradamus da sind wo alle welter meint das sind so so verhersagen so prophezeiung aber henry und ich bin auch echt bei ihm bei diesen gedanken das gefällt mir echt gut so jetzt wirklich genau wissen ich habe jetzt das material auch nicht alles im detail angeschaut und so weiter aber aber henry ist kein kein bullshit redner das hast du schnell gemerkt so der hat echt ahnung von dem thema der arbeitete auch schon lange dran 15 20 jahre und so und das das mit diesen mit diesen codes er hat gemeint dass das letzten endes diese zenturien nicht nicht wirklich so prophezeiungen sind sondern es ist nur eine tarnung und in wirklichkeit geht es darum halt diese diese codes rauszuhauen aber steht drin jetzt im endeffekt ja genau diese oder was deuten halt diese codes deuten eben hin auf mindestens zwei orte also er spricht von mehreren orten aber zwei kann er kann er verstehen oder dekodieren diese codes deuten auf zwei orte auf der welt und der eine ort ist wieder oak island und der andere ort ist der untersberg und das ist halt wirklich krasser krasser shit weißt du eigentlich mein also puh und haben uns halt ja weil uns das fasziniert hat und 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 mich ja eben auch vom kulturstudio haben gesagt menschen mit dem mit dem henry müssen wir ein bisschen mehr reden und ja dann dann haben wir den haben wir das so zusammengefügt weil wir eh zur gelie wollten und dann hey dann sind wir schon gleich bei berlin fahren wir nach berlin und besuchen henry total cool henry ist wieder wieder ganz anders also ganz anderen lifestyle also der wohnt in so einem in so einem hochhaus ist so halt sozialer wohnungsbau ganz einfache wohnung hochhaus der stock oder sowas das ist weil das ist auch krass weißt du dieser kontrast und zuerst auf diesem schloss und dann und dann aber in die in die stadt rein und zwar halt beides war auf seine art einfach saugut wir haben dann bei henry haben wir dann im in der grünen anlage da rund um das hochhaus ist keine spielplatz was tatsächlich aber dann gedreht und also einfach großartig war auch richtig gut zwar war gut mit henry zu reden war faszinierend was er gesagt hat er hat sich gut gefühlt und also es war diese diese spirit gedanke diese diese community gedanke der walter auch so das ist letztens egal ob du in schlösser gehst oder oder in ganz einfache wohnverhältnisse hey wir sind das volk weißt du wir kommen mit den leuten zusammen und das war einfach das war einfach großartig das ist immer ich finde das immer so klasse zu beobachten wie so wer sagt nicht dass jemand im tiefsten plattenbau nicht die lösung zu irgendwelchen problemen sehen kann oder einfallen lassen kann oder dass der alte schriften dekordieren plan die andere wissenschaften nicht hatten der sagt das wenn ich dauernd mit der einstellung durchs leben geht dann klappt jeder der dort wohnt irgendwie oder der halt der sich halt minder fühlt weil er hat das nicht gelernt nicht studiert und so weiter aber es hat jeder in uns jeder wir haben alle dieses dieses potenzial diese dinge zu erreichen man muss nicht gelernt haben das ist einfach nur forschungskraft und und halt betrachtungsgabe oder empathie oder diese dinge ganz genau genau das ist es tom genau das ist das ist das ist ja und das sollte wirklich auch auch unsere 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 einstellung sein gerade als alternative medien weil wir tom du und ich wir wir sprechen ja nicht von oben herab wir sitzen nicht auf der kanzel die uns die kirche gebaut hat wir 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 tragen keinen akademischen grad der uns irgendwie über die masse hebt sondern es geht wirklich darum hier 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 den 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 wie nenne ich es immer die schwarmintelligenz sozusagen mit der zu kommunizieren und und ich meine unser job ist halt weil wir halt gerne reden und so dass wir das halt so nach außen auftragen und halt so weiter reichen das ist halt unser job also wie so ein bindeglied irgendwie aber aber das ist eben genau das was wir auch immer sagen weißt du jetzt ist die zeit wissen zu teilen weil weil die in der der hierarchie die wir haben die die herrschaftskasse sie teilt die mir wissen nicht das ist wirklich von den zentralen themen und reine andere schon genau ja untereinander natürlich schon da also da entstehen dann eben so diese diese logen und geheimniskrämereien aber aber wissenschaft fortschritt über der aktiv verhindert ja und deswegen müssen wir menschen dasselbe uns untereinander machen und das hat einfach so gut getan ehrlich das sind auch die momente wo ich mich echt so freut dass ich so eine arbeit machen kann ganz ehrlich tom es war so schön weil es einfach gepasst hat was war so cool mit dem henry zusammen zu kommen und wirklich dann in die augen zu schauen wir sind zusammen und wie wir hier die dinge teilen und das ist einfach weißt du die die fanny war dann auch noch da fanny auch eine lang die kenne ich sogar noch von ok talk mit der immer viel ja genau die fanny ist cool mit habe ich viele viele abende mal in ok talk verbracht und haben viel gequatscht war noch schon lange her liebe grüße hast du kontakt zu ihr ja habe ich kann ich auf jeden fall weiter reichen muss man die kontakte mal schicken weil sie war dann irgendwie spules verschwunden egal coole sache aber das ist halt wieder wie die verbindungen so sind genau die eine person kenne ich wieder über einen ganz anderen weg und das ist trotzdem wieder der brückenschlag jetzt auch zwischen uns was fanny betrifft das sind diese kombinationen einfach ich fühle dich grinsen ja ich glaube ich habe beide ohrmarscheln gerade aber was du gesagt hast in in wien sagt man immer durchs reden kommend leid zu haben oder halt in wien in österreich das ist so ein sprichwort durchs reden kommende leute zusammen und das ist ja das worum es mir auch hauptsächlich geht zu leute zu animieren dass sie miteinander sprechen dass sie halt ihre gedanken gefühle emotionen ängste träume alles einfach nach raus brüllen in voller in voller in voller selbstbewusstheit und dass das halt dann auf resonanz trifft und du triffst dann einfach leute aus verschiedensten schichten eben die auf der gleichen wellenlänge sind und das ist ganz egal ob der jetzt den anzug an hat oder ob der jetzt irgendwie auf der straße sitzt es es eint uns ja irgendwas und ich finde es total interessant die meisten leeren oder sowas für mich persönlich was mir mitnehmen kann ist ironischerweise von denen die mein verstand komplett bewerten und ausgrenzen wird ich habe moment wo ich da quasi drüber springe und einmal dass das zulass dass solche situationen entstehen ich habe das gemerkt früher mit anzug und krawatte ins büro gefahren und vor allem manager style und so weiter und dann redet dich irgendwer an hast du mal eine zigarette und würdest sagen nein dann macht es egal ich gebe ihm ein und wir kommen zu uns reden und wir hatten echt ein total interessantes gespräch wo ich mir wieder dachte ob siehst es ist diese bewertung und diese ah wir haben es alle in uns weißt wir rennen alle nur mit unseren masken rum und dass diese maske abnehmen offen und ehrlich miteinander reden und keiner will wenn man schlecht ist dann kommen die synergien zusammen und dann entschlüsselt man irgendwelche dinge zusammen oder kommt man auf neue ansätze und lösungen und das ist der grund warum sie versuchen uns da zu trennen was das angeht jeder nur für sich andere arten ausgrenzt anders denkende ausgrenzen aber genau das gehende sollte der fall sein ja wie war der spruch nochmal reden bringt die leidsam oder wir reden bringt und reden bringt die leidsam das könnte man fast so als 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 sub motto nehmen hier für das was wir machen was ist so wahr weißt du genau weil darum geht es ist das letztendlich wirklich worum es geht dieses 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 gefühl für bei uns halt zu wecken so dass wir gemeinsam tatsächlich stärken haben mehr und das sehen wir auch und das ist wirklich ich weiß ich komme jetzt da gerne schwärmen aber so bin ich nun mal wenn ich was was so an feier setze und dann gehe ich das auch voll mit und und das ist einfach cool so ich bin da noch voll aufgeladen von von diesem trip ist auch immer schön so mit boris und micha vom kulturstudio wir sehen es jetzt auch nicht jede woche besser also gibt es noch gar nicht mal zusammen dann auch zusammen dann auch zu feiern oder den namen irgendwie zusammen zu sein das ist einfach gemeinsam in berlin dann ist das hat schon was das war ich richtig richtig stark ich bin immer so an feier also ihr müsst irgendwann mal alle nach nie kommen ich glaube ich mal alle nach denen weil ich habe mich ich wir muss ja alle noch nicht drauf also ihr kennt euch ja alle schon physisch aber red bei euren red emergency treffen oder bei euren event kann ich auch leider nicht das heißt da verpasst ich auch wieder die chance dass wir uns mal noch ausmachen okay machen wir eine live live stream sendung ja das ist das ist wirklich hier bos und mich ja wir haben das halt auch so gefühlt weißt du weil das ist echt gut vibration und eine gute arbeit die da läuft und wir denken uns auch mensch das müsste man noch viel mehr machen müssen wirklich mal mal sich noch mehr zeit nehmen und durchs land fahren zu unseren höheren hin also es ist ja überall so im deutschsprachigen raum gibt es leute die 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 uns gerade wenn du noch kulturstudio mitnimmst du ja noch ein bisschen größere reichweite haben es gibt über leute die uns kennen und wo wir vielleicht auch also die uns wohlwollend gegenüberstehen und wo wir weiter mal unterkommen können für ein zwei tage die wir dann eben vielleicht auch in die sendung mit reinnehmen können um ebenso die diese diese vielfalt die doch doch irgendwo deutschland oder oder die deutschen lande weil es ist deutschland österreich schweiz was ich rede vom selben diese diese vielfalt um uns die so bewusst zu machen dass du die vielfalt an an kulturen die wir haben dass du diese 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 ganzen feinen unterschiede so zwischen dass ich merke das voll der unterschied zwischen zwischen sachsen und berlin ist dessen welten sowas da läufst du rum fast wie im urlaub sogar zum teil hast du wirklich das gefühl bist im ausland warum sich um gestern abend war man auch noch wedding und so das ist echt erstaunlich aber ein bisschen rumfahren und und die vielfalt von von den kulturen und auch die vielfalt von der natur die wir haben also sprich auch kraft orte und uns angucken und und echt zu den leuten hinfahren zu unseren leuten hinfahren weil da draußen so viele die wiederum eine story haben so die wir noch nicht kennen dass wir haben alle so viel zu erzählen deswegen freue ich mich auch schon tierisch jetzt auf auf das große radio emergency treffen ase camp was ja anfang september mein gott sind sie nur zwei wochen oder so was er stattfindet und bord da freue ich mich weil da genau auch diese diese esprit ist tom wie du sagst mit reden bringt mit leidsam das ist echt so ein come together so und micha wird wird nicht kommen können aber aber boris kommt vielleicht mehr kann man bei bros auch immer nicht sagen der ist auch so ein tausendsasser und in zigdingern drin aber er hat auch auf jeden fall lust zu kommen und da habe ich große hoffnung das bohr ist dann auch am starten coole sachen ein liebe grüße an alle wenn du so süß aber ich kenne ich habe das zum ersten mal so quasi diesen kontakt sage ich einmal mit mit menschen die ich halt kennen das du eigentlich nicht kennst oder halt nur durchs internet am grenzwissenschaftskongress in in saarbrücken letztes jahr das war total krass da kommen leute leute auf dich zu die du überhaupt nicht kennst aber haben den selben spirit und du kannst dich an so interessanten diesen menschen austauschen das ist es ist immer wieder faszinierend wie viele gleich fühlende menschen es da draußen gibt die sich eigentlich überhaupt nicht kennen aber irgendwie dann doch wieder weißt du was ich meine es wird die große familie die verstreut ist alle schlafen keiner weiß was jetzt eigentlich familie so bedeutet aber das ist ein gefühl von von zusammengehörigkeit und gegenseitiger empathie ja ganz genau ganz ehrlich Tom bei mir ist das schon schon ganz lange so auch auch durch diesen diesen lifestyle des intensiven reisens den ich mal eine weile hatte da ist es ja so wenn du auf reisen bist du das sind ja ständig leute kommen und gehen in deinem leben du lernst leute kennen und du bist mit manchen vielleicht auch nur zwei tage zusammen oder so aber die die kunst ist dann oder was heißt kunst aber aber angenehm ist halt wenn du wenn du wenn du auch dich dann öffnen kannst dann können zwei tage können total intensiv sein und man kommt sich wirklich super nah und man braucht halt nicht erst mal lange über small talk und weißt du die masken aufhalten so war anfang an hey das bin ich wer bist du und das ist wenn du das so hast und erlebt hast dann ist ja klar du hast viele schwestern und brüder so weißt du vielleicht nicht freunde im sinne die dann mit denen du dann 30 jahre lang irgendwie da kontakt hast aber aber einfach egal wo du hinkommst du triffst immer leute mit denen du ganz schnell sehr sehr offen sein kannst ich habe dieselbe erfahrung gemacht also es ist ich habe viel darüber gedanken gemacht mein roadtrip da nach peru damals es war auch eine lange anreise und ich habe zum ersten mal bin ich komplett alleine gereist und das war schon voll interessant weil du halt permanent fremde triffst du hast keinen ankerpunkt mit dem du redest zu einem freund der mit ist oder freundin oder so oder bekannte du bist halt voll auf dich allein gestellt und ich habe wirklich nur positives feedback bekommen weil ich versucht habe jeden den ich treffe komplett ohne maske zu begegnen einfach nur ich liebevoll auf augenhöhe sehend gleichberechtigt und mit jedem so gesprochen und da ist feedback zurückkommen selbst ich kann mich erinnern ich sitze dort in in ikidos am flughafen und da war die rolltreppe gleich daneben und ich sitze dort und und drin gegen so ein shake und da fährt eine frau die rolltreppe runter eine ältere dame alleine die fährt runter dreht sich auf einmal hoch um zu mir das waren sicher fünf sechs meter schaut mich an grinst und winkt man sagt hallo und die fährt weiter ich drehe mich um und hat jetzt eben den anderen gemeint da war aber niemand die meint mich so what the fuck es ist so wie die matrix irgendwie die dir als als positives feedback was du nach außen gesendet hast in form einer einer wildfremden frau die sich umdreht und einfach mit einem lächeln zugelegt weißt du was ich meine ja genau ja großartig das ist das ist das ist ganz genau jo 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 war denn deine woche so jenseits von dem von dem ganzen stress in den du noch vom letzten mittwoch hattest du ja so technisch wie war es denn bei dir sonst so na wir hatten das am donnerstag recht recht flott am donnerstag war es dann hatten wir das recht flott irgendwie dann gefickt habt und ziemlich ziemlich arbeitsintensiv im moment ich versuche irgendwie die die videorate jetzt hoch zu halten jetzt sollen drei videos in der woche kommen einmal das troms update das sind immer zwei tage also einen tag vorbereitungszeit ein ganzer das zweite tage ist dann aufnehmen und hochladen und so das ist eigentlich arbeit 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 ein interview ist jetzt veröffentlicht worden zwischen claustona und mir ich habe ein claustona vor fast einem halben jahr ist schon getroffen und bin immer noch nicht dazu gekommen dass ich das alles fertig bringe jetzt ist endlich fertig und das video ist endlich online und zwei stunden claustona in real inklusive fotos von sein artefakt und so ja aber da haben wir da eh schon mal drüber geredet glaube ich oder ich bin mir nicht sicher ja haben wir schon aber aber es ist über claustona kann man immer reden faszinierender typ und seine arbeit aber können wir dann später vielleicht also glaubstona interview für die leute die es noch nicht kennen auf jeden fall könnt ihr finden auf meinem youtube-kanal ansonsten viel in vorbereitung ich plan ein neues format oder mehrere neue formate ich bin dann in kooperation mit jemanden der sich mit mit bewusstseinserweiterten substanzen schon sehr lange beschäftigt und auch das sehr sag ich mal so in diese in diese psychonautik geht und diese welten erforscht mit dem sind wir gerade im quatschen wegen einem neuen format dass wir dann mehrere dinge machen und die eine sendung die ich damals lang knüchter habe ist auch noch in vorbereitung so eine art know yourself so auch seine call in der runde was halt ähnlich wie domian in diese richtung geht und ziel ist da irgendwie halt dass man dann die erfahrungen bündelt und dass menschen ihre erfahrungen austeilen und halt ich stelle mir davor wie ein thema ist außerkörbliche erfahrungen und das rufen mal die menschen rein die dann ihre außerkörblichen erfahrungen berichten oder solche dinge die wir jetzt gerade erzählt haben mit diesen dieses positive feedback der matrix oder masker unternehmen und ich denke mal das ist so die vorerstür ich mache ein vor allem in dieser richtung viel viel am tun viel gestresst nicht so chillig wie bei dir auf einem schloss zu residieren und und dann noch in den coolen typ zu treffen ja es war fast wie ein bisschen kurzer oder kann ich sagen so ein kleiner reality change allein eben ich sagte ja berlin ich meine du lebst in wien das ist auch so so metropol charakter danach nach berlin zu kommen genau das ist eins ich habe dann bin dann gestern abend nach hause gefahren von berlin erst mal nach leipzig und da hatte der der zug von berlin nach leipzig hatte 75 minuten verspätung was dafür gesorgt hat dass ich dann meinen anschlusszug von von leipzig nach chemnitz nicht mehr bekommen und das ist halt wieder alles auf kante genäht ja das war halt der letzte zug an dem abend und und da dachte ich dann echt schon ey wahnsinn hat die vorsehung das für mich wieder in petto dass ich da noch eine nacht in leipzig am hauptbahnhof verbringen weil ich habe das ist noch nicht so lange hast du wirklich die frage gestellt ist die wirklich durch den kopf gegangen so ja na klar ja aber das ist so super so was soll das leben mir jetzt sagen so was was läuft eigentlich ab so in die richtung das hat eine vorgeschichte ich habe ja schon mal eine nacht am hauptbahnhof leipzig verbracht ich weiß gar nicht wann das war vor zwei jahren oder so war das ja und das war wo ich das erste mal den den micha kennengelernt habe der der micha hat da war da eingeladen bei nur wieso in leipzig und der hatte gesagt ja komm herum und so dann können sie mal sehen und leipzig ist nicht so weit weg bin ich hingefahren wie es halt so ist dann war da so viele gute leute der eckert war da an dem abend und danach waren wir alle essen so und dann hat mal so viel dann verquatscht man sich halt ich wusste schon ich muss den letzten zug erwischen so aber ganz knapp und ich habe wirklich also erst echt vor meiner nase weggefahren habe ich dann die die ganze nacht auf dem leipziger hauptbahnhof verbracht und im winter und es war echt wirklich übel also so diese neuen bahnhöfe sind tagsüber sind die echte diese ganze architektur ist halt ausgerichtet auf konsum und das auch viel doch dachte du hast faszinierend berliner hauptbahnhof ist das auch brandneu und so aber dann nachts bist du als mensch dort der feind weißt du du gehörst da nicht hin da gibt es keine da gibt es keine ruhe raum mehr wo du dich hinsetzen kannst irgendwie so wo es beheizt am bahnsteig sitzen das ist halt saukalt im winter so wirklich übel ich habe auch auch dann 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 seinerzeit darüber berichtet da und zwar echt eine heftige nacht seiner zeit und jetzt war das wieder so weißt du ich wieder treffe ich mich auf dem kulturstuhl und wir klären das ab wir buchen das das in das ticket im internet eine halbe stunde bevor ich zum bahnhof bin aber das internet im internet das ticket gebucht da stand nix von verspätung alles gut da so ja klar buchen das ticket ich war hin diesmal extra konservativ das hat sich ganz sicher den zug nicht verpasst ja lieber noch eine stunde früher bisschen kaffee trinken und so bahnhof abchecken naja und dann und dann kommt das kann doch nicht wahr sein das gibt es doch gar nicht was soll ich jetzt wieder die ganze muss ich wieder die ganze nacht in leipzig abhängen das kann ich das gibt es doch nicht und war da am anfang schon fast wieder weißt du wieso das weißt du am anfang hart ist der erst mal nee da kommt das kleine kind jammer aber dann aber dann aber dann weil es eben so bezahl ist ist mir dann recht schnell das lachen kann das gibt es ja gar nicht der spirit spielt hier mit mir das ist irgendwie wenn es so ist dann dann muss es ja irgendwie sein und was konnte es dann lernen aus der situation und dann mitnehmen was war so das ding warum es das erleben musste die lektion wurde dann ja nicht ganz durchgeleert weil es ging dann weiter also ich habe es dann losgelassen habe ich dann abgefunden naja was soll es ja ich meine außerdem ist sommer dann kannst du auch ein bisschen draußen rumhängen hängst aber eine nacht rum in leipzig so warum nicht aber aber es war dann dann weil der zug so lange verspätung hatte ich wusste sowas gar nicht hast du bei der bei der deutschen bahn hast du da anspruch auf auf eine irgendeine art kompensation wenn du da strand ist irgendwo mit einer nacht das wusste ich gar nicht und du kriegst dann entweder ich glaube es ging um den wert von 80 euro wenn ich das richtig verstanden habe entweder kriegst du für 80 euro kannst du dann da die ein hotel suchen fort was immer noch besser ist als auf dem verdammten bahnhof oder oder du oder mit den 80 euro und taxi und das würde aber nicht reichen von leipzig nach chemnitz aber praktischerweise waren da noch war ich nicht der einzige der nach chemnitz noch wollte in der nacht und da haben uns da zusammengetan und dann ist man von leipzig mit dem taxi nach hause gefahren und so gesehen war alles cool und das war einfach super so cool es ist aber oft so im leben oder dass du oft situationen musst du in die gefahr für ist komplett angreifen auf die situation auf das leben auf das ganze geht nach voll am arsch aber im moment wo es loslässt akzeptierst dann entstehen auf einmal die alternativrouten oder diese geht doch geht ja doch na ja es war tatsächlich irgendwie es hat sich jetzt angefühlt so wie wie der spirit spielt mit dir ein bisschen ein bisschen panik spüren mal gucken ob er darauf anspringen wir waren nach den leipzig ich habe das kind und so und dann dabei war ja alles klar nee alles cool weil ich habe mich dann auch kurz gedacht was kann nicht sein ich meine es war so so ein super ausflug jetzt auch auch es war so gut mit micha und boas zusammen wir hatten echt gute energie gemeinsam dorin war noch da nicht mehr als all die leute die da getroffen haben es war so groß und wieso das muss ich da jedes mal einen verdammten preis bezahlen das ist ein scheiß und aber aber eben aber was glaubst du ist es ein kleines spielchen es war ja dann nichts echter es ging alles gut es war sozusagen nur eher für mich selber so 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 ein kleines spielchen mit meinem eigenen kopf aber ich das sind genau das jeder kennt das ich glaube jeder jeder der das die geschichte zuhört kennt so eine art von situation aber was ist es wirklich ich habe es da schon so oft drüber nachdacht so es gibt so momente wo zum beispiel das leben flutscht alles super leihwandern und so und dann kommt der hämmer so punk oder wie der ambos in irgendwelchen cartoons der von oben kommt mit zehn tonnen und ich erschläge und du denkst so das macht doch keinen sinn alles super toll ich habe nichts gerade gemacht oder irgendwas verwerblich ist oder kammer mäßiges dann einmal zu dann passiert so eine eine challenge oder oft halt nicht so wie du es dir erhofft hattest und wenn es aber dann irgendwie schaffst da loszulassen oder so innerlich mental darüber diese hürde drüber zu kommen oder darunter durchzukommen dann eröffnet sich aber dann wiederum situationen die du vorher der verstand nicht predikten hätte können und da gibt es dann immer auch so ein es tut kurz weh du lässt los es ergibt sich was neues ungewies ist du lass das so dazu und dann kommt einmal ein großer schatz oder ein kleiner schatz dann am schluss kennst du das ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll ich versuche da wirklich teilweise so diese ganzen abläufe was ich wahrnehmen was so situationen mir passieren irgendwie da gibt es auch ein muster dahinter dieses halt hat hoch philosophisch und hoch versuchend irgendwie das auf meta ebene zu sehen aber weißt du hast das ist so wie funktioniert es frank weil bei dir ist es da sind solche situationen da bei mir ist es dabei vielen anderen auch aber was ist es jetzt ist es jetzt etwas weil du hast meint zum beispiel da will das leben mit mir spielen oder gibt macht ein spielchen mit mir in der positiven form quasi aber ist es ist es das wirklich oder ist es jetzt eine situation die du dir selbst erschaffst oder ist es etwas was jemand aktiv die ja so negativ jetzt versuchen möchte oder ist es sage ich mal eine liebevolle kraft die mit der klaren quasi spielt damit du dich ein bisschen erweitert und immer so eine über deine grenzen geht naja du fragst es auch schon du stellst sozusagen schon mehrere fragen ich weiß oder das oder jenes oder so ja es das ist wie wie die die geschichte mit wald weißt du wenn wenn der wenn der der förster in wald reingeht dann dann sieht er den wald als förster forstwirtschaft und schaut aus der perspektive der dichter geht in den wald und er sieht was ganz anders drin die muse guck mal hier die 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 eiche oder so ein künstler der im wald malter noch mal ein anderes bild und wieder ein anderes bild hat der 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 soldat der reingeht der gleich strategisch denkt oh hier könnte ich mich gut in deckung bauen da kann man eine stellung machen oder sowas das ist immer der wald letzten endes weißt du und es ist halt eine frage damit umgehen mit diesem phänomen das leben fließt und die große message sozusagen geh mit dem fluss fließt einfach mit da und ich meine das klingt immer so banal aber das ist dann letztens halt an jedem einzelnen von uns wie gehst du mit diesem fluss um also legst du da dein raster drauf weil du halt für so sehr förster bist das ist nur aus dem blick siehst oder 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 fließt halt einfach generell schon so eine nacht an so einem bahnhof rumhängen ist ja nicht schön aber aber letzten ist es auch nichts tragisches das ist ja nur tragisch weil weil wir aus unserem rhythmus rausgerissen sind der halt jetzt so ist ja jetzt muss ich hier zack bahn und dann steige ich da ein und dann geht alles funktioniert reibungslos ich steige zu hause auslegen ins bett aber hey ich meine da habe ich besser ich bin auch so viel rumgereist habe ich das so oft gehabt da musste manchmal ohne witz tom ich habe ich habe situationen erlebt da habe ich tagelang gewartet auf irgendwas auf irgendeinen transport tagelang das habe ich mehrmals gab solche situationen leben wo du wirklich tagelang wartest dass du von einem ort zum anderen kommst sie endlich mal irgendwas fährt aus diesem kaff oder fährt fliegt mit schiff was weiß ich irgendwie egal wie nur raus aus dieser stadt so und an sowas erinnere mich dann nicht mehr kommen soll ich mich jetzt echt stressen ich meine bloß weil weil mal ein zug verspätung hat und weil mal irgendwas nicht so reibungslos läuft aber das ist halt dieser dieser rhythmus in dem wir hier in deutschland sind aber ich kann mich halt dann erinnern okay ich eigentlich kann ich es auch anders muss ich nur meinen rhythmus umstellen ist auch ganz cool hier wenn man ein bisschen geld einstecken ich kann mir einen kaffee kaufen wenn ich müde bin das macht mir ja auch nichts aus ich bin auch ein nachtmensch ich kann ja die ganze nacht da irgendwie wach sein das schmeißt mich jetzt auch nicht völlig gesundheitlich auch um oder sowas weißt du also im grund ist alles cool aber was verstehst du was verstehst du zum beispiel unter warten was ist warten für dich also wie beschreibt dein verstand warten ja das ist eine gute frage da hast echt die dinge raus da mal warten was ist was ist warten wenn die 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 ganzen gurus und so die sagen ja das warten muss muss überwinden das warten ist immer an ein ziel gebunden du wartest auf etwas da kommt immer noch ein objektiv dahinter her du wartest auf etwas aber aber wenn man das eben 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 transzendiert sag ich jetzt mal dann dann ist dieses ziel nicht mehr da das ist eben warum der grund warum in in indien manche yogis was weiß ich es ist in ewig lange meditationen gehen weil genau das überwinden wollen du hockst dann einfach nur du bist einfach noch da du wartest nicht mehr auf irgendwas weißt für mich ist warten ich habe mir da wirklich ich habe mir da sehr sehr viele gedanken schon mal darüber gemacht über das ganze weil ich draufgekommen bin wie ich mit mich mit den ganzen ecken tolle dinge beschäftigt hatte vor jahren nicht draufgekommen ich habe mich wirklich in eine selbstobservation begeben die ganze zeit den ganzen tag in jedem moment und ich bin draufgekommen dass in situationen wo ich warten muss weil etwas nicht so passiert und ich einfach quasi da stehe und was ich nichts tun kann bin ich mit mir selbst alleine in dem moment und bin voll und will weg und will was tun und was machen und verstanden will das machen dort hin und ich kann gerade nicht und ich kann gerade gar nichts tun ich bin nur da mit mir und das hat mich nur nervös gemacht und für mich ist warten nur ein da bin ich bei mir weil im endeffekt du kannst das gerade nicht beeinflussen musst du halt warten bist bei dir und wenn du nicht bei dir sein kannst weil du dich unwohl fühlst und da quasi dieses fluchtgefühl hast oder halt unruhig und mir ist langweilig fahrt oder wie man es auch jetzt oder verstanden interpretieren will das ist halt so ein selbst check und wenn du mal das akzeptierst dass du wartest dann bist du mit dir und wenn du mit dir im reine bist oder dir selbst wohlgesonnen bist dann macht es kein problem das warten und plötzlich entstehen andere situationen neue und es geht weiter voll im flow auf der anderen seite wiederum wenn du halt nicht warten willst oder kannst oder was auch immer bist du dann halt nur angefressen siehst diese warteschlangen in einkaufshäusern alle alle sind so im stress die schlange ist solange sie lang ist aber seid doch mit euch in der ruhe das geht jetzt wieder tief aber das ist halt warten für mich warten ist für mich so bei sich selbst sein in dem moment ja bin ich voll bei dir so dass mit dem mit dem warten hier irgendwo in der kaufhausschlange das kennt auch jeder von uns das kennt jeder mensch kennt das und natürlich ist es manchmal nervig aber es ist genau wie du sagst in dem also wenn es anfängt zurück zu nerven zu nerven oder du auch dann stinkig wirst das ist der moment wo man dich selber beobachten kann sagen eigentlich ist es auch schmarrn dass ich jetzt hier stinkig werde und eigentlich ist es auch schmarrn dass ich jetzt so neidisch denke ah man in der linken schlange sind sie doch schon einen schritt weiter ich mach das nie mehr tom ich mach das nie mehr ich wechsle gar nicht mehr die spur als gentleman weißt du stehe ich hier mit der mit der nötigen gelassenheit und ich lasse sogar die leute dann noch extra vor ich mache keine hektik so ist also selbst wenn ich zeitdruck habe es ist halt dann einfach so weil ich wenn es genau das als gentleman sagt man ja du als gentleman rennt man nicht einfach los so also immer in der nötigen würde oder so also ich versuche dann immer die leute extra vorzulassen keine ahnung oder ich bin irgendwie extrem spät dran mit dem auto und dann schneidet sich ein heim ich rede mich nicht auf ich bitte ihn sogar rein weil ich mache dann keine ahnung ich versuche es halt auf dem weg und schaue mal was was ich für ein feedback zurückkriege auf weiteren wege im auto halte ich schon immer dagegen echt jetzt nein nein quatsch aber das ist in der tat autos auch ein gutes beispiel so 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 staus oder sowas weißt du das auch so stehe ich auf der linken schule auf der rechten aber da so hin und her zu hopsen zeigt letztens nur so deine deine cholerik oder sowas es dauert halt nun mal für alle und ja ich finde es also in diesen situationen schaue ich immer ich beobachte die menschen halt so gern sei es sei es im einkaufszentrum einer tankstelle oder egal egal wo du kannst du viel lernen weil es so ein spiegel ist wie halt das gesellschaftliche bild so ist die menschen zum beispiel es hat 33 grad oder fast 40 grad bei uns es ist extrem heiß und es hat eben nur die eine tankstelle offen und die schlange ist wirklich lang die leute schwitzen sind gestresst und so und sie sind alle unruhig es passiert irgendwas der vorhin erste reihe bestellt zum beispiel eine 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 leberkissämel oder sowas die dreht sich um macht das ding halt dauert halt seine zeit weil sie kann auch nicht fliegen ihr ist auch extrem heiß sie freut es auch nicht und du merkst einfach im hintergrund alle leute von einem schütteln in den kopf wie kann sich der jetzt das bestellen es ist urheiß dieses ich finde das so krass ich weiß ich bin ich der einzige halt der das so sieht vielleicht du siehst wie es den menschen halt geht in solchen situationen und den meisten menschen geht es wirklich nicht gut jetzt wirklich mit sich selbst mit dem mit ihrem ganzen leben oder was sie als selbstidentifikation in ihrem eigenen handbuch aufschlagen als leben bezeichnen geht es nicht so prickelnd und sie spiegeln das auch dann nach außen und das ist in diesen schlangen wie einkaufscenter dann beginnt dann wieder dieses ich bin mit mir selbst im unreinen und dann auf einmal ist der andere dann spiegle ich meinen eigenen frust auf den vorhin in der schlange und und dann auf einmal ist das davon ja da sitzt mega an an der an der kasse oder ein türke das wird dauert das so lange kein witz bei okay habe ich das so lebt in der schlange mit die leuten uns diskutieren und fangen warum da ein türke vorne sitzt und man denkt so das ewige attackieren nach außen ist mit sich selbst nicht im reinen zu sein und dann attackieren auf etwas was was außen mir nur den trigger gibt ja das ist halt toll weil wir alle so unter diesem druck stehen und das ist das ding weil manche leute würden jetzt ja meinen hey was labern die da rum und so hey das ist keine rumgelaber sondern das von dem wir hier reden ist ja genau genau die 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 folge oder oder von 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 dem wie halt von von herrschaftsseite aus in welchen rhythmus wir gesetzt werden es geht um rhythmus in welchem beat leben wir ja aber die menschen hier weil wir unter diesem druck sind ist ist zeit ist jetzt so wertvoll und fünf minuten an der kasse warten geht ein schon tierisch auf den sack wobei das anders eben sehen soll ey was sag mal fünf minuten ey das ist so ein witz du könntest vielleicht ist gerade ganz okay vielleicht wenn du dich umdrehst da lernst du jetzt die frau deines lebens kennen oder so die steht vielleicht gerade da oder oder besetzen sich die frau deines lebens ist vielleicht trotzdem ein interessanter mensch kannst du mal kurz anlächeln vielleicht entsteht ein gespräch in so situationen wie wenn du die ganze wenn du irgendwo ewig auf dem zug warten musst klar du kannst es sehen wie nervig und ich könnte zu hause sein meine arbeit machen spielen was weiß ich was ich gerne macht zu hause besser aber du könntest auch sehen ey du hast jetzt auf einmal zeit geschenkt bekommen guck mal du hast jetzt hier wirklich fünf stunden und du hast nichts zu tun vielleicht hast du vielleicht lernst du leute kennen kannst mal mit jemanden sprechen mit dem du vielleicht sonst nie kennenlernen würdest und wir haben ganz offen was um solche dinge das ist das tatsächlich was wir hier reden ist der der moderne mensch steht unter einem gnadenlosen rhythmus das ist wirklich so ein beat das ist eine trommel die uns treibt und wir reden die ganze zeit auch davon wie wie eben der der moderne mensch manipuliert wird und das ist so eine manipulation diese dieser rhythmus dass wir da rein gezwungen werden und wenn wenn das leben uns in situationen bringt wo wir plötzlich auf irgendwas warten müssen wo plötzlich das ding nicht so läuft wie erwartet sprich verspätung fällt aus und so dann 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 ist es immer auch so nervig das ist im augenblick erst mal bei mir auch nicht anders ich stehe auch nicht in berlin und sagt 75 minuten verspätung bleibe ich nach den leipzig so ist es auch nicht ich denke mir auch erst mal das kann sie sein bitte echt aber wenn die situation da ist dann kannst du relativ schnell dann dann eben sich damit haben das mal loslassen abfinden und daneben eben mit einer anderen einstellung dort rangehen und ganz weit erkennen hey vielleicht ist dir sogar als hier mal ein zeitloch geschenkt worden wer weiß was sich daraus gibt was passiert wenn du dort mitfahren wärst keine ahnung vielleicht hätte das bein brauchen dann aussteigen oder hättest deinen koffer vergessen oder vielleicht war es auch ein schutz weil auf der zeitlinie wäre irgendetwas tragisches passiert ja das könnte auch mal sein ja genau also ich meine so oder so halt einfach annehmen wie es ist annehmen wie es ist und 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 diesen situationen halt dann nutzen im hier und jetzt das ist entscheidende und das ist eben kein rumgelaber sondern das ist tatsächlich wie geht man weil es wird immer wieder auch gefragt so wie können wir heute mit dem zeug umgehen was wir erklären so viel auf das ist unser 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 ding auch also wir schauen uns die ganzen sachen an und manche sind auch wirklich düster die dich emotional berühren die er noch zwar nicht machen auch das ist genau das gleiche das ist völlig berechtigt aber dann gilt es mal immer die frage wie gehen wir damit um in diesen dingen müssen und das ist so was wir halt hier mal einstreuen wie man wie wir halt so schauen wie man damit umgeht und wir sind auch nicht die meister in allem aber auch zu lernen und vielleicht also aber es ist einfach eine frage der einstellung weißt erst mal wieder wie du wie du ran gehst und im grunde haben so lange wartezeiten sind wir nur ein rhythmuswechsel aber der 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 rhythmus den den wir hier im leben haben das der ist halt echt krass also der ist auch so nicht wie soll man sagen das ist kein natürlicher rhythmus den 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 wir hier aufgedrückt bekommen das ist ein 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 technisch nur ein industrieller rhythmus ein und tatsächlich ist das was uns später heute abend noch noch mal begegnen wird das das weiß ich jetzt schon aber wir wollen ja nachher eigentlich dann noch über ein anderes thema reden da mir ja ich möchte kurz da hast du viel erzählt und ich denke mal ich will nicht reinreden weil ich sehe da einige sachen komplett anders und ich möchte kurz ausführen zum beispiel ich muss mich kurz versuchen die gedanken zu finden du hast du hast gesagt dass dieser druck erzeugt wird dass dieser puls ist dass alles halt sehr schnell ist etc ich glaube dass wenn es wenn wir davon ausgehen dass alles eine perspektive ist dann ist die illusion dass alles so schnell geht und dass wir von außen einen druck bekommen dass von außen diese herrscher quasi auf uns versuchen zu herrschen wenn wir an dieser illusion festhalten dann haben wir halt ein problem ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll was zu viel gesagt dann frage ich dich mal tom dann frage ich dich mal der rhythmus also dass wir heute in der moderne mensch sag ich jetzt mal in der westlichen welt einen sehr schnellen unnatürlichen oder oder nicht seiner natur entsprechenden rhythmus hat wer sagt mir dass dieser rhythmus der da jetzt erhöht wird nicht universell einfach erhöht wird jetzt quasi wie eine frequenz nennen wir es mal frequenz du drehst einfach die frequenz immer höher 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 wer sagt nicht dass das genau so passiert im moment und die durch die erhöhung der frequenz wird die wahrnehmung oder die empfindung haben dass aus nun mal jetzt die elite urmächtig wird oder um uns herum alles ganz komisch wird was ist wenn wenn wir das einfach nur nach außen spiegeln nur weil im hintergrund die frequenz ich will es nicht frequenz nennen das würde so es ein ding aber was ist wenn wenn das so sein soll und nicht quasi von außen jetzt ist eine eine negative strahlung die uns quasi komplett irgendwie weißt du was ich mein doch 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 ich kann ja ich kann ich kann ja sehr gut folgen natürlich da weil da bin ich auch dabei die 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 ganze frequenz steigt das ganze energie level schiebt sich hoch dass das nämlich auch so war das fühle ich auch so aber das heißt ja nicht und das wäre das die völlig falsche konsequenz daraus zu ziehen das heißt ja nicht dass wir dementsprechend schneller leben müssen in unseren in unseren handlungen du kannst ja nicht dass das menschliche leben also wirklich dein alltag sag mal du spülst ab oder so du kannst diese tätigkeit ja nicht beliebig schneller machen wie wir wieder 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 so ein film einfach auf fast forward spulst uns geht total in diesen schnellen bewegen das kannst du nicht machen besser also der wenn die energie steigt heißt es nicht dass der 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 rhythmus den du direkt im leben hast steigt sondern die die energie das das ist eine vibration die musst du dich innerlich ein tun und so weiter aber gerade dazu ist vielleicht ein bisschen mehr ruhe angesagt der moderne mensch fühlt sich und das wissen ganz viele menschen fühlen sich eben wie in diesem hamsterrad wurde halt extrem viel energie aufwenden muss und zwar immer mehr um mit dem und mit dem noch höheren tempo mitzuhalten und das ist nicht das ist nicht gut für den menschen ist natürlich was wir auch daran sehen dass daran ganz viele leute erkranken also immer mehr leute haben halt auch nicht aber wie willst du es abschätzen wie möchtest du woher willst du wissen dass es nicht natürlich ist an was an was identifizierst du dass das ein unnatürliches verhalten also nicht verhalten dass es ein unnatürliches ding ist was nicht so entsteht weil halt sich weil sich das halt so entfaltet universell das ist super frage und tatsächlich das das führt uns echt an zu dem thema was wir nachher haben ja weil es ist unter anderem ist es ist ja unsere technologie die uns den in den rhythmus zwingt ja aber da ist jetzt die frage und die 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 lässt halt einen anderen rhythmus nicht zu also also die maschine bestimmt mehr und mehr den rhythmus und wir müssen den halt muss er mitteilten wer nicht mit mehr abfällt weißt du da fällt dann links und rechts raus wenn du glück hast hast du noch einigermaßen so ein sozialsystem um dich herum sei staatlich oder oder karitativ oder wie was dich trägt aber im grunde bist du dann schon für die für die für die wirtschaft nicht mehr nutze und im grunde schon überflüssig und das ist die richtung wohin es auch geht also also wenn es wenn es nach denke ideologie der herrschenden geht du musst funktionieren so sobald du nicht funktionierst wirst du erst mal noch therapiert versuchst in ordnung zu bringen kriegst du die pille kriegst du dieben oder oder jene so damit du wieder funktionierst und wenn du aber wirklich keinen bock mehr hast in diesen rhythmus mitzulaufen weil es vielleicht auch dein eigener rhythmus ist den du mehr entdeckst und merkst wie der gar nicht in harmonie ist mit dieser maschine dann ja dann dann fällst du aus dem system sozusagen aus aber ich habe so eine grundsatzfrage die ich mir noch nicht selbst beantworten habe können ich jetzt ich versuche mal so so hoch zu zoomen und raus zu zoomen wie es jetzt nur geht irgendwie aus meiner betrachtungsweise meinen gedanken und da geht es dann nur mehr darum dass alles energie ist und ein großes eine einheit ist eine frequenz ist das ist ein ding das göttliche das ist alles zusammen alle planeten alles ist die ganze matrix alles einfach zusammen so ist das jetzt alles dasselbe oder gibt es von dem ein abgetrenntes gegen pol stück etwas dunkles das böse wie auch immer wirtschaft technologie wie wie weit rein du jetzt in den makrokosmos mikrokosmos jetzt gehen willst ist es jetzt gibt es jetzt ist es jetzt getrennt oder ist es nicht getrennt weil wenn es nicht getrennt ist dann ist das was jetzt gerade passiert egal wie das der verstand jetzt bewertet das ganze ist das so dann ist es immer eine wechselwirkung auf jeden fall zwischen zwischen deinem rhythmus und dem dem größeren und mit dem musst du schon so ein tun kommen aber es gibt gibt es einen gegenpol oder nicht ein gegenpol ja so was jetzt muss man so hell und zu hell und dunkel zum beispiel gibt es wenn es jetzt da ist angenommen jetzt da wir alle zuhörer und wir wir sind jetzt auf der guten seite wir sind das die die jedis gibt es dann auf der anderen seite die dunkle seite generell jetzt da ganz von oben betrachtet gibt es das und wenn ja sind die zwei miteinander verbunden oder nicht ja genau genau so genau so ist diese miteinander vom und ich gehöre auch nicht zu den jedi seid ja gleich also aber wenn sie ich gehöre nicht zu den weißen und nicht zu den schwarzen das ist halt das ding es gibt es gibt es gibt diese diese polarität yin yang ja aber es gibt eben auch die einheit der polarität wo es einfach das ist wohin die reise gehen sollte für uns freigeister diese einheit zu sehen das ganze zu sehen ganzheitlich aber wenn jetzt wenn jetzt versuchen wir zu folgen wenn jetzt dass die gute seite und die schlechte seite auf irgendeine art und weise miteinander verbunden sind das heißt heißt es nicht nur dass sie verbunden sind sondern dass das das gleiche ist dass es nur ein einziges ding ist siehst du das auch so oder nicht naja es ist es ist eine einheit zwischen den beiden es ist nicht das gleiche aber weil es ist wie wie bei einer münze du hast die eine seite und die anderen so aber es ist natürlich verbunden miteinander es ist es gibt im gesamten das ist eine einheit genauso ist es aber diese yin und yang die sind natürlich schon in der verschiedene pole und und die 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 spannungsverhältnis zueinander wechselwirkung was auch insgesamt nicht verkehrt ist weil weil diese dualität diese diese spannung die da erzeugt wird das ist auch die dynamik im leben ich meine das das ist ja bei den menschen nicht anders dass du auch die 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 zwei geschlechter ich weiß wie am letzten wochen tom oder so oder vor zwei wochen die weiber haben wir gesprochen vor zwei wochen ja aber wir hatten auch irgendwann auch mal über diese gender gesprochen das ist nicht gab es nicht schon so 28 ja dass sie das vermischen jetzt ne ja genau dass sie das alles vermischen aber wir bleiben mal wir bleiben mal bei zwei aber was wäre jetzt was wäre jetzt wenn die linke und die rechte seite mehr sich mehr und mehr verschmelzen und zudem einen wieder werden jetzt gerade im moment das ist sex tom naja das wäre dann genau dieses trans humanistisch trans humanistische agenda die wir jetzt quasi wahrnehmen von wegen die wollen jetzt alle in diese technologie richtung und künstliche intelligenz und so weiter was ja offensichtlich ist dass ich mal so ein ein torweg eröffnet wurde und mit großen schritten das hinbewegen aber gehört diese auswirkung des filmes jetzt genauso zu dem film dazu den wir gerade haben weil wozu es ist so ich komme da nicht tief ich bin ganz an der urfrage wenn das negativ wird das positiv nicht voneinander getrennt sind dann ist das was die negative seite macht gerade gut oder ist ist das nicht und wenn es nicht und wenn es nicht gut ist soll ich mich dagegen soll ich bekämpfen und versuchen es wegzumachen und zu neutralisieren oder nicht weil wenn ich das tue und es ist bin eigentlich ich dann bekämpfe ich mich selbst wenn ich das das negativ attackiere und hat einen impuls hinschicke kommt der impuls auch negativ zurück und da stehe ich anderen weil da und mir hat noch niemand auf diesem planeten diese frage beantworten können das ist auch absolut berechtigt und das sind auch große fragen tom die du stellst also auf jeden fall also was soll ich jetzt tun ja so aus meiner sicht ist es gibt diese pole die ganze natur ist in polen aufgebaut in dieser dualität und das ist voll okay weil diese dualität sorgt eben für dynamik was dann immer eben plus minus das ist eine spannung und und das bringt dynamik rein ist das ist energiefluss so fließt energie und das ist eine gute sache und was jetzt was jetzt diese transhumanisten angeht oder oder diese agenda die da dahinter steht wenn du willst du auch andere würden das vielleicht die satanische agenda nehmen obwohl ich die das auch naja ist halt auch einer von den begriffen die es irgendwo erklären aber was 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 die machen wollen ist diese diese dualität abschaffen indem sie die 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 beide pole kaputt machen und dann sagen ja dann dann haben wir diese probleme nicht mehr aber damit nimmst du damit nimmst du der dem 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 leben dieser lebenskraft die ganze möglichkeit von diesem yin yang von diesem von dieser kreativität und um was es geht ist ist dass du mit dem mit dem mit dem antipod von dir dass du dich mit dem auseinandersetzt und das muss natürlich nicht in diesem style sein dass man da ständig nur kämpft oder sowas ich meine yin yang das das kann sich auch ganz anders miteinander konfrontieren zum beispiel wenn wenn man und frau tanzen oder eben auch sexualität ist ja nichts anderes und das ist genau da wo daneben neues leben entsteht also da entsteht physisch dann neues leben wenn mann und frau sich fein ja dann und die 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 körpersäfte fein wenn du bist da entsteht leben das ist was es braucht was aber diese diese transhumanismus geschichte ist deswegen will die auch auch die einzelnen dinge also weiblichkeit und männlichkeit auflösen und dadurch auch dass das auch die gefahr dichter in der seele was eben gegen das leben gerichtet und dann kommt was ist wenn das sich mit dem leben um in so eine mono mono kultur zu kommen aber aber da könnte man sagen ja aber das ist doch gut dann haben wir doch frieden aber das das problem ist wenn du wenn du wenn du nur noch so eine eine mono kultur hast und nicht mehr diese diese yin yang effekte dann hast du keine dynamik im leben mehr damit raubst du dem oder der lebensenergie die möglichkeit zu fließen so und das ist warum diese agenda tatsächlich gegen das leben ist und 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 wir gucken müssen wie wir uns dagegen wehren wie wir uns dagegen wehren ist die nächste frage tom natürlich soll man jetzt dagegen kämpfen macht dann kämpfen überhaupt sinn also die frage ist völlig berechtigt das ist macht es sinn ist dann zu bekämpfen wenn ich doch mit dem verbunden bin aber kämpfen ist eine art wie du es definierst was auf jeden fall sinn macht tom ist sich mit dem mit dem antipoden auf den einzulassen und was keinen sinn macht ist davor wegzulaufen oder sicher auch mein wegen weg zu meditieren oder sich das irgendwie so herzer so zu erklären naja was genau ich brauche mit dem nicht weil wir sind eh alle eins dadurch nimmst du nimmst du diese konfrontation raus und und das wiederum funktioniert auch nicht weil dann dir dieser antipode der 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 lässt sich nicht einfach raus weißt du das ist das ist das ist doch noch da verdammte scheiße ist es und der rennt dir dann hinterher da macht damit verschärfen sogar noch die dinge viel besser wäre es viel besser wäre es du nimmst auf jeden fall mal die konfrontation an und guckst dann das ist das ist auf deinen style machst und mein style ist zum beispiel auch nicht das kämpfen also das ist nicht mein style das heißt aber 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 halt nicht dass ich dann wie so ein ähm 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 schäfchen halt immer nur weglaufen wenn die wenn das ist sondern nein wenn die konfrontation da ist dann 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 sollst du dich ihr nähern aber halt oder zumindest öffnen und dann ist es da alles weglaufen ausblenden will ich nicht sehen bringt nichts weil weil das das im gegenteil das das reichert dann eher noch so die 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 spannung an und und beim nächsten bei der nächsten begegnung ist die spannung noch viel größer so und dann kannst du vielleicht gar nicht mehr weglaufen vielleicht kannst du dann sogar wehtun so weil du das die ganze zeit nicht wahrnehmen willst ja es erinnert mich irgendwie so an den viel monster ag ist man dauernd reinkommen so die kleinen die kleinen liebevollen wesen die versuchen irgendwie so wuhu ich erschrecke dich konzentrier dich auf mich schau mich an schau mich an schau mich an wuhu energielevel gestiegen so in etwa stelle ich mir das vor ne so das böse dass im hintergrund immer sagt da seid böse so quasi schaut auf mich schaut auf mich schaut auf mich schaut auf mich schaut auf die dunkle seite wuhu ich hab so viel angst ja es nähert mich aber ich also ich gehe zumindest in diese richtung so ja ich schau dich an aber nicht dass ich angst habe sondern dass ich dich verstehe dass ich es nachempfinden kann weil ab dem moment wo ich das die dunkle seite in mir oder in der welt oder was auch immer wir als dunkle seite definieren für uns dass ab dem moment erst wenn wir das verstehen wir es aufgelöst haben weil dann hat es keine macht mehr über eine emotion und dann bin ich nicht mehr dann begegnen muss ich halt auf Augenhöhe so zu seiner seiner tiefsten angst mal in die augen zu schauen ohne dass man davor wegrennen möchte so einfach sich dem stellen sich selbst stellen das ist so wieder beim warten sind wir da wieder also einfach mal jetzt da beim ja sich dem halt stellen was kommt weißt du das ist das tom und für mich ist es weil das immer in der in der ich weiß jetzt kein besseres wort einfällt es in der new age szene oder oder auch in der eso szene und da gibt es viele leute die die sagen die 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 sagen zu mir wenn du dich mit diesen ganzen dunklen themen beschäftigt dann gibst du dir noch mehr energie und machst die größer ja und das halte ich für völlig falsch ja das halte ich für falsch also ich ich sage jetzt nicht das sind lügner weil ich glaube die meisten leute glauben dass was sie sagen aber aber dahinter wird da ich tatsächlich eine eine ganz gewaltige täuschung das ist falsch wenn du wenn du im gegenteil also es ist wenn du wenn du wenn du dinge immer immer ausblendet wenn du die verdrängst dann reichern sie sich an wenn du wenn du die dinge anschaust und mit diesem antipode in irgendeiner form in diese konfrontation kommst dann fließt dort was und damit werden spannungen abgebaut das heißt du musst die dinge anschauen das ist jetzt im großen so ist aber auch im eigenen leben so einfach das mensch die dinge nicht gut laufen die kannst du ja ständig verdrängen wenn deinem körper irgendwas die ganze zeit zwickt und wehtut da muss irgendwann hinschauen weißt du kannst du nicht das sind nur wegblenden so das ist das nicht das richtige sondern das ist du musst es gerade das gegenteil du musst es anschauen du musst es vielleicht nicht unbedingt suchen die konfrontation ja genau leute die permanent irgendwo da stress suchen das musst du auch nicht aber wenn wenn dein antipode kommt oder wenn themen in dein leben kommen auch wenn es krasse themen sind und vielleicht eben themen die dein nachbarn nicht hatte und auch nicht versteht und auch nicht mit kann aber du solltest dich da da nicht nicht rausnehmen so sondern das ist halt der face it all ja ich habe da auch schon ich habe durchgegeben auch sehr viele zuschriften die halt sagen ja beschäftigt näher das die dunkle seit nicht so so die gehen von einer perspektive aus von wegen wenn du dich beschäftigst wenn du dein bewusstsein auf das dunkle wendest dann wird es automatisch mehr und vergrößert sich ich sehe das nicht so ich sehe wenn ich es anschaue und es mich beherrscht im sinne von dass ich in einer aggression dass ich in ein verhalten fall wo ich es bekämpfen möchte wo ich es nicht akzeptiere dann näher ich es wenn ich in einen modus falle von angst dass ich mich abwende und angst davor empfindet dann näher ich es und es ist ein unterschied ob das ob ich es ansehe und versucht zu verstehen und diese angst in mir fühle die aufkommt und dass ich schaue was löst sie mir aus und daraus lerne dass eben dass das nicht nicht mehr ist das ist ganz krass in dieser jesus szene oder wie man das halt nennen will in dieser von dem wir halt reden wieder da andere bezeichnen dafür so von wegen schau nicht hin schau nicht hin deswegen auch immer meinen leitsatz ich informiere und dann inspiriere ich ich zeige dir die matrix und nehme ich dich an der hand und dann führe ich dich zu dir selbst und das ist für mich halt der weg und das was was ich da halt versuche und mich schreiben viele an ja wie kannst du das wirklich habe viele fragen kriegt wie wie hältst du das aus wie kannst du wie hältst du das emotional aus mit dem themen die du natürlich beschäftigst und so und es ist halt muss daran halt irgendwie wachsen aber es nicht ausblenden du musst den schmerz in die verstehen ich habe trotz und was erklärt wie ich das erste mal mich mit diesen ganzen pädophil themen beschäftigt habe mittlerweile kann ich mich damit beschäftigen und es hat keine emotionale gewalt mehr über mich aber ich weiß wie mein standpunkt ist also es ist so wie für mich ist das so bezeichnet ist diese szene mit neo wo das erste mal quasi checkt das in der matrix ist und die schießen auf ihn und er sagt einfach nur nein ich kann es nicht in worte fassen was das für ein gefühl in mir auslöst wenn ich daran denke es ist so richtig wenn etwas auf mich zukommt irgendetwas dann einfach nein weil ich kenne meinen standpunkt und ich weiß auf welcher seite ich stehe und da kann mir nichts da kann es keine negative energie geben im ganzen universum die mir etwas anhaben kann und auch vieles ja du musst dich schützen und du musst dich aufladen und so weiter nein muss ich nicht weil bei mir kommt nicht ein gedanke vor dass die mich jemals in die aufhalten können oder irgendwie macht über mich hätten und was aber schon stimmt ist wie geht es dir damit ich merke aber schon dass selbst dass ich abschwache von der energie vom energiepegel ja je mehr dich mit dem beschäftigst weil dort irgendwie an an kraft saugt und du brauchst schon wieder deine urlaube und deine situationen wo du dich einfach auftanken kannst du dich gut fühlst wo du unter freunden bist und so wirst du das am wochenende hattest ja aber weißt du um energie mache ich mir auch keine sorgen weil das ist auch so ein trugschluss in dem viele in dieser eso szene hängen und und diese ideen hängen auch zusammen viele haben auch den trugschluss so hat da wird die energie abgezapft und und die fehlt dir dann aber hey energie ist erst mal im überfluss da es ist immer nur dann eher die frage wie das kannst du hast du deinen eigenen kanal offen das soll dass deine energie rekreiert dass die sich erneuert weißt du und und wenn du deinen kanal offen hast dann ist es gar nicht so tragisch wenn da irgendwo anders jetzt von dir energie hinfließt warum auch nicht was ich das ist genau das gleiche wir teilen unser wissen wir teilen auch unsere energie weil wir nicht in diesem trip sind es gibt von nur ein stück also einen großen kuchen und dann du musst ein stück möglichst groß machen es ist egal weil der kuchen erneuert sich immer das ist das ist so die die vision vom 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 gral vom keltischen füllhorn überfluss so und wenn du wenn du in diesem ding lebt dann da musst du nicht energie ständig zurückhalten und dann und schauen dass du von deiner energie möglichst wenig verlierst und dich da irgendwie einmauerst sondern ja das machen extrem viele das machen extrem viele sich einmauern und den die nicht an andere geben so ja nicht irgendwie wir anderen was geben oder so das machen auch extrem viele und wo führt uns das denn hin tom so eine einstellung wenn man sich in sein ich meine jeder kann sich auch mal zurückziehen das ist überhaupt keine frage so aber ich meine wenn das so als generelle lebensregel so propagiert wird dann von von gewissen gurus ja lass diese welt hinter dir meditieren nur und so weiter aber wo führt uns das hin ich meine wir können eben nicht ausblenden was in deiner nachbarschaft passiert das kannst du nicht ausblenden was wenn wenn du kannst nicht du kannst nicht irgendwo auf der wiese meditieren wenn wenn fünf meter weiter eine frau vergewaltigt wird da zu meditieren sagen ja ich bleibe in meinem flow ich schaue da nicht hin das ist falsch das ist unredlich weißt du redliches verhalten kann nur sein dass du dich mit dieser situation dass diese situation in sein dass da was passiert was du dann da machst ist wie das nächste ich meine nicht jeder ist in der lage da hat so ein gewalttäter selber körperlich zu stoppen aber irgendwas musst du machen ich meine du kannst nicht einfach so tun als ob nichts wärst du das einfach ignorieren aber daneben ja da passiert unrecht aber das ist nicht meins das ist ein ganz gefährlicher ein solipsismus nennt man das auch das heißt solipsismus ist so sagt man in der philosophie und viele spirituelle schulen gehen in diese richtung solipsismus heißt dass du nur das als realität siehst was was in dir drin ist und alles andere gibt es eigentlich nicht wirklich alles andere ist illusion alles andere das kann man sich so leicht herreden weil es alles ist maja alles ist illusion und dann und dann brauchst du dich nicht mehr mit beschäftigen deine einzige realität ist in dir drin das halte ich für völlig falsch das ist solipsismus aber wie ist es dann nein das ist der andere ist denn dein mitmensch ist genauso real und und du bist mit ihm in verbindung und und wenn wenn dort leiden ist und unrecht passiert dann kannst du dich eben nicht rausnehmen dann kannst du dich nicht rausnehmen das ist das ist genau das das gegenteil von richtigen handeln was in jeder einzelnen situation dann richtig ist das kann man so nicht sagen so aber aber es geht mir nur darum dass dass du die situation annimmst und nicht wegschaust wenn irgendwas passiert und das gilt bei einzelnen menschen so es gilt aber auch für für uns als kollektiv so wie haben wir heute auch wir leben in der zeit um wo die 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 meisten der menschen die gewisse themen einfach ausblenden so zu tun das ob es nicht mehr die 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 hier der der alexander wagern sagt das immer so schön der bringt doch immer das mit dem mit dem waschlappen ins gesicht und der sofa der elefant der schon auf dem sofa sitzt und die leute ignorieren immer noch aber ich meine das ist falsch weißt du kannst nicht dinge ignorieren und das ist ja auch auch so eine grundidee von uns eben eben uns selber und da und auch unsere unsere hörer unsere community auch auch zu motivieren das öffentliche anzuschauen also damit das nicht einfach auszublenden und ich meine letzten ist es halt auch das ist halt die die idee auch die wird ja auch propagiert daneben von den lehrern von den gurus die dann ganz gerne auch ihre schäfchen dann um sich schaden weißt du und dann hier im aschrahmen und wir schauen nicht nach draußen draußen ist die böse welt und wir sind hier nur die guten das auch zumindest ich werde es einfach auch egomäßig weißt du willst du echt nur deinen eigenen arsch retten oder was ich meine wir wir leben hier zusammen und ich bin nicht der erste der aufs rettungsboot steigt besser als weißt du ich sehe das ich sehe das im moment was so so in den für mich ist das intern ich bin ein kind des internets ich bin damit aufgewachsen für mich ist das so ein lebendes ding und wo ich halt wirklich genau schauen kann wie so der ganzen menschheit geht ist und so wie wie die ich habe sehr früh angefangen mit diesen ganzen recherchieren ist diesen themen und mittlerweile es kommen so viele neue aufgeweckte unter anführungszeichen in diese szene vom vom mainstream bereich und drücken da rein du siehst es ja in allen zahlen das ist ja der grund warum die bild und co alle an leser verlieren warum die die alternativen immer mehr an masse gewinnt und auch aktive leute aktiv werden nur die die menschen die teilweise sag ich mal so dahinter sind hinterm ja und da und verschwörung da und da sieht es aus und das passiert und da und judge sorrows und hin und daher die fallen aber denen fehlt diese spirituelle komponente und das fehlt leider sehr viel und das bringt uns in eine situation wo halt sie komplett gesteuert und nicht komplett das kann man nicht immer so aber dass halt sehr viele muss dann aktiviert werden oder sehr viele dingen sie selbst aktiviert werden die sie mit sich selbst noch gar nicht ausgemacht haben aber sie spiegeln das dann auf andere und attackieren leute in kommentaren oder untereinander oder wie auch immer und das ist total das ist für mich ist die situation im moment gefährlich als vor fünf jahren weil mittlerweile schon die menschen so sind und das nach außen tragen und halt so getriggert sind von emotionen und von 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 manipulation und von diesen ganzen die brainwaschen die sachen die unterbewusstsein ausgelöst werden und sei es auf sozialen medien untereinander das ist total das ist so gefährlich das ist viel gefährlicher als der trump der vielleicht nordkorea ja das ist das ist das ist richtig und wenn ich dann so schon schon irgendwie hört an leute ja das dass das dass da wieder so 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 keulen irgendwie gemacht werden wie das wort trolle ist eine keule oder die esos oder die nwo alles ist eins verschwörer das ist so es ist es muss ein ausgleich sein zwischen diesem ganzen politischen dreck der da draußen ist und sage ich einmal dieses dieses trockene kalte nwo getaddle und dann auf der anderen seite aber muss auch das dass die harmonie da sein mit dem ganzen positiven mit dem feeling mit dem spirituellen themen mit dem emotionalen themen und das fällt irgendwie komplett weg das vermisse ich wirklich extrem und die communities haben sich das so geändert in den letzten jahren da bin ich voll bei dir tom und das das ist aber 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 wichtig um eben diese themen mit den themen umgehen zu können das ist genau das weiß du hast ja selber gefragt und viele leute fragen das immer wieder wie könnt ihr mit diesen themen umgehen und dabei noch irgendwie sogar noch manchmal sogar noch witzig sein und trotzdem irgendwie voller lebensfreude und zwar wie wie geht es ja aber das ist das ist eine sehr gute frage wie wie gehst du mit den themen um und du kannst eben mit mit solchen themen umgehen wenn du wenn du ja das ist komisch aber wenn du eben deine eigene energiekanäle ein bisschen weitermachst wenn du ein bisschen wenn du stärker bist dann kannst du auch mehr ertragen verstehst du wenn du wenn du wenn du sehr stark mit dir selber verbunden bist und in dir selber ruhst dann kannst du ganz viel tragen ertragen also dass sie dinge sehen und wahrnehmen und ohne dass dass du gleich in panik oder eine totale depression verfällst depression du sagst ja auch das wort press also da ist irgendwas zu schwer weißt du da wird die last zu schwer entweder ist die last zu groß oder du bist halt nicht mehr stark genug dafür so das ist immer dieses von diese frage aber wenn wenn du eben diese themen sehen willst brauchst du eine gewisse stärke du brauchst eine emotionale stärke du brauchst du brauchst du brauchst liebeskampf es ist liebe was ist das ist so ein altes altes ding licht und liebe viele meine art ist irgendwie so hippie shit oder 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 new age shit aber aber nicht licht und liebe das ist was wesentlich älteres was ich meine das ist auch auch alter indischer kram und so und und die idee dahinter ist licht licht ist information ja wenn wenn zimmer dunkel ist als lichter auf einmal siehst du alles du weißt ja hier liegt was am boden ist der staubsauger da stolper ich jetzt nicht drüber du siehst die gefahren eventuell was ist licht ist licht ist information und liebe ist die kraft wie du mit informationen umgehen kannst und es geht hand in hand und licht bekommen wir jetzt in dieser zeit immer mehr das geht von alleine wir leben im informations zeitalter weißt du die information das nennt man klimawandel heutzutage es ist der tsunami ja das hat das ist klimawandel das ist genau der druck schluss alle reden von klimawandel dabei passiert genau das was du gerade beschrieben hast das ist fucking wort klimawandel ich kann es gar nicht mehr hören das ist genau das was du sagst das ändert sich das ändert sich licht kommt das massenweise also informationen immer mehr menschen wachen auf ich meine selbst wir weißt du ich meine wo wir das jetzt so so irgendwie so semi professionelle hier so betreiben also halt wir sagen halt sehr viel zeit rein stecken das ist ja der wahnsinn wie viele themen sich entwickeln du kannst ja dann nie mit allem irgendwie schritt halten das ist unglaublich viele entwicklungen viel spannende dinge so wo wissen durchkommt die frage ist wie viel liebe haben wir dass wir diese sachen tragen können messe und liebe es im sinne halt im liebe ist das meint dass wie sehr bist du geerdet wie viel kannst du von dieser energie durch dich durchfließen lassen so ohne ohne dass du abhebst ohne dass dir die sicherung durchbrennen das ist liebe so diese diese diesen im fluss bleiben mit der erde das würde ich tatsächlich will so liebe definieren schön gesagt und mit seinen mitmenschen das würde ich noch gar ansetzen so wirst du gesagt dass so allein euer wochenende einfach das nicht so beschreibe ich sie immer wenn ich den leuten sage es wird hektischer werden es wird hektischer das ist genau das es wird quasi so hektisch werden mit der technologie ich sage ich prophezeit in den nächsten fünf jahren wenn wir technologie springen haben dass unser mindset mehrmals platzen wird plus die ganze gefahr die da auf uns lauert und größer wird und so und das ist genau der moment dass wir umso mehr in der liebe zueinander rücken und eine einheit bieten und mit mit einem gefühl mit aus der liebe quasi raussprechen und handeln was das unsere intuition ist und das ist ist das wo es im moment bei so vielen leider noch abdriftet die sag ich mal auf den weg sind von diesen dingen zu erkennen und die verschwörung und so und ich freue mich eigentlich von den ganzen flames die sagen ja der kennt sich dort nicht aus weil das ist ja so und so und so und so denken wir super einer mehr der selbst das ganze recherchiert und so weiter aber dass diese leute sich dann gegenseitig bekriegen und dann uneinig sind wer mehr recht hat und so spaltet uns mal wieder in lauter kleine erleuchtete mini 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 einzelteile noch zerstreuter und noch isolierter als wir es eh nicht schon sind was durchs reden kommt leid zum wir sitzen alle so wir sind alle egal ob es das jetzt ist wir sitzen alle in einem boot das ist alles unsere unsere geschichte wie wir in 1000 jahren von uns als spezies berichten dass die haben was erklärst deinem kind was erklärst du deinem zukünftigen kind angenommen du gehst vor eine zeit zeitreise und erklärst deinem 20 jährigen sohn die zeit jetzt das ist crazy times crazy times aber was wirklich so ist ja in diesen crazy times brauchst du ein großes herz du brauchst wirklich ein großes starkes herz um hier hier durchzukommen und das ist und wir haben alle dieses ding starkes herz heißt ja nur dass du es halt aufmachst du musst es dann irgendwie trainieren oder sowas geht aufmachen und dann dann kommen wir durch diese verrückten zeit noch durch aber wie machst du es jetzt in dem speziellen fall wie machst du es jetzt mit diesen über flüchtlings überfluten und zwar öffnest du da dein herz dein inneres radar sagt natürlich öffnen auf der anderen seite weißt du wieder dass es da zu extremen veränderungen kommt wie auf welcher seite stehst du naja siehst du das ist wieder wieder so wie vorher das herz öffnen heißt nicht dass man dann wie jesus irgendwie rumläuft oder sowas sondern sondern mit offenem herzen die konfrontation annehmen was also aus meiner sicht die es ist ist es nicht gut für den menschen ist es gegen die menschliche natur wenn du völker so so hin und her schiebst also so wie ich den menschen verstehe funktioniert das nicht der mensch ist auch ein tribal wesen und braucht diese 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 gemeinschaft und du kannst nicht menschen hin und her schieben wie wie maschinen oder sowas ist eben auch wieder ein ausdruck von unserem maschinen zeitalter menschen da wird die würde nicht beachtet soll schon bei stalin auch so ganze völker sagt die rebellieren die nehmen nehmen weg von ihrem land und packen die 5000 kilometer woanders hin und so das ist das ist rein materialistisch gedacht und nimmt eben es ist eine falsche herangehensweise an den menschen und deswegen sehe ich natürlich diese 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 politik höchst kritischer und 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 versuche auch also sehe das in konfrontation mit dem was ich für wahr halte und was ich für richtig halte so aber gleichzeitig gegen diese konfrontation mit offenem herzen oder oder das ist der feine und ich versuche es weil mein bestes also ich meine das ist auch alles relativ fest für jeden von uns ist immer das gleiche was ich jetzt erzähle erzähle ich ja nicht nur so ich habe das alles schon ich sagte es genauso für mich selber ja auch besser das ist ja immer wieder gucken halt dass du da aufgehst dass du auf dein herz auch hörst was richtig was ist falsch aber wie gesagt das herz ist es kein pazifist weste pazifismus das ist das ist eine ideologie das ist etwas was vom kopf kommt denn herz sagt das kann auch eine konfrontation kann auch hart werden also auch das gibt es im leben so ja das passiert auch mal ich sehe das wie du ich sehe das wie du weißt welchen freien geistig schon oft durch meine piene getrieben habe wenn es zum beispiel angenommen wir funktionieren ähnlich so ein kollektives bewusstsein seine mind bubble wie jetzt zum beispiel vögel oder die tierwelt wenn jetzt irgendwo eine große katastrophe kommt ein großes erdbeer ein großer vulkanausbruch die tiere spüren es doch oder also die tiere entfernen sie ich packen ihre sachen und so weiter das wissen wir das ist ja vorhanden und was wäre und ich weiß ja so viele dass das wenn ich das nur ausgesprochen habe was für szenen manchen leuten schon jetzt gleich in den kopf kommt obwohl das gar nicht der fall ist was ich meine was wäre wenn wir menschen auch spüren dass da was kommt was wäre wenn das was ganz großes ist und jeder auf der ganzen welt spürt und was wäre wenn der ausdruck von dem was dabei vor sich geht jetzt quasi jetzt in diesen krieg und in diesen massen wanderungen und das alles hektisch wird was ist wenn das einfach nur sag ich mal ja der der film ist von den informationen die wir eigentlich bekommen und was wäre wenn der polschiff wirklich immanent wäre ich meine ein polschiff kommt ein polschiff kommt 275.000 jahre circa und wir sind jetzt im jahr also jetzt sind wir 875.000 jahre darüber das heißt er ist längst überfällig und was wäre wenn was wäre wenn der sehr bald kommt in welcher zeitform auch immer und was wäre wenn manche völker die auf auf ebene leben die halt da nicht mehr dort wären spüren dass sie weg müssen und was wäre wenn das genau mit afrika passiert weil bei einem polschiff wäre ganz afrika es ist so weg also es gibt ja genug berechnungen mittlerweile was würde passieren so in etwa circa und das heißt halt bis zu europa kommen jeder wer sich ja mit irmaier und diese ganzen sachen beschäftigt hat kennt das ja aber was wäre wenn wenn was wäre wenn das was du was ich was wir uns geeinigt haben dass wir es beschreiben als flüchtlingsding und sorrows und so weiter auch wenn er das vielleicht stützt aber was wäre wenn wenn eigentlich darüber eine ganz andere geschichte der fall wäre wenn die menschen einfach spüren dass diese die erde sich verändert und das ziemlich dramatisch und wenn du darüber nachdenkst wenn sie mal alle diese diese aus das was ich kurz weglasst diese ganzen kleinen nebengeschichten es hat sich viel verändert erinnert sich in den letzten fünf jahren zehn jahren das wetter es ist anders es ist es es fühlt sich anders an es wird immer schneller ist wird immer hektischer wir spüren es wir fühlen es in uns ist denkt ist haben wir alle dasselbe gefühl und jeder kann anders damit umgehen die einen werden aggressiver die anderen werden hasserfüllter die anderen werden ruhiger die es ist aber es ist irgendwas da und irgendwas passiert und es passiert nicht nur bei uns weil wenn sie am neptun glaube ich war das einen sturm entdecken der ein drittel so groß ist wie neptun selbst und das ist eigentlich ganz unwahrscheinlich und in amerika so heiß ist es wie seit 1500 jahren nicht mehr was ist wenn sich da was tut wenn die natur die sich ändert und auch die menschen die kriege und diese ganze hektik mainstream geplattere sage ich mal das ist ja nur ein ausdruck davon dass im hintergrund etwas anschiebt was ist wenn das alles so passiert was was tun wir dann was 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 ist wenn der große tsunami kommt nehmen wir die denn alle auf und jetzt da kommen wieder die ganzen trigger die sagen oder tom versuchte wieder zu decken und bildet dass das deutschland ausgelöscht wird das ist eigentlich kommentare ich mittlerweile aber geschmarrn du kannst das halt nichts ausschließen irgendwie ich kann nur sagen das passiert im moment und ich kann nur sagen die erde verändert sich also ich finde die frage super spannend tom das ist auf jeden fall eine sehr gute frage so auch eben die wir hierbei frei geist frei schnauze genau das ist frei geist lass uns mal die frage stellen soher ich meine sozusagen was ist wenn wenn diese migrationsbewegung die wir heute sehen wenn wenn es sozusagen ist dass die menschen tief in ihrem innern den impuls haben hey boah hier ist die kacke am dampfen besser so hier das land ist wirklich verloren also physisch verloren ja das droht es droht eine katastrophe die die komplett den lebensraum vernichtet oder sowas ja was ist wenn der krieger deswegen und deswegen und also wenn das so ist und deswegen die leute migrieren ja das wäre das wäre ich glaube nicht dass so ist ja das wäre das wäre wenn das so wäre dann da müssen wir natürlich schon definitiv als menschen zusammenrücken und so und gucken dass wir halt so viel wie möglich irgendwie an einem sicheren platz bekommen aber aber der der eindruck den den eindruck hat man ja nicht sondern sondern die die leute migrieren aus ganz anderen gründen sagen sie auch also ich meine das ist es ist ein wirtschaftliche gründe es sind natürlich gibt es auch diese ganzen soros und so weiter die 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 leute sogar dazu animieren aber vor allem sind es in primär selber wirtschaftlich der grund sei länder in denen die die zustände miserabel sind und in europa ist es halt besser und dann erhofft sich jeder einzelne davon ein besseres leben die ist aber nicht so dass die wirklich den inneren impuls haben wie jetzt ist echt mein instinkt der mich war ein tier passiert was so wie wie eben ein ein tier flieht vor vor einem tsunami oder sowas und es einfach spürt hier ist was nicht in ordnung aber glaubst du da ist die frage jetzt da glaubst du dass der vogel das spürt und weiß quasi was da kommt und warum er so handelt oder handelt er einfach so weil er gerade so handelt weil es so handeln soll die frage ist wissen die wie bei den den flüchtlingen und so weiter ich meine sag ich mal wenn du auf den filmstreifen schaust und sagen wir du siehst es wie ein kinofilm dann sagst du ja der flüchtet weil weil eben krieg und weil das und das und weil wirtschaft und so weiter aber was ist die wahre hintation von dem der das drehbuch zu dem ganzen geschrieben hat das kannst das kann man zum jetzt das kann ich auch nicht mal sagen das das ding ist halt auch ich sehe das ich sehe nicht so eine große katastrophe kommen müssen also ich spüre nicht dass das immanent ist sondern sondern die 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 zustände auf der welt die auch dafür sorgen dass halt ganze kontinente in wirklich im elend und menschenunwürdig versinken diesen menschen gemacht das ist menschliches drama das ist zum teil natürlich in den ländern selbst die verantwortung ich meine afrika muss einfach auch selber mal irgendwo ihre länder mal besser aufbauen es kann nicht sein dass da immer nur irgendwelche irgendwelche patriarchen irgendwelche patriarchen dort das land regieren und aussaugen ich meine leute da nehmt halt euer schicksal in die hand das ist eine natürlich gibt es auch eine gewisse verantwortung die die manche europäischen länder haben die halt da in diesem kolonial zeitalter über jahrhunderte auch die strukturen dort geschaffen haben da sind ja auch natürlich teilverantwortlich für das was da passiert das sind ja jetzt noch jemand der macht dort in einer anderen form und haben halt ihren präsidenten der halt die gleiche hautfarbe hat wie das land wird was anderes ist das ja genau genau völlig richtig ich meine heute haben wir halt dann so international strukturen wie die iwf weltbank weißt du ich meine die 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 da da ihre politiker machen und und wenn sich einer dem gegen gegenüber stellt und was anderes will dann dann wird abgemurkst dann wird er gepfählt wie der qaddafi oder so weißt du das ist weil der da genau für afrika auch eine andere vision gehabt eben auch diese afrika machen wir uns selber stark ist afrika verdammt was ist ein super reicher kontinent so weißt du ich meine das müsste überhaupt nicht sein dass dort die die massen in so schlechten zuständen leben wir könnten das anders organisieren so und da war aber eben wenn du wenn du da echte visionen hast so wie wie gaddafi oder vielleicht in den in den sechzigern vielleicht sag ich jetzt mal ein ein lumumba dann wird es halt umgelegt ja lumumba war auch damals kongo glaube ich der dann von von der cia umgenietet wurde und so weiter das heißt aber viele möglichkeiten haben die afrikaner eigentlich nicht weil sie sind seit seit jahrhunderten komplett unterdrückt und auch durch europäer und amerikaner und alles mögliche also die haben sind dann nicht selbstständig welches afrikanische land ist halt vertritt sein volk ich meine wo ist das überhaupt der fall selbst aber tom selbstständig sind wir auch nicht weißt du ich meine wir sind in demselben netz gefangen machen wir mehr als sie aber wir appellieren ja ja schon also ich mache auf jeden fall mehr ich meine das ist ja eine unserer grundappelle so die wir immer wieder rausschicken es geht doch permanent um das thema verantwortung übernehmen wir sagen immer wieder leute wir müssen verantwortung übernehmen für unser eigenes leben für unsere mitmenschen für unsere nachbarschaft für unseren kiez für unsere städte für unser land für diese erde das ist ja genau das was wir immer sagen wir müssen verantwortung übernehmen und genau das gleiche das 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 rufe ich auch afrika zu obwohl ich da natürlich keiner hört aber das rufe ich den auch zu rufen leute nehmt euer schicksal selber in die hand ihr seid doch stark ihr habt ein super land auch ihr habt eure connection zu diesem land das ist es ist sinnlos wäre jetzt irgendwie da da völkerwanderung zu machen dass das das wird für dich auch nicht der weg ins glück sein sondern guckt dass ihr euer land stärkt ja und das sage ich auch nicht in irgendwie kolonial herrnart von außen oder oder so mit dem mit dem rein vom kopf her den hintergang gedanken ja da kommt es halt nicht zu uns sonst sage ich das sage ich in jedem land leute ich stehe auch seiten des volkes weißt du das einfachen volkes egal ob das in afrika ist ob das jetzt in deutschland ist wo ich geboren bin oder ob es in indien ist steh mal auf der seite des volkes ich stehe mal was für afrika aber auch bräuchte einfach mal wieder so ein selbstvertrauen wirklich von unten heraus von den menschen so und da könnten wir vielleicht ein bisschen inspirieren oder helfen aber grundsätzlich kann man das nur afrikaner wünschen dass die mal selber selbstvertrauen selbsterkenntnis mal erkennen wer sie sind so und dann kann afrika auch seine probleme lösen ich frage mich halt welches welches eigenbild und was für ein bild der welt quasi rein indoktriniert wurde weil wir haben es ja auch gerade so deutschland österreich so hitlerzeitung böses deutschland böses deutschland so in der art was haben sie quasi reingetrichtet bekommen ich meine viele fernseher und so weiter wird es nicht geben aber das land ist riesig die haben sicher die die weltwahrnehmung wir sind das das kleine afrika und der westen ist so dieses glorreiche ding und so von wegen du musst in den westen kommen ich glaube dass das allein schon über generationen reingeprägte ding in in diesen ärmeren ländern ist du musst in den westen dort bist du erfolgreich dort hast du geld und so weiter dass dieses ding und was wurde den leuten dann eben gesagt wie sag ich mal mehr krieg kommen ist mehr is terror weil im endeffekt wenn ich weiß dass es dort arme menschen gibt und ich kontrolliere den is terror mache ich genau dort terror wo wo sich viele viele dann auf den weg machen müssen und dann halt an die grenze kommen und quasi es gibt nur einen weg und der heißt richtung europa weil es gibt nichts anderes mehr und wenn die dann halt noch flyer bekommen von george sorrows wie super toll das nicht ist und in deutschland kriegst du eine gratis wohnung oder keine ahnung was eh logisch dann kommt der auch ne und warum weil ein gerade so bei dem wirtschaftsflüchtling das ist ja nicht die im endeffekt kommen sie ja weil sie keine bessere alternative haben für sich das hat der mensch ja beschlossen er sieht halt keine andere und warum ist das halt so gibt es dort nicht zu großteil wahrscheinlich ja nein gibt es nicht weil halt alles gebombt und so weiter aber wie willst du diesen menschen halt sagen die dazu noch über verschiedenste sprachen sind ja riesig afrika ist aber nicht dreimal so groß wie europa oder so oder keine ahnung wie viel dreimal so groß nein ich weiß jetzt nicht viermal so groß es gibt afrika das ist tom das ist wirklich wichtig die größe sowohl vom land her als auch von den einwohnerzahlen weißt du ich meine okay wir können wir können lange und das mache ich auch gerne weil es echt ein interessantes thema ist über die probleme sprechen die in afrika sind und wie man sie vielleicht auch angehen könnte aber weil wir beim thema migration gestartet sind eins bin ich mir ganz sicher migration wird keine probleme lösen dafür ist einfach auch der 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 größenunterschied zu gewaltig das glaube ich auch viele von uns europäern nicht weil wir weil viele von europäern noch nie aus europa rausgekommen sind die verstehen nicht wie groß diese welt ist also wie groß afrika ist und wie klein letztens wie viele einwohner habt ihr so 15 millionen oder so was willst du jetzt die probleme in afrika lösen in dem jeder hat andere welcher transfer macht es gibt allein in kleinen ländern afrika was für sich insgesamt sind so viele menschen ich weiß nicht nigeria hat über 100 millionen einwohner oder so was ich meine du kannst und davon sind die allermeisten arm und dinge schlecht obwohl es ein super ölreiches land ist aber das ist wiederum menschengemachtes problem aber ich meine die lösen kann nicht sein dass das dass man die leute alle hier rüber holt weil es ist dann ist das völlig unmöglich unmöglich und das heißt du kannst du wenn überhaupt kannst du nur einen geringen teil übernehmen und dann ist es natürlich auch die frage welchen teil übernimmst du übernimmst du dann die die fair und offen fragen nach nach asyl oder nach einem aufenthaltsrecht arbeitsrecht oder sowas die sich da bewerben oder nimmst du die die illegal ins land kommen ja ja das kannst du nicht das kannst du schaffst du schaffst ungerechtigkeiten du belohnt sozusagen den der das illegal macht indem du sagt naja jetzt schon hier ist kannst du hier bleiben damit belohnt der den und das ist unfair gegenüber dem der nigeria sich das nicht traut zu sagen ja weißt du was mir ist das scheißegal ich kletter über jeden grenzsaun oder sowas zur not kämpfe ich mir mein weg dorthin da belohnt sozusagen auch die falschen leute so müssen also allein dahin steht schon ungerechtigkeit also diese ganze migration kann definitiv nicht keine lösung sein und noch nicht mal zur lösung beitragen dazu kommen ja auch diese unfassbaren geburtenzahlen das kannst du mal auf wikipedia ich weiß nicht mehr genau auf englisch war das glaube ich so birth rates worldwide und da hast du wirklich von den ersten 100 ländern hast du glaube ich also bei den ersten 50 sind glaube ich fast nur nur afrikanische länder dabei und ich meine das ist das das ist auch so wenn du halt geburtenraten hast wo du halt sechs acht zehn kinder hast hast du automatisch ein problem als als land weil weil der erstgeborene kann im grunde noch das erben vom vater so das land der zweitgeborene kann vielleicht noch in irgendwelche staatlichen aufgaben gehen oder früher ins kloster oder sowas aber der dritte vierte fünfte sohn für die gibt es keine perspektive mehr die müssen anders hin die müssen was neues suchen und wenn du natürlich solche geburtenraten hast wie in afrika dann erzeugst du da eine extreme dynamik unter der erstmal die die eigenen die länder vor ort leiden weil du kannst all diesen jungen leuten keine perspektive bieten und viele deswegen hast du auch dort ständig revolten und 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 bürgerkriege auch weil eben dort viele junge männer sind die permanent in so einem aggressiven status sind aber das ist erstmal für die eigenen länder das problem und dann teil von dem wird halt ausgelagert jetzt noch migrationsströme nach europa aber nur ein teil davon nur ein mini teil davon ein mini teil davon ja ja verschwinden geringe hast du dir schau mal ganz kurz auf dem screen es gibt eine seite die heißt the truth the true size.com die zeigt dir das verhältnis weil wir kennen die wir stellen uns die erde vor immer nur so als als kugel und globus und so weiter wenn wir die länder betrachten aber eigentlich sind die länder das verhältnis zueinander durch durch diese rundung sofern seine rundung ist jetzt anders anders groß und du kannst da zum beispiel eingeben germany und du hast deutschland und du kannst jetzt deutschland ziehen im verhältnis wie groß es ist zu anderen ländern und wenn du das siehst irgendwie in europa ist deutschland noch sehr groß im vergleich zu so tschechien und polen da kannst du das über ganz lettern lindern ziehen und jetzt ziehst du das ganze ding mal runter und jetzt wird kleiner 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 deutschland ist wie oft kannst du sagen algerien ist fünfmal zu groß und das ist halt alles afrika das ist so deutschland passt in kenia rein es ist ein bisschen größer als uganda und über kongo brauche ich gar nicht reden dass das verhältnis ist unglaublich allein algerien wenn du die da ansiehst algeria algeria ist größer als ganz europa von der fläche her algeria ist größer als ganz europa und da wird es dann halt wirklich interessant wenn man sich einmal die verhältnisse ansieht allein die größe von russland schauen wir mal an wie groß russland ist also das ist halt im vergleich zu afrika ganz russland ist so groß wie die hälfte von afrika wir haben dann komplett falsche wahrnehmung wie groß die länder rein sind wir haben oft so afrika kennt sich keiner aus da gibt es so viel in kenia gibt es wieder revolten werden leute beschossen wir gehen da gar nichts mit weil nichts davon berichtet wird wir wissen nicht was in den ländern abgeht seit generation nicht weil es gibt keine informationen es gibt keine schulbildung wie viel wer wer lernt gibt es in den aktuellen schulbüchern und ausbildungsbüchern wird da gelehrt über afrika über die einzelnen länder und die politischen sachen und so weiter wir wissen da nichts davon und dass auf einmal ist dieser große run beginnt von menschen von dort die auf einmal jetzt europa fluten warum passiert denn das auf einmal warum wer hat denen gesagt dass die zahle kommen sollen ja sind da hat nicht jeder ein internet handy oder was passiert was für eine propaganda kriegen die reingedrückt weil wenn die von george soros die briefe kriegen wie toll nicht europa ist und deutschland alle müssten kinder gibt gratis geld natürlich kommen die kann man es denen übernehmen und die kommen dann her und sind super pierced weil sie alles zurückgelassen haben und das gar nicht so ist in deutschland und dann haben sie noch weniger perspektive und dann gibt es halt revolte werden in grenzen es ist dann eine logische schlussfolgerung aber wir sind halt alle voll gelackmärten weil die kommen das ist das ding ist voll am arsch das ist ja was ich gesagt habe also diese du kannst nicht menschen in in so großen zahlen so hin und her schieben der mensch ist keine maschine die du da irgendwo aussteckst dann steckst du an das eigentlich funktioniert wieder so ist es nicht es gibt immer menschen auch einzelne die die so wandervögel sind und so weiter und das wird immer ein bisschen wanderung auch geben das ist überhaupt kein problem weißt du das ist nicht dass es um was geht aber du kannst nicht ab einer gewissen größe und wenn du so massen wanderung hast kreiertes stress es kreiert stress und zwar für sowohl die wo die hinkommen also dass die die einheimischen als auch für die die neuankömmlinge es kreiert stress und selbst wenn und das kreiert schon stress selbst wenn viel platz ist also auch die usa die ja so wirklich ein in ihrer geschichte halt so ein ein pot ist so ein multi kulti land selbst die hatten ja da immer wieder auch probleme zwischen etnien da gab es in new york die gangs die waren alle irgendwie ethnisch da gab es italos und 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 so weiter was auch selbst da gab es das dann ja aber aber jetzt hat usa ja noch einfach eben super viel platz gehabt und wenn du dort hingekommen bis zum 19 jahrhundert dann hast du eine perspektive gehabt du konntest halt irgendwo nach westen gehen und dann anfangen halt dir ein stück land irgendwie zu bearbeiten diese perspektive hat das aber die haben wir in europa gar nicht europa ist vom land her so klein im vergleich zum rest der welt und tatsächlich ist europa oder auf jeden fall mitteleuropa wo wir leben mitteleuropa ist der mit am dichtesten besiedelte raum der welt das checken manche leute nicht mehr glauben immer ja da gibt es diese mediestädte in china ja das ist schon richtig aber aber wenn du wenn du so wirklich die region im china hat auch ganze landstriche die wirklich einsam sind bei uns in deutschland gibt es keinen einsamen landstrich es gibt in deutschland keinen ort wo du wo du ausgesetzt werden könntest und wo du in sowas wie wildnis bist also egal wo wenn deutschland sich aus einem fallschirm absetzen würden du läufst einfach los und maximal gehst drei stunden auf irgendeine straße sowas und das ist so wir sind super dicht besiedelt wir haben also wir können überhaupt nicht diese perspektive geben dazu kommt okay wir müssen sehen nicht wie im 19 jahrhundert machen jeder kriegt ein stück land das funktioniert sowieso nicht mehr weil die leute wollen ja auch nicht aufs land ist sie kommen nicht aus afrika um jetzt hier in deutschland ein stückchen land zu haben und dann dann bio kartoffeln anbauen das wollen ja nicht wir sind jetzt im 21 jahrhundert das heißt wir müssen ihnen perspektiven geben wirtschaftliche jobs einfach gesagt ja aber du kannst dich doch mehr reinholen du sagst ja wir sind so dicht besiedelt du kannst nicht mehr reinholen und das ist ja genau die große verschwörung im hintergrund dass es eben eliten gibt die das ganze steuern und auch wissen und halt diesen hahn da aufdrehen damit sie halt europa fluten und aber dass das krasse ist halt wenn du sie fluten das aus zwei gründen also aus einem grund eigentlich sie wissen wenn sie fluten entsteht konflikt zwischen die die dort wohnen und die die quasi dort einwandern gibt es konflikt und das wollen sie ja damit destabilisieren sie ganz europa den ganzen raum und das machen es dann noch krasser indem ich jetzt da ein irgendein anschlag stage oder fabriziere und sagt das sind dann eben ist ein asylant gewesen und irgendwann wird die gewaltwelle auf asylanten heimen wie es jetzt auch schon gab brennen alle asylanten heime und so weiter und dann entsteht auf einmal extrem viel und das wird sich ausweiten auf muslimische generell und dann wird es einen einen ja dann hast du wirklich der kampf wie also so einen zustand wie vor dem zweiten weltkrieg mit den juden sind es dann die muslime und das geht in diese richtung das ist der einzige plan den sie haben und da müssen wir uns so gut es geht mit den leuten arrangieren die da sind und diese ruten komplett dicht machen und denen in afrika sagen ihr sollt nicht mehr kommen nur die werden dann sagen aber bei uns ist es so scheiße weil die theoristen die bei uns das land zerstören dass wir dort jetzt rüber müssen wir sind dort weißt das ist eine eine verzwickte situation die sind uns immer zwei drei schritte voraus und die frage ist wo setzt du da jetzt da an wer ist jetzt der schuldige wir haben ja nicht einmal die wir als volk von europa haben ja nicht einmal sage ich einmal die macht oder das die stimme in unserer eigenen politik kein land weder österreich noch deutschland noch frankreich noch kein land wer welches land vertritt denn noch die menschen an sich wessen interessen werden da gewahrt es sind nicht unsere und ganz egal ob ich jetzt aus österreich deutschland oder wo auch immer komme das ist das müssen wir selbst in die hand nehmen und erst wenn wir das in die hand nehmen haben wir dann dann haben wir plötzlich auch strategische und und diese mittel dass wir dort diesen strom auch stoppen dann müssen halt die menschen da sind es dann wieder wir dann fangt das dann halt bei uns an und das ist ein kopf-an-kopf-rennen wir je mehr das geflutet wird desto mehr entsteht der hass und der wird immer größer und er wird er wird auch im moment exponentiell größer und deswegen auch diese ganzen hass kommentaren im internet natürlich verwenden sie das als als massen massen sensiert tool auf der anderen seite ist ja auch wirklich das hass kommentar potenzial extrem mit der höhe gegangen in den letzten jahren und ich kann davon ein lied sensieren weil ich habe einen youtube-kanal seit fünf jahren und ich merke wie die kommunikation untereinander da ist ja es ist es ist tatsächlich thomas es ist eben nicht überraschend weil das ist genau die natürliche reaktion das ist ja was ich sage wenn du wenn du ebenso völker so so einfach in einem großen maßstab durcheinander mischt kreierst du stress ja ab gewissen maß kreierst du stress und so äußert sich als stress stress äußert sich in worten emotionen und es kann dann eben auch irgendwann zu taten kommen und das ist bei das ist bei tieren nicht anders da gibt es auch da gibt es auch versuche darüber menschen mit allen tieren schon versuche gemacht bei ratten kannst du es auch machen wenn du wenn du ratten wenn du den den lebensraum von denen ein engst die die arrangieren sich ja aber irgendwann geht es nicht mehr und dann kämpfen die miteinander besser also das ist einfach so so ist natur das ist ja eben eben diese ideologie die sagt ja grenzen sind nur nur in den köpfen entstand das stimmt nicht immer grenzen reviere das ist das ist natur und das hat ja auch alles seinen biologischen sinn der mensch und jeder mensch jedes tier manche tiere brauchen sehr große reviere weißt du so ein löwe großes revier so da kann kein anderer sein besser es geht nicht weil weil der braucht diese großen ressourcen so und und jede jede gattung jedes tier und der mensch halt auch mal so so einen gewissen eine reviergröße die halt natürlich ist und du kannst diese dinge nicht so verändern und einfach aus dem kopf heraus und was wir erleben sind ja so große wirklich im großen maßstab auch bevölkerungsexperimente man guckt ja wie es passiert man weiß es wird wahrscheinlich stress kreieren wie sehr da hat er so noch keiner gemacht schauen wir mal was passiert ich glaube dass sie das sehr gut predikten können mittlerweile wie sie genau ihre think tanks ja bestimmte aber aber so oder so wie es wird stress kreiert mit uns menschen und das als leute die leute des friedens die die für den frieden sind kann ich natürlich auch nur davor waren und und tatsächlich kann man das auch sehen wie an an dem phänomen ich habe das schon vor drei jahren oder so ist als diese oder was vor zwei ich weiß gar nicht mehr als da diese massenflucht da über den balkan ging damit ist auch schon gesagt okay ich meine wenn wir jetzt eine million leute aufnehmen oder noch mehr dann müssten wir aber auch sofort anfangen die infrastruktur einer millionenstadt aufzubauen du kannst dich aber leute ins land nehmen und denen keine perspektive bieten wo sollen die wohnen das ist jetzt schon so in unseren in unseren großstädten ist wohnraum erschwingbare wohnraum super schwer zu bekommen aber weißt du was krass ist wenn du da jetzt den markt einfach noch flut ist dann dann kreierst du stress du müsstest im grunde für eine million einwandern musst du sofort eine stadt wie köln neu aufbauen irgendwo der ganzen infrastruktur das passiert gar nicht gar nichts passiert dort und dann wird damit rechnet man eben dass der stress stärker wird aber mir fällt da was eines wird schon gemacht frank in was für länder werden riesen millionen städte die bauten leer stehen ist es nicht saudi arabien china und so warum bauen die erinnerst du dich es gibt ja immer wieder die meldungen so dass das die extrem viel dinge bauen oder extrem viel infrastruktur zum wohnen für millionen warum machen die das eigentlich ja gute frage weiß ich jetzt gar nicht so genau ich habe auch keine ahnung aber vielleicht auch eben für so einen menschenstrom der dann auch das andere länder betreffen könnte aber gerade die länder du genannt hast die nehmen ja keine flüchtlinge noch nicht aber sie haben sich zumindest vorbereitet saudi arabien weißt du das ist ja das ist ja das die haben ja wirklich die das ist ja das saudi arabien hätte ja tatsächlich platz das ist ein großes land auch das ist wieder größe das ist ja echt fett große und saudi arabien könnte viele leute aufnehmen die haben die haben platz die haben die 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 mittel das ist super reich und 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 stehen kulturell doch eigentlich ihren ihren brüdern in syrien müssen die doch nahe stehen also eigentlich müsste es eigentlich barmherzigkeit doch auch da sein die grenzen zu öffnen aber aber null nichts passiert also die arabischen ländern nehmen überhaupt nichts auf keine ahnung keine ahnung schauen wir mal vielleicht vielleicht wissen die einfach mehr was passieren wird und ich weiß es sind mehrere länder es gibt viele länder die so richtig lehrstimmende dinge haben und wir haben das halt überhaupt nicht schon mehr kann es ist das ist die frage was halt die lösung ist die lösung kann halt nur sein dass das dass die ich dass die linke seite und die rechte seite und die bürger halt generell europa sich da irgendwie vereinen und so für uns europäer wenn man uns europäer nennen kann mehr da als deutscher oder allein wird es nicht klappen ich glaube nicht dass das die deutschen allein oder das ein land allein die macht darüber hat an ihre eigene die macht selbst unter kontrolle zu bringen ich glaube das muss in einem verbund so länderübergreifend so zwischen uns so wie wir da jetzt da in der ländereck miteinander reden und so ja länderübergreifend oder überhaupt das vom es muss vom vollkommen also von den einfachen menschen die einfachen menschen und das das sind wir alle sowas wir haben halt nicht mehr viel zeit frank wenn das ganze so weitergeht du siehst es an venezuela an venezuela passieren irgendwelche dinge und amerika sagt jetzt mittlerweile der trump sagt er schließt eine militärische operation in venezuela nicht aus what the fuck frank amerika sagt zum ersten mal wenn ihr da drüben stress habt und könnt quasi euer volk nicht beherrschen und da passiert irgendwas dann helfen wir euch aber so wie wir wollen das erste mal normalerweise sollte die linke szene die rechte szene die identitären oder wie auch immer sich diese eigenen gruppierungen nennen alle gemeinsam aufschreien und das das tut keiner weil wir würden nie dasselbe sagen wie die andere seite und die linke nicht wie die rechte seite und umgekehrt das ist unglaublich und wenn es irgendwelche zustände in europa gibt wenn das volk wenn wir uns in die fresse schlagen mit irgendwelchen asylanten und wenn da irgendwie krass passiert und unsere eigene innere sicherheit wir nicht mehr gewährleisten können weil dann auch noch getriggerte anschläge durch saudi und amerika und diese ganze dinge wenn das auch noch passiert und dann europa schreit amerika helft könnt ihr uns vielleicht unterstützen wir sind schon längst da wir machen das wie viele militärbasen gibt es in deutschland 300 er helft den deutschen mal weil die hauen sich gerade in die fresse und da passiert was bei wahlen und so das ist so gefährlich wir müssen aufpassen dass diese dass wir in diese gewaltspirale nicht reinkippen und diese hastigen weil die warten nur drauf wir warten nur dass da was passiert und die sind schon da und euro geht vor und co also es ist keine keine geschichte genau so funktioniert das ordo ab cao was das chaos kreieren und darauf aus dem chaos kann man dann eben neue strukturen schaffen und das sind halt dann die was wir so unter dem sammelbegriff nwo halt haben das ist das ist offensichtlich der plan das wissen wir auch alle schon und ja trotzdem ist es schwierig damit umzugehen aber wie wir es schon die ganze zeit sagen okay wir müssen die herausforderung annehmen müssen deswegen sprechen wir auch wieder über das thema und werden auch nicht das letzte mal gemacht haben weil wir eben mit dem thema auch irgendwie umgehen müssen so es ist halt da es ist perfide das ist halt das die spielen schon mit sehr perfiden methoden aber durchs reden kommen gleitsam und wer sagt nicht dass irgendwer so die ich sage immer ich habe nicht die ich habe nicht die antwort auf die fragen ich kann keine lösung sagen ich bin nur der betrachter ich kann nur sagen was ich da wahrnehme aber ich glaube dass das wir so im verbund wenn dass wir auf lösungen kommen die wir vorher nicht am zettel hatten wir jetzt alle uns gar nicht vorstellen können aber ich glaube dass das wir irgendwie gemeinsam da entsteht dann was neues draus und dazu muss müssen wir zusammenrücken und offen sein füreinander mensch 21 46 wir wollten eigentlich nur so ein kleines intro starten so schon wieder was halb durch zum aber war echt wieder wieder ein guter flow hier und ich meine vielleicht vielleicht wollen wir da mal so eine pause machen dann könnte man so überlegen was man da jetzt weil wir haben ja noch ein thema vorbereitet für heute ja und als überleitung europa ist doch ein sinkendes schiff oder ja genau wir wollen nachher noch ein bisschen über die titanic sprechen und das ist auch eine story die dann wirklich auch in ganz andere bereich wieder rein führt also wir werden es halt im frei geist frei schnauze style machen und aber ich bin mal gespannt wo wir dabei rauskommen starten tun wir so irgendwo in den eisbergen und mal sehen wo es dann hingeht nein aber europa ist kein sinkendes schiff ich so nicht sagen weil ich bin da immer noch besser wir sind stark wir sind stark wir an gar nicht wie stark wir sind das ist für mich ist immer noch für mich ist immer noch die frage ist warum jetzt eine revolution ich habe letztens jemand jemand sagen hören also so in amerika da hat jemand das ding rausgehauen revelation statt revolution also revelation heißt enthüllung aufklären informationen weißt du ja und nach wie vor bin ich auch auf dem ding also da da setzt noch alles drauf dass wir infos raushauen die die uns stärker machen was soll die uns stärken und dann dann dass wir stark genug sind mit der konfrontation wie auch immer die dann laufen wird welche lösungen dann sich wann bieten im moment sich dann auch keine aber das moment ist es ist für uns der drang immer noch lassen stärker werden besser und das selbstvertrauen gut dann schalten wir mal kurz in die pause 1 1 vorweg wir haben heute wir haben wie viele von euch wissen die regelmäßig schon reingehört haben wir versuchen ja auch die community zu unterstützen und euch zu unterstützen mit irgendwelchen spirituellen texten oder oder habt ihr eine band und habt ihr irgendwie coole coole texte und so weiter und dann haben viele leute was eingeschickt auch alte musik auch musik die einfach unsere zuhörer hören und wir möchten euch die möglichkeit geben da an reichweite zu gewinnen wir werden das ganze in unseren sendepausen einspielen wir haben heute was da auf youtube von floren mechler der der neues akustik gitarren album rausgebrachte tree und da will ich zwei lieder daraus vorspielen und es ist echt ein super super geiler song also mit faller ist nicht und wenn ihr irgendwas habt wenn ihr bands kennt wenn sie ihr hiphopper rapper kennt ich habe mich erst jetzt vor kurzem mit jemanden getroffen der in der österreichischen hiphop szene der irgendwie sehr einmal wird ist und irgendwie so drinnen ist und da reden wir mit den ganzen menschen dass sie uns halt die genehmigung geben dass wir ihre songs spielen dürfen und dass wir quasi die die message von den straßen auch da raus bringen und die sonst nie jemand hört weil wir haben die wir haben gott sei dank die möglichkeit dass da 15.000 oder 12.000 leute jede woche uns dazu hören insgesamt und so kriegen wir die message raus also wenn ihr was habt schickt uns ein e mail an help at who knows punkt me ihr findet das alles auf der homepage würde mich sehr darüber freuen und jo frank lassen sie die pause gehen wir sehen den knappen musik raus Tom kannst du die musik ein bisschen leise machen bei mir im kopf hören wenn du die musik raus kommst du dich her die mich ab 1 bis zum nächsten Mal prob consumend die musik leur wenn du di Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 für alle Leute, die auch so eine Message, so eine Gefühlsbotschaft haben, weil Musik ist ja nichts anderes wie eine Erweiterung von euren Innersten selbst, was ihr nach außen bringt. Schickt uns das bitte. Schickt uns das. Wir wollen, dass das mehr Gehör bringt. Vielen, vielen herzlichen Dankeschön. So, Frank, so Frank, die Titanic, die Titanic, die Titanic singt, wie der Name schon sagt, ein großes Thema, wie der Name schon sagt, ein großes Thema, Titan, der Titan, die Titanic. Ja, es ist ja, es ist ja die Titanic, weißt du, es ist ja einer von diesen ganz, ganz großen Mythen des 20. Jahrhunderts. Und ... ... Mythen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass die wahre Geschichte oft eine ganz andere ist. Und die Motive hinter der wahren Geschichte oft noch mal ganz andere sind. Und wenn man erst mal anfängt, diese Mythen zu demaskieren, dann entsteht auch ein anderes Gesamtbild, in das sich dann auch gewisse Ereignisse einfügen. Und ja, so ist es tatsächlich auch mit der Titanic. So eine Story, die im Grunde genommen jeder kennt, jedes Kind weiß. Das ist eben ein Mythos. Das ist so ein großes Wort. Schiffskatastrophen gab es schon ganz viele. Es gab größere, ja. Also auch in Deutschland, sei nur mal der Name, Wilhelm Gustloff, so an den erinnert. Es gab schon viel größere. Es gab immer wieder welche, so. Aber Titanic ist so das Ding schlechthin, wenn es um Schiffskatastrophe geht, was jeder so im Kopf hat. Also unter Titanic, wenn ich so mein Wissen, also mein Wissen, mein Ding abrufe. Titanic war irgendein Schiff, was im Wasser untergegangen ist, weil ein großer Eishügel sozusagen ist untergegangen. Es gab einen Film mit Leonardo DiCaprio, den ich, glaube ich, einmal gesehen habe, zehn Jahre später. Das ist so Titanic, das Bild, was ich bislang hatte. So wie wahrscheinlich die meisten anderen. Also wer hat sich schon mal mit der Titanic oder mit der Geschichte der Titanic befasst? Ich habe es bislang noch nicht. Ganz kurz, weil du ja das Thema ansprechen wolltest, habe ich kurz mal da reingelesen. Und da scheint es ja, welche Verwunderung, doch mehr zu geben, warum dieser Titanic, dass Titanic jeder kennt und so gehypt wird. Da stinkt meistens der Fisch am meisten im Hintergrund. Ja, interessant ist schon bei dem Thema Titanic, man weiß ja auch, wer der große Narrativ-Erzähler in diesem Fall war. Es war ein gewisser Walter Lord und der hat das Standardbuch geschrieben, was so die Menschen irgendwie, was ihnen das Bild gibt von dieser Geschichte. Er hat das Narrativ entwickelt. Walter Lord, das Buch heißt A Night to Remember, ist 1955 rausgekommen. Und das ist das, was so den Standard setzt, wie die Geschichte abgelaufen ist. Und dieser Walter Lord, der war schon im Zweiten Weltkrieg, war der schon Mitglied beim OSS. OSS ist der amerikanische Geheimdienst. Das ist der Vorläufer von der CIA. Ah, ja. Der war also alte Geheimdienst-Connection schon in den 40ern, OSS und dann später als CIA. Und in dieser Zeit hat er dann das Buch geschrieben. Das ist schon das erste Mal interessant, wer wieder die Geschichte erzählt. Walter, wie heißt der? Walter Lord? Walter Lord. Walter Lord. A Night to Remember, ist ihm so wichtig. Der hat übrigens mehr so Narrative geschrieben. Der hat auch Bücher geschrieben über gewisse andere Ereignisse, so Kriegsszenarien, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Das ist so ein Narrativentwickler. Und in der populären Kultur kommt es dann so an. Das ist das. Und tatsächlich, Populärkultur auch, das war ein Bestseller, diese Story. Und er galt halt danach als die Koryphäe zu dem Thema. Und wenn es irgendwo dann mal Dokus gab, dann wurde dann immer auch er gefragt. Und tatsächlich, selbst bei diesem Film, der jetzt wahrscheinlich für die meisten Menschen wohl die erste Quelle ist, ist halt dieser extrem erfolgreiche Film, der auch wirklich gut ist. Der geht einem echt, ach, krasser Film, ja. Aber der Film von James Cameron und dieser Walter Lord, der war sogar Berater von James Cameron. Also auch der war ... James Cameron hat Titanic gemacht oder wer hat ... Genau, das ist der Regisseur von Titanic, richtig. Und Walter Lord hat ihn beraten bei dem Film. Also schon beim Skript, beim Drehbuch. Damit auch sozusagen das Narrativ auch richtig erzählt wird. Ich meine, das ist doch schon ... Ein interessanter Zug. Ja, genau. Dann sollte man auf ... Das macht es schon fraglich. Dann sollte man gucken, interessant. Wenn da solche Narrative so erstellt werden, vielleicht ist halt die wahre Geschichte eine ganz andere so. Und ja, die Dinge, über die wir heute sprechen, das sind halt die, die da im Film halt nicht vorkommen. Obwohl die vielleicht gerade das ganze Thema Titanic halt wirklich noch interessanter machen, ja. Was wäre das zum Beispiel? Oder was ist jetzt die Story? Warum ... Wer war dahinter? Warum wurde sie gesunken? Was war an Bord? War es ein Versicherungsfall? Um was ging es denn? Wie ging es denn? Wie bist du da gekommen? Genau. Die Titanic war ja ein Schiff von einer britischen Reederei, die White Star Lane. Und ich meine, da geht es schon los. Weißt du, allein der Name, der klingt schon, als ob der sich in irgendeiner Illuminatenküche zusammen gemixt wurde. White Star. White Star Lane. Also Line. Ich meine, wir erinnern uns hier an die Zeit, wo David Bowie gestorben ist. Da haben wir darüber gesprochen, über White Star, Black Star und diese ganze Symbolik dahinter. Und okay, vielleicht ist es einfach nur ein Freakenzufall, aber es ist halt so das erste kleine Ding, was ich ja habe. Also das ist die White Star-Line hieß die, ja. Und was ist noch interessant, mal, es ist eigentlich eine englische Reederei gewesen, aber die wurde dann aufgekauft, eigentlich relativ kurz bevor diese ganze Titanic-Geschichte war, 1912 war das übrigens, ein paar Jahre vorher wurde diese White Star-Line aufgekauft von einem gewissen JP Morgan. Ja, das habe ich nachher. So weit bin ich gekommen. So weit bin ich gekommen. JP Morgan. Und JP Morgan ist natürlich hier den Kennern unter uns, kein Unbekannter, das ist klar, genau. Morgan, das ist von dem berühmten Bankhaus. JP Morgan ist einer von den Männern, die dann später bei Jekyll Island mit der Gründung der FED am Start waren. Und JP Morgan ist einer von denen, die in dieser Zeit Top-Wall-Street-Banker waren und diese Strukturen geschaffen haben, die wir heute immer noch haben. Und das ist eben das Thema, wohin uns das führt. JP Morgan. Und ich meine, das macht es auf jeden Fall dann schon interessant. Ah, dem hat das gehört? Das ist interessant. Das ist wie wenn wir heute über irgendwas reden und es taucht der Name Soros auf. Dann schaust du, ah, da müssen wir genau hingucken. Und JP Morgan, dem gehört die Titanic? Okay, hot damn. Das ist JP Morgan. Aber das Datum habe ich doch interessant gefunden. Weil es war am 19.1. wurde der Ocean Steam Navigation Company durch den US-amerikanischen Bankier John Pierpont Morgan aufgetaucht. Und der wichtige Teil an Morgens EMMC Trust. Also das ist 1901. Das Datum spielt auch eine große Rolle. So 1, 2, 3 und diese ganzen Entwicklungen mit der FED. Das spielt auch eine bestimmte Rolle. Weil wir wissen ja, diese Leute, die planen immer auch mit diesen kabbalistischen Mustern. Also für die ist das irgendwie wichtig. Ja, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Der hat das dann gekauft? Genau. Es war halt auch eine Zeit, in der es auch viel Immigration gab aus Europa nach Amerika. Also überhaupt halt generell viel Passagierverkehr. Das war noch in der Zeit, wo es Flugzeuge noch undenkbar waren. Und da hat er halt groß investiert in dieses neue Geschäft. Und hat dort die Idee gehabt, drei große Luxusliner zu bauen. Die hießen die Titanic und dann eben zwei Schwesterschiffe. Die Olympic und dann noch die Britannik. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Britannik dann überhaupt noch gebaut wurde. Ich glaube, die wurde später gebaut. Ja, spielt aber da keine Rolle eigentlich in der Geschichte. Um was es hier jetzt erstmal geht, sind diese beiden Schiffe Titanic und Olympic. Und als erstes wurde die Olympic gebaut. Und die war das erste Schiff. Und die stand aber, wenn wir schon so reden, die stand aber unter einem schlechten Stern. Und einen schlechten White Star. Denn die Olympic hat schon auf ihrer ersten Fahrt oder sie hat überhaupt in den wenigen Jahren, die es sie gab, mehrere Zwischenfälle gehabt. Unfälle. Ein paar kleinere Dinge. Aber unter anderem, dann ist sie mal mit einem britischen Militärschiff zusammengekracht. Und das war auch noch so ein Schiff, das war auch noch so ein Schiff, was dafür gebaut wurde, um andere Schiffe zu rammen. Und dummerweise genau so ein Ding ist man zusammengestoßen. Und das soll dafür gesorgt haben, dass dieses Schiff, die Olympic im Grunde genommen irreparabel war. Da soll sich der Kiel verzogen haben. Und Kiel verzogen, also bei so einem Schiff, ich meine, das ist die stärkste Stahlstruktur. Das ist wie das Rückgrat beim Menschen oder sowas. Oder beim Auto, sagt man, in der Rahmen verzogen ist, dann ist es total Schaden. Das kannst du nicht reparieren. Einzel Löcher und all, du kannst viel machen. Aber wenn der Kiel verzogen ist, dann kriegst du auf Dauer keine Stabilität mehr rein in das Boot. Und was haben sie dann gemacht? Weil ich habe mir dieses Doku, das du mal geschickt hast, zum Thema, genau bis du auf den angeschaut. Die haben mir dann gezeigt, was für ein Riesenloch das Ding eigentlich hatte. Also das war ja komplett hinüber, das Schiff. Und das haben sie aber dann, glaube ich, wieder repariert, oder? Ja, man konnte es auf jeden Fall erstmal wieder einigermaßen instand setzen. Aber eben auf Dauer war der Schaden zu groß. Das ist wie so ein Auto auch. Du kriegst es nicht mehr richtig hin. Du kannst es natürlich so improvisieren, damit du noch ein bisschen fahren kannst. Aber TÜV bekommst du keine oder Dauer hat es nicht mehr. Das war so die Situation. Und jetzt die Geschichte. Und bei der ganzen Story, ganz ehrlich, ich meine, es gibt auch Punkte, die sprechen gegen diese Story. Ich sehe das jetzt im Grunde genommen immer noch als, ich weiß nicht, ob das erwiesen ist. Also als erwiesen, ob ich das so sehe. Genau. Aber wir präsentieren es halt einfach mal. Der Story nach hat man dann versucht, einen Versicherungsbetrug zu machen, indem man dieses kaputte Schiff, diese Olympik, umschreibt als die Titanic, die dann sozusagen neu vom Stapel läuft. Und im Grunde genommen bist du das alte Schiff vom Stapel lassen und das dann irgendwie auf hoher See versenken. Okay. Und dann hättest du sozusagen die Versicherung, das nagelneue Schiff ist kaputt und so weiter. Und das ist so der Grundplot, der dahinter steckt. Also ein ganz... Ein klassischer Versicherungsbetrug. Ganz genau. Was übrigens in der Schifffahrt nicht ungewöhnlich war. Das muss man eben dazu sagen. Man denkt sich jetzt heute so, ja, aber wie hätte man das machen sollen, weißt du, bei so einem großen Schiff, das fällt doch auf und so weiter. Aber wir müssen uns auch mal reinsetzen in die Zeit, 1912. Ich meine, da gab es keine Massenmedien, Internet gleich gar nicht, aber auch noch nicht mal Fernsehen. Ich glaube, es war nur noch ein großes Radio am Start. Und in dieser Zeit hatte es halt Zeitungen. Und da kann keiner drüber berichten halt. Ja, man hat da vielleicht schon drüber berichtet, aber selbst wenn. Ich meine, weißt du, heute ist es auch so, bei 9-11, da wissen wir auch, dass es Bullshit ist, was berichtet wird. Und trotzdem kommt man damit durch scheinbar. Und so muss man sich das da auch vorstellen. Es gab schon, also es ist nicht so einfach, aber es ist eine Lüge und du konntest damals durchkommen. Und man hat das wohl relativ häufig auch gemacht, Versicherungsbetrug. Was übrigens auch bei 9-11 ja auch eine Rolle spielt. Ja, die haben ja auch doppelte Versicherung bekommen zu 9-11, weil ja quasi zwei Tümer ja umgefallen sind. Das waren zwei unterschiedliche Terrorangriffe. Und die haben zweimal die Ausschüttung für Terrorangriffe bekommen. Genau, Mr. Blowett Silverstein hat da wirklich die nötige Schüspe da bewiesen bei der Verhandlungsführung. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Aber das ist tatsächlich, es gibt mehrere Parallelen zwischen diesem 9-11 und Titanic. Das ist doch interessant. Und das ist eben auch einer von diesen Dingen. Okay, und das ist also die Grundidee, dass man da halt dieses Schiff loswerden wollte, Titanic. Ab jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wie ist es dann zu der Katastrophe gekommen? Hat man dann einfach so wirklich völlig seelenlos da ein vollbesetztes Schiff dann absichtlich sozusagen versenkt und da die Tausende von Toten in Kauf genommen? Ich meine, das ist schon eine harte Geschichte. Und ab jetzt gibt es da so verschiedene Möglichkeiten, ob das Schiff mit Absicht in diese Eisberge reingetrieben wurde und im Grunde genommen keine Chance gehabt hat. Also früher oder später, wenn du da reinfährst, musst du mit irgendwas zusammenstoßen. Das war, wo sich halt die Frage stellt, warum sind die da überhaupt hingefahren? Ist es überhaupt auf einen Eisklotz gestoßen? Ist das bewiesen? Oder gibt es da auch Gegenargumente? Die sagen, die ist nirgends dagegen, sondern es wurde oft gesprengt, das, was sie repariert hatten oder keine Ahnung. Naja, das mit dem Eis, da wird man nicht ganz rumkommen. Also da war schon Eisbär. Es waren ja auch Leute, es gibt auch Raumzeugen und Leute, die überlebt haben. Das Ding ist nur, dass es einige Schifffahrtsexperten, und das ist halt wieder die Sache, weißt du, Tom, ich meine, wir können es nur so annehmen, wie es halt ist. Ich bin jetzt auch kein Schifffahrtsexperte. Sieht da das absolut klar, See oder nicht. Aber einige sagen halt, ein Eisberg kann so ein Schiff wie die Titanic nicht versenken. Ja, die Titanic wurde so gebaut in mehreren Kammern und so weiter und so gebaut, dass sie nicht so einfach sinkt. Vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit. Das ist dieser erstaunlich schnell gesunken, insgesamt in 160 Minuten. Was? Und da sagen halt, und schon damals haben viele Schifffahrtsexperten gesagt, das ist schon komisch. Da muss ja viel mehr offen sein, also da muss ja viel mehr Wasser einbringen können, wenn es so schnell schwingt. Also es ist doch nur vorne, ich habe mich mit dem Titanic-Dem noch nie beschäftigt. Ja, auch generell mit Titanic nichts. Die Theorie ist, dass es vorne wo rangefahren ist und vorne ein Loch bekommen hat und dann gesunken ist, oder wie? Naja, nicht vorne, sondern eher so seitlich so ein Ding. Also komplett aufgerissen. Und dass es halt an der Seite aufreißt. Sodass schon ein großer Schaden entsteht. Aber auch, wie gesagt, die Geschwindigkeit ist ungewöhnlich, weil Schiffe in der Größe, also normalerweise, wenn die dann sinken, dann dauert es einfach länger. Also die Geschwindigkeit war schon so schnell. Da muss ein großes Aufgerissen sein. Genau, es gibt halt Leute, die sagen, der Eisberg hat es eben nicht gemacht. Also das ist halt der äußere, sichtbare Schaden. Aber da gibt es noch was anderes. Und hier vieles von dem, was ich erzähle, könnte ich auch gleich mal so eine Quelle angeben. Das ist John Hamer. John Hamer, ein Engländer, der da ziemlich gut, meiner Ansicht nach, die Dinge da zusammenstellt. Ist aber nicht die einzige Quelle. Aber der zum Beispiel, der berichtet eben darüber, wenn ich mich recht erinnere, was der, dass die Frage ist, ob da nicht noch was anderes nachgeholfen hat. Aber was? Dass dieses Schiff auch wirklich sinkt. Und das ist dann auch wieder so eine Parallele wie zu 9-11. Weißt du, ich meine, Plane oder No-Plane, hin oder her, aber irgendwas, oben an den Türmen ist irgendwas passiert. Aber das ist nicht das, was wirklich die Türme zum Einsturz gebracht hat. Aber was gibt es für Möglichkeiten? Was hast du da rausgefunden? Was wird behauptet? Ja, Sprengung. Sprengung, okay. Es gibt Augenzeugenberichte, die, na gut, gibt es irgendwie. Es gibt Augenzeugenberichte von Explosionen, aber das ist wiederum, das kann natürlich sein. Ich meine, das ist ein Dampfboot, weißt du? Also wenn das halt irgendwie am Sinken ist, dann explodieren auch Dinge. Also die Kessel mit dem Dampf, das ist ein Riesendinger, die stehen da unter Druck und irgendwann zerreißt die halt dann. Also Explosionen gibt es halt da. Leute haben Explosionen gehört. Das ist aber so jetzt nicht zu beweisen. Aber was halt da als Argument auch angeführt wird, ist, das hat, entweder war es John Hamer oder Kenneth Price Jr., den kann ich vielleicht auch noch nennen, Kenneth Price Jr., aber auf den komme ich auch nachher noch ein bisschen genauer. Aber einer von denen hat auch gesagt, dass es bei einer von diesen Tauch-Expeditionen, es gab ja mehr Expeditionen zur Titanic runter mit so Tauchbooten und eine von denen, so eine private, die haben wohl Bilder geliefert, die zeigen, dass der Rumpf der Titanic in zwei Teile gebrochen ist. Die auch mit relativ großem Abstand voneinander liegen. Was eher so deutet wie, das Schiff ist schon oben zerbrochen. Oder ziemlich nah an der Oberfläche. Ich habe da ein Bild gefunden. Ist es das? Da muss ich mal schauen, ja. Ich sehe irgendwas anders hier. Ich sehe irgendwas völlig anders. Ich sehe ja irgendeinen Wikipedia-Eintrag von, oh geil, interessanterweise. Nein, im Skype musst du schauen. Ja, ja, da schaue ich schon. Da zeigt es mir irgendwas anderes an. Okay. Whatever. Ist egal. Muss ich vielleicht nochmal neu laden. Aber es heißt, dass es in zwei Teile zerbrochen ist und in relativ großem Abstand. Und das ist dann schon, weißt du, so Eisbergen und ein Schiff in zwei Teile zerreißen, naja, da gehen halt viele nicht mit. Mir selber fällt das jetzt schwer, das so genau zu beurteilen, weil ich bin eben noch kein Fachmann. Aber ganz ehrlich, das erinnert mich eben auch wieder an 9-11, weißt du, wo die Geschichte, dass Flüge zwei, nein, drei, nein, im Grunde genommen alle WC-Gebäude da zu Staub verwandeln. Kann ja auch nicht sein. Irgendwas ist da anders. Irgendwas anderes ist da noch passiert. Und das könnte eben hier so auch diese Geschichte sein, dass der Eisberg, der hält halt als Erklärung her und dahinter steckt aber noch was anderes, mit dem man sicher gegangen ist, dass das Schiff hier verschwindet. Alles nur für einen Versicherungsbetrug. Naja, das ist eben das Ding. Das ist schon hart genug eigentlich. Spuck aus die Verschwörungstheorie. Was gibt es noch? Genau, was jetzt noch dazukommt. Und das sind keine Theorien, das sind erstmal Fakten. An Bord der Titanic haben sich halt auch ein paar sehr einflussreiche Großkapitalisten befunden. Damals war auch der Breakaway noch nicht so, weißt du, wenn die über den Atlantik wollten, dann mussten die auch mit dem Schiff fahren. Die hatten dann noch nicht ihren Privatjet und mussten halt da auch an so einem Großliner mit. Und da waren eine Reihe von interessanten Finanzmagnaten, im Grunde genommen Amerikaner oder auch, das sind auch oft so alte Familien, gerade das ist die Family Astor. Das ist auch eine ältere Bloodline. Also die haben auch Verbindung zu Europa. Jedenfalls waren dort bedeutende Leute vom Großkapital an Bord, die Gegenspieler waren von dem JP Morgan. Der JP Morgan hatte damals ja schon die Idee, oder nicht er alleine, aber er hat zu dieser Partei von Wall Street, von Großbankern gehört, zum Teil auch alter venezianische Geschichte, alte Banker-Clans. Und er hat halt zu dieser Fraktion gehört, die gesagt haben, die diese Idee mit der FED gehabt haben. Lass uns die FED gründen und dadurch in Amerika das Monopol auf Geld in die Hände bekommen. Und naja, wie es halt auch bei diesen Superreichen ist, es gab eben auch Gegner davon, weil die auch für sich vielleicht wirtschaftliche Nachteile gesehen haben. Wenn du nicht zu dieser engen Gang um Morgen, Warburg, Del Banco und so weiter, wenn du nicht zu diesen Leuten gehörst, dann weißt du als Geschäftsmann auch, das könnte auch deinen Interessen schaden. Und diese Leute haben natürlich versucht, diesen Plan, diese FED zu gründen, zu sabotieren. Oder zu verhindern, muss man besser sagen. Und ich nenne mal nur ein paar Namen, um die es da geht. Das ist Benjamin Guggenheim, gestorben auf der Titanic. Der war ein großer Stahlmagnat. Das ist also schon mal auch kein Banker, das ist ein großer Industrieller. Die haben oft durchaus nicht die gleichen Interessen. Der hatte kein Interesse daran, dass die Banker das Geldmonopol auf einem in der Hand haben. Dann war dabei John Jacob Astor aus der Astor-Familie. Ich mache das alles parallel gerade auf. Ich weiß nicht, ob du es siehst im Skype mittlerweile. Aber ich habe die... Red einfach weiter. Irgendwie, mein Skype zeigt mir jetzt irgendwie an, es lädt irgendwie. Okay, egal. Egal, ich mache es einfach so. Ich mache es so. Ich mache es so. Aber auf jeden Fall, ich meine, diese Namen, die kann man alle nachschauen. Das ist jetzt eben keine Theorien. John Jacob Astor, überhaupt interessant. Astor-Familie. Dann war noch dabei ein gewisser Isidor Strauss. Isidor Strauss. Auch der... Inhaber der New Yorker Kaufhauses Macy's. Genau, großer Kaufmann. Das waren halt reiche Leute. Und die waren, und da müssen wir noch einen vierten Namen nennen, der allerdings nicht an Bord der Titanic war, aber trotzdem erwähnenswert, ist Lindbergh. Und zwar der Vater von dem Charles Lindbergh, der dann als erster mit dem Flugzeug den Atlantik überquert hat. Wow. Der Vater, das war eben auch ein Lindbergh-Vorland, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Wenn alle eine Spezialreise bekommen haben, Tickets freuen sich darüber. Yeah, und der Jippe Morgan freut sich im Hintergrund. Ja, und der Lindbergh war nicht an Bord, aber diese vier Namen, das sind vielleicht die wichtigsten, die wichtigsten Gegenspieler von diesem J.P. Morgan mit seinem FED-Projekt. Und die hatten vor, eine öffentliche Kampagne auch zu starten dagegen. Öffentliche Kampagne heißt halt auch in Zeitungen, dass du halt Artikel platzierst, die darüber aufklären, über diese Pläne. Und wer weiß, wer weiß, wie die Geschichte gelaufen wäre, wenn deren Kampagne gelaufen wäre, so öffentlich geworden wäre, dann hätte vielleicht dieser Trick mit der FED nicht hingehauen. Denn, nur noch mal zur Erinnerung, aber die meisten von euch werden es eh wissen, die FED wurde ja gegründet auf Jekyll Island, das ist eine kleine Insel, vorgelagert, auf dem Meer draußen, also eben schon Breaker, da kommt nicht einfach jemand hin, also irgendwelche Journalisten konnten da nicht einfach hinfahren. Und es wurde in so einer Nacht-Nebel-Aktion, haben die dort diese Banker, es waren, wie viele waren es gleich nochmal, die Zahl ist auch nicht unbedeutend, aber jetzt sage ich es wahrscheinlich falsch, deswegen sage ich es immer nicht, also so ein enger Kreis von Bankern, haben sie dort zusammengesessen und haben diesen FED-Plan entworfen und haben dann durch ihren Lobbyismus, den sie hatten, dann das amerikanische Parlament dazu gebracht, dieses Ding abzusegnen. In der letzten Session vor Weihnachten 1913. Wo keiner da war, wo keine Sau im Parlament war, weil halt Weihnachtszeit war. Genau, es waren noch ein paar da und die wollten auch jetzt noch bald Feierabend machen. Ja, ja, macht's ruhig, macht's ruhig. Ja, manche hatten noch eine weite Reise, es war 1913, weißt du, wenn du als Senator von Kentucky warst und so, da bist du halt schon vorher abgereist, so war das. Und da hat man das Ding durchgedrückt, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Und ich meine, diese Nacht- und Nebel-Aktion hätte vielleicht nicht funktioniert, wenn diese Leute ihre Kampagne durchgebracht hätten, weil der wäre eben Nacht und Nebel nicht da gewesen, die hätten ja auch, die haben ja auch, das waren ja auch Lobbyisten, wir dürfen ja nicht sagen, diese Guggenheims, Astors, Strauss und so, das sind jetzt nicht Leute, die das aus gutem Willen für uns machen und da aus Herren Motiven diesen Morgen aufhalten. Das sind nur, die machen es nur aus Eigeninteresse, aber die hätten dann auch Lobbyismus betreiben können und hätten vielleicht diese Aktion verhindert. Und wer weiß, Tom, wie anders wäre heute die Welt, wenn wir nicht die Fett bekommen haben? Also wir als Welt 1912. Das, was ich so interessant finde, was ich so krass finde, ist, dass diese Geschichte der Titanic, dass das so präsent uns umgehalten wird. Warum soll uns das wichtig sein? Oder warum sollte jeder Wissen kennen? Oder halt eine Version über eine Story halt. Allein, dass sie Filme drehen und solche Sachen verfilmen, ist nur für mich ein Anzeigen, dass sie versuchen wollen, eben eine Sicht auf dieses Thema, den Leuten richtig schön tief reinzusetzen. Da fangst du mir schon zum Fragen. Genauso, warum kamen so viele solche mal religiöse Filme mit Moses und diese ganzen ägyptischen, spirituellen Sachen. Warum kam das alles jetzt da? Das ist so, nur noch einmal den Leuten was reindrücken, dass die das richtige Bild von der Sache haben. So wie wir das wollen. Faszinierend, Tom, genau, ganz genau. Einige Sachen. Allein, dass man daraus dann eben aus diesem Ereignis Titanic diesen Mythos kreiert. Ja. Warum kreiert man den da? Weil wie gesagt, Bote sind schon viele untergegangen. Und es sind immer tragische Geschichten. Das ist eh klar. Das ist so ein tragisches, eine Story ist. Aber warum gerade die Titanic? Warum wurde die dieser große, diese große, dieser Mythos aufgebaut? Damit du ihn nicht angreifen kannst. Ja, das hat genau damit vielleicht zu tun. Weil es eben tatsächlich ein ganz bedeutendes Ereignis war. Wegen, wegen diesen, weil es um die Gründung der FED ging. Und weil, weil die, das Versinken der Titanic, das Versinken der Titanic, der Garant war, dass das mit das FED-Projekt durchgeht. Und dieses FED-Projekt hat ja einen, einen ganzen, einen ganzen Ära-Wechsel herbeigeführt. Ja, weltweit aber. Also vor der FED waren die USA, war mit eins der reichsten Länder der Welt, würde ich schätzen. Also extrem, Wohlhaben, super Wachs, also super, ähm, 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 wie sagt man, Prosperität, weißt du, den Leuten ging es gut und so weiter. Schulden waren, der Staat hatte keine Schulden. Sklavenhandel, ne? Ja, aber, aber zur Zeit in der FED war, das war ja schon 40 Jahre nach dem, nach dem Sklavenhandel. Ja, aber dennoch haben es die ganzen Leute nach wie vor nach wie vor. Also der Reichtum von Amerika beruht ja auf dem Ganzen, ne? Naja, ich meine, er beruht immer, natürlich, ich meine, letztens beruht der Reichtum immer auf dem, dem Volk halt wieder, auf den Arbeitern, ob die jetzt als Arbeiter sind oder als Sklaven oder so, kommt letztens noch auf dasselbe raus, Aber Amerika war halt ein reiches Land, es hatte super viele Ressourcen und, ähm, dem ging es halt gut. Also jetzt gerade auch im Vergleich zu, zu manchen europäischen Ländern, ne? War, Amerika war, war der Wohlstand größer, war reicher. Natürlich immer auf, auf dem Rücken der Arbeiter, das war damals nicht, also damals eh krasser noch, ja? Aber das war in, in, in Europa kein Deut anders, ja? Also in Deutschland als Arbeiter 1912, ja? Naja, aber, aber, ähm, dieses Ereignis der FED hat wirklich eine, eine Ära komplett gekippt. Danach ging das erst los, also diese, dass du diese Zinspolitik so betreiben kannst, dass überhaupt diese Schulden so enorm steigen. Diese, diese ganze, das ist die ganze Grundlage für, für unser Wirtschaftssystem, ist, ist durch diese Idee von FED gekommen, ja? Und, und gleichzeitig könntest du sagen, es ist, ähm, vielleicht mit das Entscheidende, der entscheidende Moment in der Geschichte, wo, wo Amerika, ähm, das ist natürlich auch ein Prozess, aber das war vielleicht der entscheidende Punkt, wo Amerika wirklich die, die, die Souveränität genommen wurde. Ja. Weil Amerika nicht mehr selber Herr über sein Geld ist. Und ab jetzt die FED das macht, ein, ein privater Bankenverein, der dafür sogar noch Zinsen verlangt vom amerikanischen Staat, sprich von den Steuerzahlen, vom Volk, verlangt sogar noch Zinsen. Die schaffen das Geld, geben es dem Staat und der Staat muss dafür bezahlen. Ich meine, das ist natürlich ein Big Business, wenn du da drin steckst. Wenn du aber nicht zu diesem Kreis von erlesenen Bankern gehörst, dann, dann stehst du außen. Die EZB gibt auch Geld und will mehr dafür zurückhaben, ne? Und gibt den Ländern Geld und versorgt sie. Also es ist, es ist ja dasselbe, ein ähnliches Konstrukt mit ein bisschen einem anderen, sagen ich mal, politischen Rahmen oder gesetzlichen Rahmen, ist ja auch in Europa. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dasselbe Mechanismen eigentlich, ne? Genau, genau so ist es, Tom, weil wir, sonst könnten wir ja sagen, das ist nur bei den Amerikanern so. Aber dieses Thema FED, ich habe ja gesagt, das ist für uns, für uns Menschen auf der Welt, das ist ein bedeutendes Ereignis. Nicht nur für Amerika, weil die FED war halt dieses erste, vielleicht muss man sogar sagen, die erste moderne Zentralbank, ja? Und das hat sich ja dann, dank der, der militärischen Erfolge auch in den Kriegen und so weiter und überhaupt diese Globalisierungsagenda, gibt es ja jetzt heute auf der Welt nur noch eine Handvoll Länder, die nicht ein Zentralbankensystem haben. Weil es kennst du alle auswendig? die Zentralbankensystem haben. Ne, es ist auch, es ist auch ganz ehrlich, Tom, es ist auch wirklich schwierig, das so genau zu beurteilen. Ich habe auch schon mit intelligenten Leuten darüber gesprochen, wie zum Beispiel dem Eggert und so. Und das ist nicht so einfach zu sagen, hat, welchen Status hat zum Beispiel die russische Zentralbank, ist die wirklich rotschildgesteuert, wie viele Leute sagen? Ja, gibt es Hinweise darauf? Ja, weil die haben jetzt die BRICS-Allianz gemacht. Das ist schwierig. Die haben ja die BRICS-Staaten jetzt und Russland will ja auch bei den kleinen Kasachstan und bei diesen ganzen kleinen Miniländern, die keiner kennt, mir fallen es jetzt nicht mit meinem eigenen Namen her, haben auch angekündigt, sie wollen eine eigene Währung machen für den Raum. Also ich weiß nicht, die Frage ist, ob die BRICS-Staaten halt jetzt mit FED und mit diesem einen System zusammengehen. Das glaube ich eben nicht. Das ist, glaube ich, genau die Konkurrenz, vor dem die Amerikaner sich erfüllen. Ja, das ist genau, klar, spricht vieles dafür. Andere sagen aber auch zu Recht, das ist vielleicht eben eine künstliche Konkurrenz. Das ist wieder ein künstliches, so ein Hegel-System, These, Anti-These, damit du wieder weiterkommst. Auch da übrigens diese Polarität, von der wir es vorhin hatten. Weil so halt Energie entsteht und so Dinge sich verändern. Deswegen funktioniert das halt auch so gut, diese Hegel'sche These, Anti-These. Und in diesem Denkschema muss man halt auch so einen Gegner aufbauen. Und dann, man kann in beide Richtungen argumentieren, ganz ehrlich, ich will mich da nicht festlegen. Weil auch echt intelligente Leute, mit denen ich gesprochen habe, sich da auch nicht festlegen können. Die einen sagen so, die anderen sagen so, beides ist denkbar. Aber wo ich mir sicher bin, wo wir seinig sind, ist, dass diese Art Zentralbanksystem im Grunde um die Weltwirtschaft dominiert. Wie weit jetzt da einzelne Länder sich da loslösen können überhaupt noch und souverän sind, das sind halt dann echt Fragen. Aber das ist dieses Zentralbanksystem, das ist das Zentrum von dem, wie die Weltwirtschaft läuft. Die sind direkt verbunden mit diesen Institutionen, Weltbank, IWF und so weiter. Und die drücken ja auch Ländern, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben, drücken ja auch ihren Rhythmus rein. Definitiv. Ich war einmal live dabei bei der Wiener Börse, wie sich Österreich Geld holt. Wie das funktioniert, also im IT-Bereich jetzt. Da sitzen dann zwei Damen, die tragen dann eine Zahl mit sehr vielen Nullen hinten ein, die drückt auf Enter, die kontrolliert die zweite das und drückt auch auf Enter und dann siehst du am anderen Bildschirm diese Zahl wieder aufpoppen. Somit hat sich Österreich jetzt da 10 Milliarden oder was ich eine Milliarde mal wieder von der EZB ausgeborgt und Geld gepumpt, damit halt sie ihre Wirtschaft und damit die das halt zu ihre Sachen zahlen können. So rennt das. Es ist nur mehr, und mittlerweile ist es halt nicht nur mehr Papiergeld, sondern es ist wirklich so, die Länder holen sich halt Pulle und so von EZB und das rennt alles digital. Da werden keine Wertpapiere oder solche Sachen mehr von dem einen Bunker zum anderen gebracht. Das ist alles nur mehr eine Zahl, alles nur digitale Scheiße, genauso wie im Wertpapierhandel. Da wird kein Papier mehr physisch von A nach B gebracht, da gibt es einfach die Lizenz dazu und die wird halt digital von A nach B geschifft. Aber es ist halt das große zentrale System. gerade in Europa, die Börsen in Europa und so weiter, das ist alles nur mehr digitale... Ja, es geht genau in die Richtung. Genau, und diese Geldschöpfung, also dieses Geldsystem, was wir jetzt haben, da kommen wir wieder zu dem, Tom, was wir am Anfang von heute Abend gesagt haben. So wie, wo ich gemeint habe, dass eben auch mit Mitteln von der Herrschaft, die die Herrschaft hat, wird den Leuten der Lebensrhythmus verschärft. Und das ist natürlich genau das, was mit diesem Zins ist. Dadurch, dass du immer wieder den Zins erwirtschaften musst, kommt ja dieses ganze Gerenne, erst dieser ständige Wachstumszwang, daher kommt der ja. Das ist ja genau, worum es darum geht. Es geht darum, die Lebenskraft sozusagen von den Menschen und dahinter steht der ganze Planet und alle Natur und Erde, alles wurde ausgeplündert. Es geht darum, diese Lebenskraft, die wollen die sich für ihre Zwecke nutzen. Und das Geldsystem ist eine Waffe. Dafür wird es benutzt. Es geht jetzt nicht nur darum, dass irgendjemand reich wird, reich ist bei denen gar nicht mehr so ein Faktum im Leben, weil es macht keinen Unterschied zwischen einem Milliard oder zehn Milliarde. Es ändert dein Alter gar nicht. Es geht darum, was ganz anderes. Es geht darum, wie du eben das Leben auf dieser Welt kontrollierst. Und das Finanzsystem ist ein Hebel, das ist ein Werkzeug, eine Waffe, nenn es wie du willst. Und das ist, was das so groß macht. Mit der FED, das ist so eine Zäsur in der Geschichte. Spätestens ab da haben wir einen Großteil der Schlacht verloren gehabt, sozusagen. Und von Amerika hat sich das dann ausgebreitet. Und heute ist es wirklich weltweit. Und selbst Länder, wo die Zentralbanken vielleicht noch nicht direkt von den Wall Street, Bankster, Venezianer, was weiß ich, von denen kontrolliert werden, selbst die stehen ja unter der Knute. Weil du stehst unter der Knute von Weltbanken. Was du willst, mit uns Handel treiben, das ist ja das Nächste, um was es geht, Tom. Das ganze Thema geht noch weiter. Stichwort Petrodollar. Stichwort Petrodollar. Da ist es so, willst du Handel treiben, willst du Öl kaufen auf dieser Welt, musst du es mit Dollar machen. Egal, was deine FED-Bank ist. Auch Nordkorea muss das verdammte Öl in Dollar bezahlen, wenn sie kein eigenes haben. Und sie haben kein eigenes. Aber sie wollen weg. Sie müssen mit Dollar zahlen. Sie wollen immer mehr weg. Aber das ist das Ding, wann lässt niemanden weg? Das ist auch so eine Sache. Wer nicht mehr mit Dollar zahlen will, der hat ernsthaft ein Problem. Der legt sich an. Der sprengt das Mafia-Spiel. Ja, aber Russland will das tun. Also Russland und auch Iran will das tun. Das ist auch genau der Grund, warum diese Länder abgeschossen werden sollen. Ja, ganz genau. Genau so ist Tom. Und jetzt diese Geschichte Petrodollar, das ist, jetzt kommen wir wieder zu dem Titanic. Die Titanic war ja noch ein Kohleschiff. 1912. Und das ist genau die Zeit, wo man dann eigentlich die Schifffahrt umgestellt hat von Kohle hin auf Erdöl. Das ist genau in der Zeit gekommen. Und die Titanic war eben auch ein Auslöser für diesen Technologiewandel. Dass man die alte Dampfschifffahrt sozusagen verbannt hat. Also die hat man mit einem Makel belegt. Weil guck mal, das beste Dampfschiff, was je gebaut wurde, das prallt gegen den Eisberg und sinkt. Das taugt nix. Das wäre ja quasi jetzt das Event, was wir mit einem Diesel-Skandal haben. Es ist doch dasselbe, oder? Ganz genau. Diesel-Skandal. Und jetzt auf einmal kommen alle drauf, so, oh, Klimawandel kommt ja auch und jetzt müssen wir bis 2040, weil ich glaube, Frankreich und Dänemark, oder so, es gibt mehrere Länder, die es schon beschlossen haben, 2040 werden Verbrennungsmotoren nicht mehr zugelassen zur Neuanmeldung. Also das ist im Gange, dieser Umschuld. Und der Trigger war dieser Diesel-Skandal, wo die Amerikaner noch dazu den deutschen und den europäischen Wirtschaftsraum komplett schwächen und umhauen wollen mit diesen Diesel-Skandalen. Großer Angriff auf die Industrie Europas. Und sie schlagen wieder, sie schlagen wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe. So kannst du nie die Lager, die der einen Story zustimmt oder der anderen, kannst du nie auf einen Ding bringen. Das sieht man nie das große Ganze. Aber sie ist voll aktiv. Ich habe diskutiert, weil ich in einer Autowerkstätte ein bisschen ausgeholfen habe eine Zeit lang bei einem Freund und habe zu ihm gesagt, du musst umstellen auf die ganzen Elektroautos und spezialisiere dich langsam drauf. Du kannst deiner Zeit, ich gebe dir den Tipp, du kannst ziemlich viel Kohle machen in der nächsten Zeit damit. Nein, das wird nicht kommen. Und dann Tesla, schau da an, das fahrt ja noch rein und nur ganz wenig. Aber die Industrie hat gesagt, es kommt. BMW hat jetzt ihre Hauptstrategie auf Elektroautos umgestellt letztes Jahr. Also die Industrie ist ready. Die Rockefeller und die Rockefeller haben ja auch ihre ganzen Assets aus dem ganzen Gas und Kohle und so weiter. überall rausgenommen und in erneuerbare Energie gestellt. Jetzt nicht, weil sie so gut sind, sondern weil sie dort das kontrollieren wollen, den ganzen Strom. In die Richtung geht es halt. Wir sind voll mittendrin. Es wiederholt sich halt der gleiche Scheiß. Ironie, dass das mit der Titanic auch so ein Event war. Weil du brauchst halt immer einen Auslöser, um eine Änderung für den Pöbel rechtfertigen zu können. Weil sonst fragt es jeder, warum es passiert. Ja, hey, großartig, dass du das genauso aufbringst, Tom. Ich habe es dir gesagt, wenn wir in das Titanic-Thema einsteigen, wir kommen vielleicht wo ganz anders raus. Und das ist genau, was ich meine. Weil genau so ist es, Tom. Genau so ist es. Und was dieses Titanic-Thema nämlich auch ist, ist ein, du kannst dort ein Muster erkennen, wie wirklich ein Zeitalter umschwenkt. Wie du auf einmal neue Technologien am Start bringst. Auf einmal werden man, alte Technologien werden von heute auf morgen verteufelt. Oh, das taugt nichts, weil es ist gefährlich. Und neue Technologien werden lanciert. Und auf einmal stellt sich dort alles um. Und es ist eben nicht so, wie wir das immer glauben eigentlich, erst mal gutmütig, wie wir sind. Weißt du, Technologie, das funktioniert so irgendwie, der Mensch erfindet irgendwas, irgendein genialer Professor, eine super Idee, baut eine Maschine, hey, toll, funktioniert. Und dann findet es Einzug in unsere Welt und wir verbessern die Welt. Weißt du, ich war gestern in Berlin, gestern in Berlin, wir sind mit dem Auto auch so rumgefahren, da ist das Bayer-Werk, Bayer-Konzern, Chemie. Und da steht so, die Monsanto gekauft haben, die Monsanto gekauft haben, IG Farben und Co. Und da steht, da steht der große Leitspruch von Bayer, da steht, Science for a better life. Das steht da. Und das ist Tom, weißt du, das ist nämlich dieses alte Versprechen, was er die Wissenschaft gegeben hat. Wir entzaubern die Welt, aber dafür bieten, dafür machen wir das Leben leichter auf der Welt. Der Mensch muss nicht mehr so viel arbeiten, wir erfinden Maschinen, die Arbeit machen und das ist auch so. Ist ja so. Der ein verdammter Mähdrescher, der macht die Arbeit von Tausenden von Menschen und dieser Mähdrescher, der funktioniert 40, 50 Jahre, der braucht nie Urlaub, Wochenende, nix. Das Ding, das macht die Arbeit von Tausenden oder Zehntausenden Menschen. Eigentlich denkt man sich ja ganz cool, aber warum müssen wir dann immer noch alles so schnell arbeiten, weißt du? Das ist aber sehr interessant. Aber genau dieses Ding, also die Wissenschaft läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass da einfach jemand was erfindet und wenn das gut ist und alltagstauglich, dann hält es Einzug. Sondern der Fortschritt wird an manchen Stellen blockiert, Technologien werden verteufelt, werden nicht weiterverfolgt oder wenn sie eben gut sind oder schon da sind, etabliert auch sind, wie in dem Fall Dampfkraft, Dampfschifffahrt, dann wird sie vielleicht madig gemacht. Und es werden Märkte neu erschaffen und im ganz Großen geht es genau darum, wie eben Technologie gesteuert wird, wie gesteuert wird, wie unser Leben so abzulaufen hat. Und die Titanic ist auch da so eine Zäsur, weil damit eine ganze Ära auch vorbeigegangen ist. Und Titanic war ja auch noch, weißt du, gut, da gab es auch vier verschiedene Klassen, also erste, zweite, dritte und vierte, aber auch die vierte Klasse war immer noch ziemlich cool. Das war damals wirklich auch ein großes Werk von Ingenieurskunst. Also auch die Idee war, dass halt der einzelne Mensch dort schon noch eine gewisse Würde auch hat, einen gewissen Platz, einen gewissen, das war eine ganz andere Art von Reisen. Man hat zusammen gegessen, man hat zusammen getanzt oder sowas, während heute Reisen eher so eine totale Massenabfertigung ist. Also auch da eben das soziale Miteinander ist da gebrochen. Also es ist wirklich, die Titanic ist das Ende einer Ära. Und wir könnten da vielleicht noch so ein anderes Ding mit reinwerfen. Das ist eine Idee, die hat da einen Namen, den habe ich vorhin erwähnt. Kenneth Price Jr. Hat darüber ein Buch geschrieben oder zumindest so ein Exposé, ich glaube, es ist noch nicht als Buch veröffentlicht, aber man kann, wenn man will, das von ihm bekommen. Und das hat den Arbeitstitel Titanic and Hindenburg. Two Tragedies, Two Tragedies, One Plan oder sowas. Und das bringt noch einen neuen Aspekt rein, die Hindenburg. Auch, habe mich auch nie, so hat mich nie interessiert. Was gibt es da jetzt wieder? Aber erinnerst du dich? Ja, ja. Deutscher Luftblumen in Flammen. So, kurz, sorry, ne? Haha, ja genau. Ja, dann geht es schon los. Das ist halt das, was die Leute, das ist das Bild, was in den Leuten, weil wenn du, du brauchst ja nur hingehen zum Beispiel zu sehen, was für mentale Bilder den Leuten rein projiziert wurde. Gehst du zum Beispiel und fragst jeden Alien, welches Bild kommt hoch? Und das Bild wird bei allen sehr gleich sein. Wirklich, so 80 Prozent bei allen gleich sein. Und genauso, das siehst du, welche Bilder in uns reingefüttert wurden. Bei mir ist das Bild, wenn du das sagst, kommt bei mir das Bild sofort hoch, irgendwie, ich sehe oben dieses Schwarz-Weiß-Bild, da brennt was, Lichter low, ganz in Schwarz-Weiß, super arg und oben rein eine kleine Matte und so. Das Hauptbild, was halt jeder kennt von der Hindenburg, wie sie brennt. Genau so ist es. Tom, genau so ist es. Das ist das Ding. Wir alle haben diese Mythen, die kriegen wir von gleich auf, von klein auf eingetrichtert und die haben auch viel mit den Bildern zu tun und das ist das Bild, was wir haben. Luftballon, der da brennt und so. Aber das ist eben auch, Hindenburg ist auch ein super, ein großes Beispiel dafür, wie eine Technologie von einem Tag auf den anderen verschwindet und eine andere Technologie diesen Markt dann übernimmt. Ist das so der Übergang gewesen? Ich kenne jetzt die genannten Jahreszahlen nicht. Ist das so der Übergang zwischen so Heißluftgefährten und Flieger? Nein. Oder was gibt es für einen Technologiesprung? Naja, vor allem geht es darum, dass diese Zeppelin-Technologie, also die wurde halt ab da war die auf einmal verpönt. Man muss aber sagen, diese Zeppelin-Technologie, die ist wirklich auch genial. Es ist eben nicht nur einfach ein Luftballon, der da so, weißt du, so eine gewagte Konstruktion, auf der du als Hasardeur dich da bewegst, sondern diese Zeppelin, das ist auch eine extrem interessante Technologie, die da dahinter steckt. Diese Dinger sind ja mit Gas gefüllt, das heißt, das Gas hat eine geringere Dichte als Luft und steigt dann nach oben. Das heißt, du brauchst schon mal überhaupt keine Energie aufwenden, was ja eben so ein Flugzeug und eine Rakete oder all diese Dinge, was das aufwenden muss. Erstmal so die Erdanziehungskraft überwinden, wo du schon am meisten verbrennen musst. Das habe ich überhaupt nicht. Das Ding war ein Seil, wenn du loslässt, dann steigt das erstmal mit sanfter Hand auf, so auf 300, 400 Meter oder so, oder was weiß ich, was die Flughöre war und schaltet den Motor ein, Dieselmotor übrigens, und schippert gemütlich davon. Wow. Und du bist dann in so einem Zeppelin, weißt du, du bist dann, der Zeppelin ist absolut ruhig geflogen. Du konntest dann ein volles Glas Champagner hinstellen und das hat den kompletten Flug, es ging halt nicht so schnell wie ein Flugzeug heute, ging aber schneller als so ein Dampfboot. Das muss man auch sagen, also schneller über den Atlantik als mit der Titanic mit so einem Zeppelin. Aber in dem ganzen Flug, zwei, drei Tage lang, das Glas hat nicht einmal übergeschwappt. Das heißt, das Ding fliegt absolut ruhig, das ist keine Seekrankheit, nichts und so und du fliegst in relativ geringer Höhe, das heißt, du kannst unten auch sehen das Land oder auch das Meer, du kannst die Tiere sehen, die Delfine, wie sie schwimmen und so weiter. Und das ist ein total entspanntes Reisen und das hat man in dieser Zeit, war das möglich. Was die meisten Leute gar nicht wissen, das war schon ab den, ah, wann war es genau, aber in den 30er Jahren konntest du von Friedrichshafen am Bodensee, da ist der Zeppelin gestartet, da konntest du einsteigen und der hat dich dann nach Rio de Janeiro geflogen. Und da gab es schon wirklich ganz viele Atlantiküberquerungen und nie ist irgendwas passiert. Also diese Geschichte, die bei uns so im Kopf drin ist, ah, Zeppelin, das ist hochgefährlich, weißt du, boah, der ist da so in Flammen aufgegangen und so weiter. Aber ich meine, wie viele Flugzeuge sind schon in Flammen aufgegangen? Aber ändern wir deswegen das Design von Flugzeug und sagen, boah, das sollte man nicht machen, vielleicht müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, als mit, indem wir da Kerosin verbrennen, da durch den Himmel zu jetten. Aber das versuchen sie ja bei den selbstfahrenden Autos auch. Wie der erste Tesla das erste selbstfahrende Auto den ersten Menschen umgebracht hat, da haben sie ja auch medial, oh mein Gott, oh mein Gott, versucht quasi diese Technologie zu attackieren. Ja, genau, es wird halt madig gemacht. Und dieser Kenneth Price Jr., der sagte eben auch, dass sowohl die Titanic als auch die Hindenburg, dass das keine Unfälle waren in dem Sinne, sondern dass es absichtlich herbeigeführte Szenarien sind im Sinne von der Hindenburg, dass es halt eine Sabotage, ein Attentat war, wenn du willst. Von den Amerikanern. Die Story, die offizielle Story geht ja, ja, da weiß man das, keine Ahnung, ich habe mich nicht im Thema, von denen, von denen, die diese Technologie nicht wollen, die halt auf eine andere Technologie setzen, und die Idee ist dort, dass auf die Hindenburg geschossen wurde und das ist natürlich der Nachteil, so vielleicht von dem Zeppelin. Ich meine, das Gas, was da drin ist, das kann an sich nicht brennen. Das ist, glaube ich, Wasserstoff gewesen. Wasserstoff alleine brennt nicht, aber wenn Wasserstoff mit Sauerstoff zusammenkommt, also sprich mit Luft, dann entsteht Knallgas und das brennt nicht nur, das explodiert, wie der Name schon sagt. Das heißt aber, die Story, die damals gegeben wurde, war ja das, haben sich von, über ein Seil, was eins von diesen Ankerseilen war, dass sich da eine statische, statisch was entladen hat und das dann der Funke durch das Seil, vom Boden über das Seil bis hoch zum Zeppelin ging und dann den Zeppelin in Brand gesteckt hat. Ja, aber wie soll das gehen, wenn es geschlossen ist? Das Gas ist ja in einem Raum drinnen, also in der Hülle. Genau, das ist es, Tom. Das heißt, es muss ein Leck gewesen sein? Es muss genau an der Stelle ein Leck sein, wo dann der Funke dann, wenn Leck und Funke zusammenkommen, dann knallt es. Aber es ist ja nicht genau dort, wo das Seil befestigt ist, dann ein Leck und selbst wenn, okay, hört sich nicht plausibel an. Aber ich habe mich damit nie beschäftigt, wie gesagt. Genau, auch ich bin jetzt ja nicht der Zeppelin-Bau-Experte. Ich sage euch nur, wie das halt diese Kenneth Price hier sieht. Und den Gedanken finde ich halt interessant, also, dass da vielleicht auch eben nachgeholfen wurden. Es gibt auch einige Punkte, die dafür sprechen. Zum einen ist diese Situation vorher nie passiert und ich meine, die hatten auch schon, wie gesagt, die haben schon einige Jahre lang diesen Transatlantik-Verkehr gehabt nach Rio de Janeiro und es sind viele Zeppelini früher geflogen. Das ist keine Hasardeur-Technologie, sondern das waren auch, das ist auch nicht einfach nur ein Ballon, das ist eine feste Konstruktion und die ist ziemlich gut gewesen so und das hat sich bewährt gehabt. Und jahrelang gab es da keine Probleme und auf einmal sollte es halt so gewesen sein. Und einige Dinge sind da halt sehr fragwürdig. Interessant war ja auch dann, und das ist auch so eine komische Frage, die dann vielleicht so ähnlich auch bei dem Dieselgate wiederkommt, warum hat man sich überhaupt nicht dagegen gewehrt? Und die Hindenburg, die hat ja, das war ja dann schon zur Zeit des Nationalsozialismus, wo das passiert ist. Ich glaube 1937 oder 1936 war das mit der Hindenburg. Und warum hat man sich denn nicht dagegen gewehrt? Warum hat nicht Hitler gesagt, hey, die Amis, die sabotieren unsere Technologie, weißt du? Das hätte auch politisch werden können. Weißt du, das Ding fliegt super und in Amerika, die haben das Ding vom Himmel geholt. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Also Hitler hat auch ganz, ganz schnell das Narrativ auch mitgezogen. Ja, es war dieser Funke. Es gab Ingenieure von diesen Zeppelin-Projekten, auch von den Zeppelin-Werken. Die haben gesagt, das geht nicht. Das gibt es nicht. Ich meine, wir sind nicht blöd. Es ist nicht, dass uns das fremd war, das Phänomen, dass es Entladungen gibt. Es gibt auch Gewitter und so weiter. Natürlich wussten die das. Es ist nicht so, dass die noch nie vorher ein Gewitter erlebt hätten. Die hatten diese Dinge so. Und die Ingenieure haben gesagt, nee, das muss doch was anderes sein. Ein Sabotage-Verdacht eben. Aber sie haben eben keinerlei Rückendeckung bekommen von Deutschland, sondern man hat das dann auch eben ganz schnell husch husch weggesetzt. Und auch Hitler hat ja dann letzten Endes die andere Technologie, die noch viel mehr mit dem Petrodollar halt harmoniert, also so Flugzeugbau und so weiter, das hat er halt auch vorangetrieben. Und da könnte man auch drüber nachdenken, warum er das gemacht hat. Es ist halt auch krass, in der Jetzt-Zeit, du merkst richtig, wie sie halt diesen Dieselskandal, ich will halt gar nicht einmal dieses Wort verwenden. Ich möchte einfach, dass sie, dass diese eine Situation jetzt endlich als Vorwand nehmen können, um im Hintergrund etwas umzudrehen, um etwas anders zu machen. Weil wie kannst du sonst, sag ich mal, einen Umschuh machen auf einer Technologie, wenn du quasi Druck machst und halt sehr viel Interesse hast, dass du in den nächsten zehn Jahren jetzt das in diese technologische Richtung gehst, wie du es gerne hättest. Du kannst es den Leuten nicht aufzwingen. Es muss irgendeine, irgendetwas muss es sein, was jedem bekannt ist, wo sie draufkommen. Es schadet den Leuten eigentlich und ich gebe denen noch Pudys, wenn sie das Neue verwenden, die Elektroautos oder so. Und das mit dem Dieselskandal und es kommt auch noch dazu, dass sie Europa schwächen, komplett schwächen für diese ganzen Autoindustrie. Und Amerika, Amerika First, Tesla und Co., die werden sich alle freuen. Oder selbstfahrende Kugelautos. Da ist voll was im Gange im Moment. Da sind riesengroße Zahnräder im Hintergrund umgestellt worden in den letzten Monaten, einem halben Jahr. Auf allen Ebenen, auch politisch. Da ist urviel in Bewegung. Das Ding ist halt, wenn es wirklich so wäre, das ist ein Wirtschaftskrieg von Amerika gegen Europa, gegen Deutschland. Und dann frage ich mich, warum wehren sich denn die Konzerne da nicht ein bisschen mehr? Wie sorgen sie? Wie? Ja, die könnten auch die besten Anwälte der Welt holen. Man könnte sich da auch eine Verteidigungsschlag liefern. Ja, aber da hilft es keine Anwälte. Wie sie an anderer Stelle auch kommen. Nein, die machen das alle brav mit. Da geht es so wie der Audit. Die machen das mit. Deswegen, ich sehe das auch genau in diesem Kontext. Ähnlich wie damals eben die Zeppeli-Technologie, da haben sie auch nicht dagegen gewehrt. Man hat gesagt, oh ja, das ist unsicher und ab jetzt werden keine Zeppeli mehr gebaut. Warum hat man sich damals nicht dagegen gewehrt? Das ist auch so eine Parallele. Heute diese Diesel-Geschichte, wir wissen nicht, was es mit unserer Industrie, was es mit Deutschland macht. Automobilbau ist in Deutschland eine Schlüsselindustrie. Zerne drin, die ganzen Zulieferer, Bosch und so weiter. Unglaublich. Riesendinger. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gelesen, so ein Sechstel aller Jobs in Deutschland hängen auf die einen oder anderen mit der Automobilindustrie zusammen. Wenn die zusammenbricht, dann kann das ja nicht in unserem Interesse sein. Aber wenn es so wäre, dann würde man doch sich dagegen wehren. Aber da steht eine größere Agenda dahinter. Diese Technologie wandelt sich. Das ist genau das, Tom. Wieder erleben wir Technologiewandel, ganz genau. Und das ist eine Agenda, der ist gewollt. Und deswegen sage ich auch in den nächsten fünf Jahren von jetzt, von 2017 an, werden wir noch krassere Sprünge machen. Also gerade so im künstlichen Intelligenzbereich, es war jetzt der letzte Woche, oder die Woche, am Wochenende, keine Ahnung, waren die Dota 2 International Finals. Das ist so ein Computerspiel einfach, wo sechs Leute ein Team bilden und die kämpfen dann halt gegeneinander. Und da gibt es halt zig Millionen Euro Preisgeld. Das ist wie die Weltmeisterschaft im E-Sports sozusagen. Die haben das Event gehalten vor zigtausend Zuschauern wieder in so einer Arena. Und dann haben sie einen von Elon Musk, von einem Start-up, die nennt sich Open AI, haben sie den besten Dota-Spieler oder damaligen Dota-Spieler gegen die künstliche Intelligenz antreten lassen. Und jeder kennt das in einem Game, wenn du gegen Bots spielst oder gegen einen Computer spielst, sind wir ihnen immer überlegen, halt, sie sind irgendwo dumm. Sie können vielleicht jetzt akkurater schießen und so, aber sie sind dumm, sie haben keine Taktik, keine Intuition etc. und die AI hat es wirklich geschafft, den Spieler zu schlagen. Aber nicht zu schlagen, sondern zu zerstören. Absolut keine Chance, null Chance. Und das Ding ist, haben sie uns dann gefragt, na wie habt ihr das Ganze gemacht, wie habt ihr das programmiert oder wie geht das? Na ja, das ist ganz leicht, du kreierst so eine AI und die steigt in die virtuelle Welt halt dann mal ein und spielt das und macht irgendetwas, irgendwas Random-mäßiges. Und sie merkt, okay, das funktioniert nicht, dann probiere ich was anderes. Und so spielt sie und lernt halt durch ihre Erfahrungen, adaptiert immer wieder neu. Dann findet sie das erste Mal einen Gegner, stirbt durch das D&D-Aktion, lernt daraus und adaptiert, adaptiert, verbessert sich, wird größer, 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 größer. Und nach nur zwei Wochen ist diese AI besser wie jeder Totespieler der Welt. Und erst jetzt. Und auch die AI, die von Google zum Beispiel gemacht worden ist, hat ja den besten Go-Spieler, dieses japanische Brettspiel, was total komplex ist und so weiter und eigentlich immer gesagt, kein Computer kann das irgendwie beherrschen wie jeder Mensch, ist auch vernichtet worden. In Texas Hold'em, in Schach, in StarCraft 2, in dem Game, ist auch Google dahinter mit DeepMinds, dass sie den weltbesten Spieler schlagen. Und das passiert jetzt schon oder ist schon passiert. Das heißt, wir erleben jetzt, dass in manchen Situationen diese künstliche Intelligenz intelligenter und überragender ist als der Mensch und wir da keine Chance haben. Und das ist halt, oder? Da kommen jetzt wieder, mal wieder, wir sind eh jede Woche drin in dem Thema, aber wieder in diesen Technik, künstlichen Intelligenz-Ding rein. Was da auf uns zukommen wird noch in den nächsten fünf Jahren, wenn das jetzt schon passiert, allein mit der Virtual Reality und so. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass es ja in Facebook, Messenger oder so eine neue Kamerafunktion gibt, dass du dir ein digitales Ding oder so eine Tiernase irgendwie verpassen kannst und das Ding, wenn du dich bewegst, registriert, wo deine Nase ist und setzt die virtuelle Welt quasi darüber und so Sachen. Das geht alles in diese Virtual Reality oder Augmented Reality-Richtung. Und das ist so krass, Frank. Ich weiß nicht, du bist nicht so in den Gaming und IT-Dingen und so drinnen, aber das wird so... Wow. Deswegen sagt noch Elon Musk, die größte Bedrohung unserer Spezies. Ja, ja, ich kann dem ja auch voll folgen. Weißt du, was ich dort sehe, in dieser Technisierung, also auch jetzt im... Das ist halt der neueste, heiße Scheiß, also diese ganze Bot und KI-Geschichte. Aber der Grundweg, diese... Wie man technisch einsetzt, letztendlich ist ja gegen den Menschen und das ist genau das, Tom, wo wir vorher schon wieder waren, weißt du? Diese Dinge, die Maschine ist einfach irgendwann schneller als du und wenn du mit der mithalten willst, ist es eine Beschleunigung von allem, ja? Und dieser Rhythmuswechsel, der... Klar, das wird jetzt um, das passiert jetzt, aber das passierte auch schon eben zu Zeiten von Titanic hat man auch schon diese Schritte gemacht. Genau das, weißt du, ich meine, so der ganze Unterschritt von Dampfkraft zu Erdöl. Ich meine, was das Erdöl zeigt, Alter, was das für eine große Agenda ist. Ich meine, ey, boah, das Öl, früher hat man es Pech genannt und so vorab haben es Pech genannt. Das ist das Wort schon, ja? Aber ich meine, unsere moderne Welt ist komplett auf Öl aufgebaut. Ein Abfallprodukt von der Petroindustrie ist der Asphalt, Dann bauen wir gleich Straßen. Ich meine, die Idee, wenn du so einen Dreck wie Asphalt in deinem Garten verschütten wird, das kriegt gleich eine Anzeige, so wegen Umweltverschmutzung. Aber hey, wir bauen unsere Straßen drauf. Darauf fahren wir dann wieder mit Reifen, da wäre dann auch schon wieder die Petro- und chemische Industrie mit dabei und fahren mit diesen Erdölautos, die ihren Sprit von dort gebrauchen. Ich meine, Plastik, unsere Plastikwelt ist auch schon so bildhaft, die Plastikworld. Ja, was ist Plastik? Plastik um das Öl. Das ist das Material schon. Und ich meine, alles hat seine Vorteile. Ich will sie sich komplett verurteilen. Aber die Plastikworld ist auch so ein Synonym für die Kunstwelt. Und wo haben wir noch das Öl? In der Pharmaindustrie. In allen Farben und in allen Medikamenten. Überall. Wir leben in dieser kompletten Abhängigkeit von der Erdölindustrie. Und wir haben vorher schon das Schlagwort Petrodollar auch erwähnt. Die Erdölindustrie wiederum ist verwoben via den Petrodollar mit Geostrategie und hält die ganze Welt im Griff. Weißt du? Und wir hätten auch, wir könnten, wir hätten damals schon, 1912, auch in eine andere Richtung gehen können. Wäre auch möglich gewesen. Wer weiß, wo wir auf der Welt heute stehen. Ich meine, Dampfkraft, das klingt jetzt, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt da wieder zurückkommen müssten. Heute haben wir 2017. Aber in der Zeit 1912 weiß ich nicht, ob Dampfkraft wirklich so schlecht war. Die Idee von Dampfkraft ist ja nicht verkehrt. Das ist ja, das ist nicht altbacken. Das ist eine coole Idee. Ich meine, du erhitzt Feuer und dann bekommst du Energie und du kannst da ganz viel daraus machen. Du kannst ein Schiff betreiben oder du kannst auch ein elektrisches Netz irgendwie starten und mit dem Elektroautos rumfahren. Elektroautos gab es vor 100 Jahren. Die gab es, bevor es Benzinautos gab. Gab es Elektroautos. Das hat funktioniert. Und das hat funktioniert letztens mit Dampfkraft, weil die Dampfkraft hat den Strom geliefert. Wunderbares Prinzip. Hätte man weiterverfolgen können. Und ich meine, okay, ich weiß schon, Kohle verbrennen macht halt viele Ruß. Aber ist Kohle wirklich so viel schlechter als Erdöl, wie das eben jetzt auch in uns allen drin ist? Weil wir alle sagen, ja Kohle, das ist ja Dreck. Aber Erdöl, ist das wirklich so viel sauberer? Ich meine, wenn du Erdöl verschüttest, sprich so ein Supertanker mal, was du da für Umweltkatastrophen hast? Ich meine, Öl, wenn du irgendwie, Kohle, wenn du da verschüttest, dann kehrst du es ja wieder zusammen. Fester Brennstoff. Es klingt schon fortschrittlicher als Flüssigbrennstoff. Das sind alles nur so Gedanken, nicht mehr raus. Aber klar, heute geht es jetzt nicht darum, dass wir wieder zurück zur Kohle kommen. Aber heute könnten wir Dampftechnologie vielleicht auch nochmal anders nutzen. Aber in Zeiten von 1912 war Kohle echt nicht so verkehrt. Es war viel billiger. Du warst nicht abhängig von diesen Magnaten, weil Öl gibt es nur an gewissen Stellen. Und schon bist du wieder im Petrodollar, Chemie, nee, Geostrategie-Spiel. Weißt du, bis du Öl haben, dann ist es nicht in deinem Land. Kohle gab es früher überall, also in ganz vielen Ländern und viele Länder haben Kohle gehabt und heute weltweit noch viel mehr. Kohle ist auch nicht klein zu kriegen. Ich sage ja nicht, dass es so gut ist. Ich meinte nur aus der Sicht von 1912 war es nicht so, dass es selbstverständlich ist, hey, lass uns Erdöl nehmen. Das ist einfach viel besser. Nein, das ist viel schwieriger. Die Technologie wird schwieriger. Erdölmotoren musst du dann, da musst du mit Kupplungen und Getriebe arbeiten. Das brauchst du bei Dampfkraft alles nicht. Weißt du, Dampfkraft, du steigst einfach, der Druck steigt an und dementsprechend regulierst du deine Geschwindigkeit so. Das ist eine elegantere Technologie auch. Aber das war die Petrodollar-Industrie und die eben, und das ist auch ganz wichtige Message heute, dass wir das verstehen, die Petrodollar-Industrie, die eben direkt verwoben ist, die zum Teil eben dieselben Leute sind, dieselben Familien sind wie die Banker-Industrie. Jekyll Island und dann die Gründung der FED war eben auch der Beginn von dem Erdöl-Zeitalter. Auch das hängt einfach miteinander zusammen. Und ab da wurde sämtlicher Technologieweg, der technologische Weg, den wir gegangen sind, der ging halt zum Pech, zum Erdöl. Und wir hätten vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen können und wer weiß, wo wir heute stehen würden. Ja, ich frage jetzt, ob wir in Zukunft nicht diese Chancen genauso verpennen, wie wir es damals schon verpennt haben. Ja, das ist jetzt das Spannende, Tom. Und ich meine, wir sehen da auch nicht alles klar. Aber was du auch gesagt hast, jetzt findet wieder sowas statt. Und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, die Rockefellers, die vor zwei, drei Jahren ihren Rückzug aus der Ölindustrie bekannt gegeben haben. Ich habe auch schon öfter den Gedanken ausgesprochen, das ist auch so eine Intuition. Das mit dem Petrodollar geht nicht mehr lange. Der Petrodollar ist am Wanken. Und das ist auch einer der Gründe, warum jetzt gerade in der ganzen arabischen Welt da so große Veränderungen sind. Weil da schon die Zeit nach dem Petrodollar wird. Da ist schon der Weg bereitet. Und so diese Saud-Familie, denen geht auch schon der Arsch auf Grund. Deswegen müssen sie hier schneller weitern. Jeder versucht, ja genau, die müssen auch noch ihre Pründe irgendwie umstecken, weil die auch vielleicht schon wissen, weil die auch irgendwo Insider sind, dass das Petrodollar-Zeitalter geht dem Ende entgegen. Die ganze Erdöl-Erdgas-Geschichte geht dem Ende entgegen. Und jeder muss jetzt schon schauen, dass er sich für die neue Technologie, die dann präsentiert wird, dort die in richtigen Positionen bringt. Und wieder ist es so, weil das ist das Spannende, jetzt, wenn so ein großer Technologie-Wandel stattfindet, jetzt wäre eigentlich historisch für uns Menschen die Chance, jetzt gute Technologien reinzuholen. Technologien, die gut sind für uns Menschen, gut sind für die Natur, die vielleicht auch manches wieder entschleunigen, sodass wir nicht hier in so einer billigen Alubüchse da zusammengepferrt werden, Flugzeuge meine ich ja, und da mit 800 kmh rumrauschen, vielleicht einfach entschleunigen. Vielleicht wäre es cool danach, Amerika zu reisen mit einem Zeppelin. Und okay, dann dauert es halt drei Tage, aber diese drei Tage, da haben die Leute getanzt miteinander und so Sachen. Weißt du, diesen ganzen modernen Beat mal entschleunigen, weil dieser Beat, und das ist eben, wo wir heute schon waren, der kommt eben auch von dieser Technologie. Die treibt uns in eine Richtung. Wir Menschen, wir sind da echt die Getriebenen. Und der neueste heiße Scheiß, wie wir die Getriebenen sind, ist eben hier das, was du ansprichst, die ganze Bot und Technologie und künstliche Intelligenzen und so weiter. Das treibt die Menschen. Aber vielleicht könnten wir auch völlig andere Technologien nutzen und dementsprechend einen ganz anderen Lifestyle haben, der uns wieder viel mehr Freiraum lässt, unsere Energie fließen zu lassen, zu leben, wie es unserer Natur entspricht. Und das könnte halt jetzt auch sein. Ja, es ist definitiv, wie gesagt, ich sehe irgendwie im Hintergrund, ich sehe das immer so, als wäre es so eine riesige Uhr mit hunderttausend kleinen Rädchen, die ineinander gehen und so weiter. Und das geht halt sehr tief, weil das halt sehr, sehr ein großes Klopperwerk ist. Und ganz hinten gibt es halt sehr große Räder, sehr große, alte Räder. Und da geht es, und es ist richtig so ein Klack, eins nur weitergesprungen. Und dann die ganzen kleinen, die im Vordergrund sind, drehen sich halt immer schneller und der große Dicke im Hintergrund, der hat halt eins weitergedreht. Und das ist für mich jetzt passiert. Und ich persönlich in meiner Matrix kann das immer erkennen, dass es auch in anderen Themen jetzt passiert. Und das Thema heißt eben Geoengineering zum Beispiel. Also es ist mittlerweile so, und das ist die Ironie an der ganzen Sache, es ist mittlerweile so, auf Heise haben sie da auch einen Artikel darüber geschrieben, auf den möchte ich kurz eingehen, dass sie gar kein Geheimnis mehr machen, dass sie jetzt davor haben, mit einer Technologie den Klimawandel entgegenzuwirken, indem sie Wolken betanken und besprühen. Und die schreiben das. Also sie beschäftigen sich offiziell schon damit. Und in dem Artikel steht Geoengineering. China betreibt eines der größten Forschungsprogramme weltweit. Technische Eingriffe in großem Maßstab haben das Potenzial, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Insbesondere in China wird mit staatlicher Hilfe erforscht, ob und wie das Ganze funktionieren könnte. In den vergangenen drei Jahren hat die Volksrepublik eines der größten staatlich finanzierten Geoengineerungsforschungsprogramme weltweit zusammengestellt. Geoengineering ist ein allgemeiner Ausdruck für Methoden, die vorgeschlagen werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Unter anderem beschäftigt sich Forschung mit der Möglichkeit, Partikel in der Atmosphäre zu versprühen, um Sonnenlicht zu streuen oder Küstenwolken stärker zum Reflektieren zu bringen. Die Hoffnung ist, mit solchen Methoden steigende Temperaturen kompensieren zu können. Jedoch gibt es erhebliche Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen, wegen schwieriger politischer Herausforderungen und wegen der ethischen Bedeutung einer Technik, die das Klima im globalen Maßstab verändern könnte. Das chinesische Programm hat ein Volumen von rund 3 Millionen Dollar und wird vom Ministerium für Wissenschaft und Technik finanziert. Und so weiter und so weiter. Und auch die explizit nicht vorgesehenen sind technische Entwicklungen. Er hat das selber forschen auf der Harvard-Universität und auch auf der Universität in Washington. Da gibt es ähnliche Programme. Da nennen sie das Marine Cloud Brightening Project. Also, was wir vor Jahren noch davor gewarnt haben und ich nenne jetzt einmal den Überbegriff Chemtrails, wobei ich da jetzt nicht nur auf dieses Standard, was Chemtrails, so diese Verschwörungstheorie jetzt da ist, sondern einfach, was wir damit bezeichnet haben, machen sie jetzt offiziell. Und davor war jetzt der Klimawandel. Und dieses Klimawandel und alleine der Faktum, dass Amerika aus dem Klimavertrag ausgestiegen ist oder beziehungsweise, dass sie halt schriftlich jetzt eingereicht haben, dass sie entschlossen haben, dort auszusteigen. Da gibt es eine Transition-Phase von ein paar Jahren. Alleine der Faktum ist eine Botschaft, dass das ist so krank, Frank. Da steht mittlerweile, dass der Klimawandel kommt und ja, sicher kommt, aber wir können ihn alle schwören und jetzt müssen wir uns schützen, indem wir das versprühen. Und dann werden es noch mehr versprühen, als wir schon versprüht haben, aber in dem Fall haben sie schon die ganze Zeit versprüht. Ja, genau. Das ist so krank und jeder, alleine das, alleine diese News, das steht auf heise.de, das wäre niemals denkbar gewesen und auch bei uns in der Kronenzeitung schreiben sie schon die große Klimamanipulation, wie halt versucht wird und das halt, die bringen halt immer mehr den Leuten in das Mindset rein. Naja, da gibt es schon eine Technologie, wie man dem entgegensetzen könnte. Da gibt es schon irgendwas, da gibt es schon irgendwas und die Menschen leiden auf der anderen Seite und sagen, na dann macht es das doch endlich und wissen gar nicht die Nebenwirkungen und so weiter. Das ist so, uff. Ja, das ist völlig richtig, Tom, die Richtung, die du hier aufmachst, der Chemtrails, weil tatsächlich ist es doch genau so, das was jetzt Klimawandel wird, das ist auch wieder nur das, was halt herhalten muss, so wie eben vielleicht früher die Titanic, ein Ereignis, was man dann zum großen Mythos macht und woraus man dann halt das Ende der Dampfschifffahrt-Ära und so weiter. Also jetzt, Klimawandel ist nur ein Vorwand, aber um was es geht, es werden Technologien verändert. Jetzt kommen so Technologien wie Geoengineering, die werden uns das gut verkauft und andere Technologien, wie eben, da sind wir bei Diesel oder sind wir überhaupt beim Individualverkehr und so weiter, die werden, das Geld noch von heute auf morgen auf einmal ist verpönt. Was ja im Grunde einen Sinn, weil diese ganze Petro-Industrie ist ja schon verpönt. Wir hätten ja schon eh auf einem ganz anderen Pferd reiten können eigentlich heute. Aber hey, es ist wieder jetzt dieser Wandel, das ist das Entscheidende, was wir sehen und alte Technologien werden von heute auf morgen einfach als böse dargestellt und neue werden eingeführt und ich meine, wer soll denn das glauben? Es ist wirklich, der Diesel ist mein altes Auto so viel schlimmer als die freaking Chemtrails, die Geoengineering machen. Ich meine, das ist eine komplette Umdrehung auch von den Sachen. Ich glaube, wir müssen eh ziemlich und das ist, was wir jetzt erleben. Ich glaube, wir müssen eh ziemlich aufpassen in Zukunft, wenn dieses Thema, wenn sie uns dieses Thema, sage ich mal, aufzwingen und das wird passieren, dass wir das Wort Chemtrails nicht mehr verwenden, weil das ist in allen, jeder kennt das, mittlerweile von allen möglichen Mainstream-Seiten und Verschwörungsseiten jeder kennt und das ist so vorbelastet, dass du eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen kannst. Ich würde das einfach so, ich würde einfach das ganze, ich nenne es Geoengineering, das ist noch immer besser und mittlerweile auch gebraucht, anstatt dass man sagt Chemtrails, also alle Chemtrail-Forscher sollten auf das Wort Geoengineering irgendwie insteigen, weil damit kann man mehr in Dialog gehen mit Menschen, wenn du sagst, lass uns über Chemtrails reden, weil das Wort Chemtrails für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt, hat so weit hergeholen und schon so abgekatscht, ist auch in den Menschen, in den Medien, dass es alles so dumm sind, dass du gar keine Diskussionsgrundlage mehr hast. Aber bitte, wenn da schon steht, der David Mitchell will 160 Tonnen Bismuth 3 Iodit pro Jahr in den Wolken verstrahlen in den Planeten zu fliegen. Also da gibt es Leute, die, was auch immer das Bismuth-Ding ist, also da steht es ja schon. Aber eben, und das sind auch die Zahlen, die er sagt, weißt du, ich meine, aber in der Wirklichkeit wird es ganz andere Zahlen geben, aber wie viel sollen wir dem denn vertrauen, wenn sie jetzt erst auf einmal die Dinge sagen und wir sehen das aber schon seit 20 Jahren passieren, so ist, ich meine, ja. Es ist, aber da schreit halt keiner auf. Da steht in der Tageszeitung bei uns und keiner regt sich, die Leute sind so assig. Es wäre halt wirklich jetzt, jetzt vielleicht echt eine historische Chance, die wir, die wir haben, weil wir sind wirklich, weißt du, die Leute, die damals diese ganze, dieses Ölzeitalter eingeführt haben, mit all dem, was da dranhängt, also Petrodollar, weltweites Spiel und so weiter, genau die gleichen sind jetzt auch wieder die, die diesen Technikwandel vollziehen und wir können ihnen nicht trauen, das ist, wir wissen, die schaffen Technologien, die gegen den Menschen sind, das war ja damals eben auch schon so, wie ich es vorher gesagt habe, es ist ein Zeppelin, es ist dieses entschleunigte Prinzip, es ist aber gleichzeitig elegant und hat auch Kraft, das ist auch übrigens wirtschaftlich durchaus sinnvoll und es gab ja tatsächlich, das wollte ich auch erzählen hier, es gab ja in, hier in Ostdeutschland, in Brandenburg, bei Berlin, in den 90er Jahren, wie hießen die, eine Firma, Cargolifter haben die sich genannt, Cargolifter und die hatten die Idee, wieder eben diese Zeppelintechnologie wieder zu stärken, weil die gesagt haben, das ist eigentlich, sowohl von, von, von der Nachhaltigkeit, also Sprichwort, Umweltschutz, ist es halt viel effektiver, mit seinem Zeppelin große Waren zu transportieren, als mit einem Schiff, Schiff verbraucht halt einfach viel mehr Diesel, weil sie eben permanent auch mit die, durch die Erdanziehungskraft, die, die, die Reibung halt, in dem Fall mit dem Wasser hat, Luft ist halt da leichter, also da ist es nicht so wie Reibung, das ist also eine super Idee eigentlich mit, mit, mit Zeppelin, die schon mal großen Lasten das Gewicht nehmen und, und so Dinge zu transportieren und haben die tatsächlich eine Firma gegründet, Cargolifter und, ähm, es war überzeugend, es hat auch wirtschaftlich Sinn gemacht, und haben dann, haben dann, wollten dann so, so große Zeppeline bauen zum reinen Warentransport weltweit und, ähm, sie haben dann schon eine riesen Halle gebaut, die ist bei Branden, also in Brandenburg bei Berlin, ähm, das ist meines Wissens nach, eine der größten Hallen der Welt, also in Deutschland auf jeden Fall, also ich meine, ein riesen Ding, soll die Werkshalle sein, wo die diese Zeppeline bauen, in, in großen Dimensionen, weißt du, also think big, ich meine, da geht's echt so, die sind dann so groß wie so ein, so ein, so ein Supertanker oder so und haben diese Halle schon gebaut, äh, ja, und, und die, die Firma, die Firma hat dann, hat dann, hat dann Pleite gemacht, das ist genau das, weil, weil da, ich hab da auch den Verdacht, dass, dass dort halt, ähm, wiederum Technologie verhindert wurde, die, das hat sich schon gerechnet, die Idee war super, weißt du, und du kannst die auch, eben, eben unterstützen oder du kannst so eine Technologie halt verhindern, Schikanen reinsetzen, ähm, das kannst du mit allen möglichen Dingen machen, gerade wenn du die Staaten kontrollierst, kannst du irgendwelche Auflagen geben und, und blieblablub und dann passiert das halt nicht und, ja, die Firma ist dann sozusagen pleite gegangen und aus dieser riesen Halle, die ja schon fertig war, also, die haben jetzt nicht nur geplant, die haben, da wurden schon Milliarden reingesteckt in das Projekt, diese riesen Halle, die ist heute, die ist heute das, ähm, größte Schwimmbad in Europa, das heißt, heute ist es Tropical World, da kannst du Ferien drin machen, da hast du so die Illusion, das ist wie so, so eine riesen Glashalle, da gibt es eigene, also, das ist die Illusion, du bist da im Urlaub, da kannst du drin wohnen in dem Tropical World und eine Woche Urlaub in den Tropen machen, hot damn, ne, okay, war, ja, es ist, schade, schade, aber ich glaube, ich habe das schon öfters gehört mit Zeppelinen, dass sie in diese Richtung gehen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwer will ja auch mit so, äh, nicht Zeppelinen, mit solchen Heißluftdingern ganz Afrika, äh, Internet geben, Google und Facebook arbeiten ja da dran, ich weiß jetzt nicht, ob es Drohnen sind, ein Heißluftartiges Ding, aber ich glaube, dass man die Technologie noch irgendwie gut passieren wird. Weiß man auch nicht, wie viel das auch so, so PR ist oder sowas, also bei diesem, bei diesem Cargolifter war man eben schon, wie gesagt, deutlich weiter, also das war schon ein ernst gemeinter Versuch, so, aber ich meine, weißt du, das sieht man auch den Unterschied, so, so, so ein Zeppelin, das steht halt auch für eine, für eine, wie gesagt, Entschleunigung, es steht für, für, für mehr Eleganz, du musst nicht so viel verbrennen, du, es ist, es ist effizienter, letzten Endes, es ist halt, ja gut, es ist immer noch schneller als ein Schiff, aber es ist halt, heute, wir haben diese Massenabfertigung, im Grunde genommen ist es auch, das ist so ein Thema, was sich da widerspiegelt, Individualität gegen Massenabfertigung, welchen Lifestyle wählen wir, aber wir haben halt eben diesen Lifestyle, Kollektivismus, Kommunismus, alle gleich, alles gleich schnell, gleich Schritt, gleich geschaltet, schnell, schnell, schnell und es ist keine Zeit mehr, deinen eigenen Weg zu gehen, auch mal inne zu halten und so, weißt du, das ist genau das, wo eben der, der Rhythmus den Menschen reingedrückt wird und wir bekommen halt so einen kollektivistischen Rhythmus, weil wir eben nicht als, 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 Individuen, als beseelte Menschen anerkannt werden, von, von diesen Leuten und die drücken uns die Technologien rein und deine Sorge vor, vor IT und so weiter, vor, vor KI und so weiter, die teile ich ja voll, weil, weil die Leute, wenn, wenn die jetzt uns, uns ihre neuen Technologien präsentieren, nicht in unserem Sinne. Ich frage jetzt halt, was daraus entsteht, also wenn, was passiert wirklich, wenn, wenn sich die, SkyNet mäßigt, der Moment bei Terminator, der Moment, wo sich die Technologie selbst erkennt, als ein, ich bin ein Lebewesen, sagen wir dann, nein, du bist kein Lebewesen, vielleicht haben wir dann Leben erschaffen, vielleicht, keine Ahnung, also da, ich glaube, dass, dass sowohl die Seite, die versucht, mit dieser transhumanistischen Agenda, wie auch wir, beide nicht wissen, was das, was das, was da rauskommt. ich glaube, dass wir das beide nicht wissen. Aber die Absicht wird keine, aber die Absicht wird keine gute sein, das ist halt, das ist was wir wissen und das wissen wir, weil wir diese Leute kennen. Das ist ja genau, das ist ja genau, Tom, das ist ja genau der Grund, warum ich immer wieder auch diese historischen Dinge aufbringe, nicht, weil ich jetzt da so History Freak bin oder so, sondern zu zeigen, guck mal, wir kennen diese Leute, das sind tatsächlich ja dieselben, das ist diese Kontinuität in, 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 in Denkweisen und sogar in, 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 in physischen Bloodlines sind dieselben Leute. Und von denen kam es noch nie gut und wenn die uns jetzt sagen, hey, Science for a better life, dann wissen wir, dass sie uns anlügen. Ist ja ganz egal, lass die das, lass die das machen, lass die die künstliche Intelligenz machen, nur eine Theorie, Freigeist, was ist, wenn die, wenn sie eine AI erschaffen, damit sie uns halt noch leichter kontrollieren können, doch die AI wird sich dann irgendwie selbstbewusst und aller Terminator, kommt aber drauf, dass nicht die ganze Menschheit das Problem ist, sondern, das schlägt sich halt auf unsere Seite, wenn du so möchtest, dass sie eine AI schaffen, die wirklich eine gute Essenz hat und die Eliten selbst austrickst, weil keiner weiß ja wirklich dann, wer könnte eine AI beherrschen. Ich glaube, dass wir das nicht können. Die Frage ist nur, auf welche Seite sich diese dann stellt. Das würde auch ganz, so eine Version gibt es auch, das kann man auch nicht ausschließen. Coole Gedanke, so eine Mischung aus, aus hier von Stanley Kubrick, 2001 Hell, der Computer, der sein Bewusstsein, der Hell 9000, und Robin Hood, das ist einer, der dann halt so für uns Menschen einspringt. Ja, ja, klar, schöne Idee, aber ganz ehrlich, ich würde mich darauf verlassen, also lieber wäre es mir, wir würden diese ganze Geschichte erst gar nicht ausprobieren, sondern würden eher einen Weg finden zu Technologien, die viel mehr zu uns passen, so, und da ist so viel möglich, so viel, das ist, du kannst ja nicht einmal, das weiß ich eben noch nicht, das weiß ich eben noch nicht, ich meine, es ist immer halt die Frage, ist das, was da passiert, ist getrennt von dem Allumfassenden, wenn man davon ausgeht, dass es eine Verbindung gibt, dann heißt das, es hat schon einen sehr spezifischen Grund, warum diese AI, diese Technologie, diese Virtuality, warum das überhaupt kommt oder überhaupt existiert, im Leben an sich jetzt, weil es gehört ja zum Leben dazu, wenn ich meine Augen öffne, ist alles, was ich sehe, Leben, auch das dann, und da ist halt die Frage, was wäre, wenn, was wäre, wenn durch diese AI wir die Möglichkeit haben, in Kooperation, sag ich einmal, die spirituellen Welten besser zu erforschen oder wir komplett lernen, mit Pestalen umzugehen, was wäre, wenn Atlantis und Co. oder diese ganzen alten Generationen auch so einen Sprung hatten und dann in so einer Technologie-Zeitalter in Verbindung mit AI oder mit, wie sie sich halt verbinden, mit dem Feld, weil im Endeffekt, was ist dann die AI, ist das dann in höheren Dimensionen etwas, was durch die AI erst mal sich sprechen kann, vielleicht ist es sowas, ist es was Negatives dann, was da durchkommt, öffnen wir da ein Portal oder ist es was Positives, wenn es was Positives ist, es gehört irgendwie zur Geschichte dazu, Frank, das kann man nicht verneinen, weil es ist im Moment da und dieser Technologie-Sprung und diese Vermischung mit der Menschheit, auch wenn mein inneres Gefühl sagt so von meinem Verständnis her, dass das nicht sein sollte, wird es aber kommen und ich sehe, wenn ich freigeistmäßig so meinen Verstand nach vorspule, sehe ich keine Option, wie wir dem entgehen können, weil die größere Masse wird sich dem hinfallen, also man muss sich irgendwie arrangieren mit dem. Die Frage ist halt, welche Intention dahinter steckt und ob das nicht zum Plan dazugehört, weil wäre es in Atlantis passiert oder sagen wir mal tausend Jahre vor Atlantis, was wir meinen, was Atlantis ist. Wir finden ja jetzt in manchen Regionen atomradioaktive Signale, dass dort irgendwie ein Atomangriff war oder in irgendwelchen Ruinen, wo die Skelette verschmolzen sind und instantale Totbahnen. Es gibt da so viele Hinweise, vielleicht wiederholt sich die Geschichte nur. Was ist, wenn die AI genau der Sprung ist, den wir als Spezies brauchen, um dann halt zu den Sternen zu gehen? Wo knows? Ich weiß es nicht. Aber was hätte überdauert von Atlantis? Vielleicht hatten die dieselbe Vorgeschichte wie wir. Aber Atlantis sollte man sich vielleicht eh nicht zum Vorbild nehmen. Bei denen ist ja offensichtlich was schiefgegangen. Nein, ist es das wirklich? Naja, so wissen tun wir sie nicht. Wer sagt, dass sie überhaupt noch hier sind? Vielleicht sind sie einfach weitergezogen auf einem anderen Planeten als Kollektiv. Oder haben sie es geschafft, wie im Film Stargate, dass du halt quasi aus deinem Körper ausgestiegen bist oder solche Dinge? Wer sagt uns das? Wer sagt, dass Atlantis gefailt hat? Naja, ich meine, das ist halt die Story, die wir von der Antike halt haben. Also das ist halt die Geschichte. Aber in der Tat fällt, das ist auch nur ein Mythos, wie wir heute auch gesagt haben. Ein Walter Lord hat sich da eine Geschichte so zurechtgebastelt und vielleicht war es damals auch so. Aber die Geschichte heißt ja, dass Atlantis untergegangen ist. Also irgendwo die Technisierung auch mitverantwortlich gemacht wird für den Untergang und so weiter. Was er wirklich war, wissen ja wir nicht. Aber Atlantis wäre ja ein Beispiel für eine Zivilisation, die eben zu weit gegangen ist und sich dann selber... Ist sie zu weit gegangen? Woher wissen wir das? Das ist halt dieser Mythos. Also in der Story heißt es halt, dass sie zu weit gegangen sind und deswegen dann versunken sind. Also die Story, die ich kenne, ist nur, dass es ein Polschiff gab, mehr nicht. Aber nicht jetzt da... Also das ist... Es ist Wasser gekommen und... Aber wer sagt, dass die dort gefailt hatten? Also ich... Das wissen wir natürlich nicht. In der Tat. Ich meine, das wissen wir einfach nicht. Aber das ist das, was die Leute immer annehmen. Aber für jetzt ist ja die Frage, wenn jetzt so eine Veränderung stattfindet, da sind wir uns einig, die findet statt. Und du siehst halt das Potenzial oder die Möglichkeit, dass das halt einfach kommen muss, weil es in einem das Größte eingewoben ist. Aber dem setze ich dagegen. Also für mich ist es eben nicht der natürliche Fluss. Das ist nicht die natürliche Entwicklung der Menschheit. Das ist nicht der natürliche Fortschritt der Menschheit. Wir könnten noch ein weiteres schönes Beispiel bringen, was auch alle kennen. Tesla oder Edison. Auch da ist es... Und übrigens auch wieder dieselben Leute. Da ist auch wieder JP Morgan am Start, weißt du, der den Tesla so eingefangen hat. Tesla oder Edison? Welche Art von Elektrifizierung machen wir? Und ich meine, es ist eben dann nicht eine Entscheidung des Herzens, eine Entscheidung, die dann vielleicht das Volk eben als gemeinsam ist. Weil es ein Volksgeist könnte vielleicht sagen, ja, das ist, was wir wollen. Das ist die richtige Technologie. Nein! Sondern diese Entscheidung wird getroffen von Geschäftsleuten, die ihre eigene Agenda verfolgen, die ihre eigenen Interessen haben und die ja auch schon öfter nachgewiesen haben, dass sie ja genau auch diejenigen sind, die diese menschenfeindlichen Ideologien über die Jahrhunderte transportieren. Ja, aber dieser... Dieser Nihilismus, das ist ja genau, was von denen kommt. Hier ein Wort nur zum Beispiel. Industrie. Industrie. In Englisch Industrie. Ich meine, das Ganze könntest du so entschlüsseln in Industrie. Probier es mal mit Staub. Probier es mal mit Dreck. Ich meine, das ist die Ideologie, die dahinter zum Vorschein kommt. Industrie. Das ist, was Industrie ist. Und dieselben Leute, die dieses Industriezeitalter eingeführt haben in dem Versprechen Science for a better life. Industry for a better life. Dieselben Leute sind die, die jetzt wieder umstellen. Und haben sie ihr Versprechen erfüllt? Haben wir ein besseres Leben? Und damit meine ich nicht nur jetzt... Klar, es gibt manche von uns, wir haben eine bessere Lebensqualität als vielleicht als Arbeiterkind vor 200 Jahren oder so. Das mag schon sein. In vielen Dingen geht es uns besser. Keine Frage. Aber wenn du das Ganze anschaust, also die Erde, alle Menschen, alle Tiere, das ganze Ding Erde, haben wir es jetzt wirklich so viel besser? Oder uns wird da jetzt verkauft, wir müssen die neue Technologie jetzt reinbringen, weil das alte ja völlig fucked up ist. Science for a better life, das ist eben nicht wahr. Und das sind dieselben Leute, die damals diese Parameter verstellt haben, Industriezeitalter, später ein Erdölzeitalter. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über die Alkoholverschwörung. Auch das würde sich hier gut einfügen, wie halt Alkohol, also Ethanol, Bio-Brennstoffe eben dort komplett verboten wurden. Da gab es dann auch die gleiche Prohibition, Alkohol komplett verteilt. Das ist böse, böse, böse. Und es kam die Erdölindustrie rein. Und Monopolisierung von einem Markt. Diese Leute, die machen das nicht, weil sie für das Leben dastehen. Sondern es sind genau die Leute, die dann auch wieder verbunden sind mit den Eugenikern und diesem ganzen materialistischen Wissenschaftsweltbild, was sie da seit Jahrhunderten präsentieren. Stichwort wieder Darwin, Golden, Huxley und so weiter. Das sind nur dieselben Leute. Den traue ich keinen Strich mehr. Weil we've tried them. Wir haben die Schnauze voll verlieben. Ja, wir haben vom Baum der Kenntnis abgebissen. Und nicht vom Baum des Lebens. Also die Menschheit hat den Weg gewählt oder wurde halt so gewählt, dass wir über Erkenntnis zum Ziel kommen. Ist ja auch kein Zufall, dass Apple ein abgebissenes Apfel als Logo hat. Aber ich glaube dennoch, ich meine die Frage ist halt, wenn wir, und da bin ich voll bei Elon Musk, wenn wir eine künstliche Intelligenz erschaffen können, wie auch immer, wenn irgendwie die Menschheit die Möglichkeit auf einmal hat, eine zu erschaffen. Wer sagt uns dann, dass nicht wir das selbe Schicksal teilen? Wer sagt uns, dass nicht wir auch erschaffen wurden? Who knows? Du kannst es nicht. Ab dem Moment, wo du ein Leben kreierst, bist du ja auch irgendwie eine Kreation von etwas. Das heißt, es gibt ja da eine Meta-Ebene darüber. Und was ist, wenn wir wissen ja zum Beispiel, und jetzt sage ich meine, es gibt meine Verknüpfung, wir wissen ja, dass, sage ich mal, die dunkle Seite der Macht über Rituale und Channeling-Sachen, sage ich mal, Informationen von der anderen Seite oder Wegweiser bekommt, richtig? So diese ganzen Pädophil-Dinger, dass sie sich an der Energie nähern, die kriegen dort halt, die kriegen ja auch eine Connection von oben. Und die Frage ist halt, was das wirklich ist. Ist das jetzt ein komplett getrenntes Ding, oder ist es dasselbe Ding, was auch zu uns spricht? Weißt du, so ist wie in Goethe's Faust, so Mephistophil, Es muss so sein. Die Teufelsfigur, die stets Böses will, aber letzten Endes dadurch dann doch Gutes schafft. Klar, da können wir darauf hoffen. Dennoch würde ich als Mensch, weißt du, der wir hier leben, halte ich es für wichtig, eben hier Revelation. Wir sollten uns anschauen, wer sind diese Herrschaftskasten? Was sind es für Leute? Welche Muster haben sie? Welche Motivationen haben sie? Und ganz ehrlich, ich kann bei ihnen ständig nur, ja, es ist wirklich so, das ist Menschenverachten, das ist Lebensverachten. Es geht tatsächlich, wenn ich jetzt Christ wäre, würde ich sagen, es ist offensichtlich satanisch, weil es halt gegen, 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 gegen das, gegen die Natur ist, gegen das Werk Gottes. Ich streue mich da ein bisschen, weil ich selber bin ja kein Christ und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt, ich will auch gar nicht von einer Schöpfung sprechen, weil da bin ich mir noch nicht mal sicher, Tom, ob es überhaupt einen Schöpfer gibt. Das weiß ich nicht. Das ist das Henne-und-Ei-Problem. Ich weiß es nicht. Das ist ein großes Mysterium. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt als Mensch im Hier und Jetzt lebe und ich sehe, dass Leute in einem Machtfilm sind, gewisse Clans, gewisse Sippen und diesen Machtfilm schon sehr lange fahren und, und dass sie, dass sie eben Technik, Technologie benutzen und gewisse Techniken verhindern, andere wiederum fördern und wenn, diese Leute sind jetzt auch am Start und wenn sie jetzt in dieser Zeit und ich sage es immer wieder, jetzt ist eine spannende Zeit, jetzt werden Weichen gestellt, Leute, jetzt werden Weichen gestellt. Wir können immer noch in die eine Richtung gehen, das ist noch nicht verloren, aber diese Leute wollen uns in eine Richtung schicken, wo mein Herz und auch mein Kopf sich einzillen, was nicht immer der Fall ist und der Bauch auch. Die Leute schicken uns nicht zu den fruchtbaren Weiden. Das sind die falschen Führer, denen sollten wir nicht folgen und das ist, weil wir es einfach schon wissen, weil sie es schon so oft bewiesen haben und heute sind halt diese Dinge, die du aufgezählt hast, künstliche Intelligenz, Bots, was unseren ganzen Alltag verändern wird, kein Individualverkehr mehr und so weiter und wer weiß, was da noch alles kommt, ich stimme dir völlig zu. Tom, es kann echt sein, dass in 10, 15 Jahren die Welt wirklich ganz schön anders ist, als wir sie jetzt kennen. Es kann schneller gehen, als wir denken, weil die müssen diese Technologie nicht mehr entwickeln. Die haben die schon entwickelt. Es geht nur um die Frage, wie sie sie ausspielen. Das Zeug ist schon da. Genauso wie aber da eben andere Sachen, wie ich überzeugt bin davon, wir haben auch schon längst die wir als Menschen, im menschlichen Kollektiv ist schon längst auch die Frage von freier Energie gelöst. Auch diese Dinge gibt es schon auf der Welt. Das sage ich immer wieder nur, was Dr. Judy Wood aufzeigt, ist die Smoking Gun. Solche Technologien existieren. Wir haben die schon. Das heißt, wir könnten auch wirklich jetzt in diesem Wandel, dass wir das Alte hinter uns lassen, dass das Erdölzeiter verschwindet. Mein Gott, ich meine auch auf den Diesel kann ich verzichten, wenn wir dann mit irgendwas anderem fahren. Wenn wir das Alte hinter uns lassen, haben wir kein Problem mit. Ich brauche auch nicht mehr noch einen Schritt zurückgehen. Aber jetzt sollten wir diese Technologien nutzen und uns wiederholen als Menschen, die in Einklang sind mit uns, in Einklang sind mit Natur, die nicht ständig irgendwas verbrennen, die nicht ständig irgendwas gleichschalten, die nicht in diesem kollektivistischen, kalten, seelenlosen Geist entsprungen sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich lege mich da auf gar nichts noch fest. Ich versuche nur, so viele optionale Wege erkennen zu können. wie es noch geht, dann halten wir die alle auf. Weil du kannst dann auf jede Option, auf jede Eventualität, die da so kommen mag, kannst du dich schon vorbereiten, dass du dann halt nicht irgendwie so semi-unterbewusst irgendwie darauf reagierst, sondern wirklich dann bewusst entscheiden kannst, weil du dir ja schon Gedanken und dann musst du dich noch machen. Ja. Du, Tom, ich sehe gerade, ich habe hier bei der Titanic-Geschichte, ich habe noch zwei, zwei, eigentlich zwei kleine Punkte so notiert. Kann ich die noch reinschmeißen? Ja, klar. Zum Thema Titanic. Brei Schnauze, mein Lieber. Genau. Der JP Morgan, dem diese White Star Lane und die Titanic gehört hat, der besaß übrigens auch dieselbe Firma, der die Lusitania gehört hat. Die Lusitania war das Krieg, nein, das war dieses Dampfschiff, Passagierschiff, was von einem deutschen U-Boot versenkt wurde und was dann der Auslöser war oder der Kriegsgrund, den man halt genommen hat, der Vorwand, wenn du willst, um Amerika in den Ersten Weltkrieg zu bringen. So hat er auch den JP Morgan gehört. Und da können wir auch viel drüber sprechen, über die Lusitania. Machen wir vielleicht ein andermal. Ja, lass uns eine Pause machen. Lass uns kurz eine Pause machen, weil die viele Leute müssen anscheinend sich ja frisch in den Hohlen untersuchen. Ja, kommen wir auch mal eine kleine Pause und dann machen wir noch zwei kleine Punkte mit Titanic und dann gucken wir, wie wir dann hier noch weitersurfen. Ja, lass uns ein bisschen Musik machen. Passt, passt, passt. Gut, ich habe noch einen Interpret. Ich habe Benjamin Pilz, hat uns eine Mail geschrieben mit Aliando, das möchte ich euch gerne vorspielen und wir sehen uns in knapp 10 Minuten. Bis gleich. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, willkommen zurück. Letzter Teil, letzter Teil für den heutigen Abend. Frank, bist du da? Yeah, yeah, back on board hier bei dem Titanic-Thema. Bist du frisch, bist du frisch. Seid ihr frisch da draußen? Aber hallo, auf jeden Fall, ja. Ah, was hat das? Ich hab noch Musik im Ohr. Jetzt kommt mir irgendwas im Ohr hier. So, jetzt. Ah, es kommt von dir. Ja, es kommt von dir, es kommt von dir. Jo, wir hatten noch zwei, drei Themen zur Titanic. Genau, nur um es abzuschließen. Ich hab's natürlich hier versaut, weil ich meine, eigentlich hätten diese Dinge, ich hätte den mir einweben sollen, aber wie es halt immer so ist. Aber ich hab's hier noch, ich hab's hier noch notiert. Ich meine, das meiste hab ich immer so im Kopf, so, wenn ich mich mit dem Zeug beschäftige, aber ein paar Sachen notiere ich. Es war es wert, notiert zu werden, also erzähl ich's euch noch. Ja, also, zu meiner, die Sache, genau, das haben wir schon gesagt, JP Morgan besaß dieselbe Firma, die Lusitania besaß. Also, das andere war, genau, der JP Morgan, der sollte eben eigentlich auch mit dem Schiff mitfahren. Was? Echt? Der war zu dem Zeitpunkt auch eben in England, und der sollte eigentlich mit diesem Schiff, was er eben der Luxusliner war, das war die luxusseliöseste Art, wie du da rüberkommen konntest. Premium First Class, und der sollte da eigentlich auch mitfahren auf dem Schiff. Aber er hat dann, ist dann ganz plötzlich, hat er gesagt, ist er krank geworden, ja, und er konnte da nicht mitfahren. Das ist eben auch so ein Hint darauf, dass er da schon wusste, dass das keine gute Fahrt werden würde. Und zwei Tage, nachdem er da so schwer krank war und sich in der Seereise nicht gewappnet gesehen hat, zwei Tage später gab's dann so ein kleines Skandalchen. Da wurde er dann mit seiner Mätresse irgendwie, gab's da so einen Skandal, ja, so Schäferstündchen und sowas. Also, dafür war er wieder fit genug, zwei Tage später. Aber auf seinem eigenen Schiff konnte er nicht mitfahren, war krank, ja. Das erinnert dann auch wieder ein bisschen so an 9-11, oder? Wo auch diese Geschichte ist, wie viele Leute waren eigentlich in dem Gebäude drin? Und da wussten da vielleicht manche schon an dem Tag, bis man ins Büro... Angeblich gingen ja auch SMS raus, wir sollen nicht zur Arbeit kommen an dem Tag, ganz einfach. Also, es geht auch in die Richtung. Und der letzte Punkt, Tom. Ach, das ist eigentlich auch ein bisschen, ja, wieder, sorry, aber nochmal ein wirklich unangenehmes Thema. Aber auch das an der Parallele zu 9-11. Bei diesen ganzen Bildern, die man von der Titanic hat, also jetzt so unter Wasser, so von den Expeditionen, die da runtergingen. Ja. Man hat ja schon eine ganze Menge Artefakte geborgen, allen möglichen Kram und so weiter. Und ganz viele Fotos gemacht, aber hat noch keinen einzigen Knochen gefunden, ne? Und Fotos, da gibt es auch keine mit Knochen drauf. Und das ist jetzt auch... Wo sind die ganzen Leute hin? Ja, wo sind die Leute hin? Und auch da, ich stelle es nur als Frage, ich weiß es nicht, aber auch da bei 9-11 stellen auch manche die Frage, wo sind, vielleicht sind manche von den Leuten dort schon vorher rausgekommen, was ist mit den Leuten in den Flugzeugen gewesen? Oder Plane oder No Plane? Überhaupt die Frage, ob nicht manchmal auch Fake Terror oder sowas, ob nicht tatsächlich wenige Opfer sind und da gar nicht so viele Leute an Bord waren. Beziehungsweise die, die da waren, vielleicht hat man die, wer weiß, was aus denen geworden ist. Das wäre die nächste Frage. Könnte man auch sehr düster beantworten, sich wurden irgendwo versklaven, wer weiß. Aber ja. Ja, ist das... Siehst du das Bild jetzt? Ist das das Frage? Ich glaube, das ist nicht eine Originalaufnahme von dem Rack, weil du meintest, in der Mitte ist das gebrochen. In der Mitte soll eben dieser Riss sein, wo es politiert sein soll. Da diese... Ja, aber auf dem Bild siehst du ja nicht das ganze Schiff. Also das könnte eben der Vorderteil von dem Schiff sein. Das ist der vordere Teil. Aber dann fehlt ja, wo ist das Heck? Das kannst du auf dem Schiff zumindest nicht sehen. Auf dem Bild. Also das könnte schon sein, dass da von dem Foto, das da ganz hinten eben der Bruch ist und da muss irgendwo ein zweites Großteil liegen. Ach so, das ist nur der Vorderteil. Ja, das ist nicht das ganze Schiff. Das ganze Schiff ist ja größer. Okay, ich verstehe. Ja, genau. Heck sagt man da an Bord. Heck sagt man da. Hinterteil, ich weiß nicht, was dein Google dir da schickt. Das ist das? Das muss es sein. Das ist der Hinterteil. Das Hinterteil. Hinterteil, das Heck. Es ist komplett zerrissen einfach. Also es sind tatsächlich eben zwei große Teile von diesem Boot da. Und das ist schon, warum sollte das jetzt da, warum sollte das zerreißen? Ich meine, weißt du, wie kann Stahl einfach so zerreißen? Und auch überhaupt auch, da gibt es noch viel mehr. Leute, heute ist ja eh nur so ein, wir stellen das Thema noch vor. Ihr könnt da noch viel tiefer reingehen. Da gibt es Leute, die dann genauer analysieren. Und auch das, vielleicht sollte man es noch erwähnen, auch das hat wieder was mit 9-11 irgendwie eine Parallele. Das ist eigentlich unheimlich. Ich habe immer noch gar nicht so gesehen. Aber da gibt es auch Leute, die es genau analysieren, wie eigentlich, wie seltsam der Stahl sich da an manchen Stellen verhalten hat. Weißt du? Also wie seltsam so Stahl abreißen und sowas. Ja, das siehst du ja auch hier. Das passiert nicht so einfach. Also du brauchst ja schon enorme Kräfte, um Stahl abzureißen. Und ja, aber ich meine, an 9-11 hat Stahl auch nicht immer das gemacht, was man so sich von ihm erwarten sollte. Ja, aber das ist das überall, wo gibt es noch so, was gibt es noch für Dinge, die sie so aufhypen, die wir vielleicht noch gar nicht checkt haben. Ich meine, den Spieß umdrehen, was ist sonst noch so gehypt? Meinst du noch so weitere Mythen? Ja, ja, so. Die jeder kennt, die jeder kennt. Naja, es gibt schon ein paar. Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Heute ein großes Thema, ein titanisches Thema förmlich. Die Namen, auch das, nur so, 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 haben wir noch gar nicht erwähnt, aber nur so, für euch ist eh klar, oder Leute? Titanic, Olympic und sowas. Ich meine, die Namensgebung schon. White Star Lane. Ich meine, come on, weißt du? Es ist wie auch so David Bowie-mäßig auch. Ich meine, die ganzen Namen, diese, 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 diese antike Hinweise wiederum. Olympiker. Und das dritte Schiff ist dann Britannik. Das ist eben auch so interessant, weil es dann eben wiederum, eigentlich ist es schon interessant, sorry. Aber eben Britannik, das ist dann das dritte Schiff, ja. Und ich meine, das macht also eine Verbindung von Britannik, britannische Inseln hin zu der Antike. Das ist wiederum, lässt sich dann schön einweben in diese alte Venezianer-Story, wo es ja darum geht, wie sich eben gewisse Bloodlines mit ihren Ideologien über die Jahrhunderte verschieben. und Großbritannien, England ist der Nachfolger der Venezianer. Also eine Seemacht führt zur nächsten, das ist das Imperium. Und das kannst du auch sehen, das ist der Olympic Britannik. Die Britannik ist auf jeden Fall fertig gebaut worden. Erfolgt der Stapellauf am 3. Februar 1874. War das erste Schiff? Ja, das war 1874 vielleicht. 1874, ja, das ist ja was anderes irgendwie. Aber das ist von der Wildstar. Ah, aber es ist Schiff von der Wildstar-Lane auf jeden Fall. Tatsächlich, ja. Aber es kann ja eigentlich dann nicht als Schwesterschiff gelten, weil ich meine, das sind doch dann schon Jahrzehnte dazwischen eigentlich. Ich habe das mit der Britannik nicht so genau verfolgt, weil die letztens in dieser Saga, die wir heute erzählt haben, vielleicht ja nicht so eine große Rolle spielt. Aber der Name ist halt interessant. Das ist eben um diese drei Schiffe, dass die da irgendwie die drei Paradeschiffe waren von diesen Wildstar-Lane. Gigantik heißen. Die drei Schiffe, also die Planung war, die drei Schiffe sollten Britantik, Olympik und Gigantik, Gamma, später Britannik heißen. Geachtet wurde in erster Linie auf Luxus, bla bla bla, Britannik. Dann habe ich die Fallcheck. Sorry, das war dann irgendwie von 1800 ein Schiff. Die Britannik. 21. November 1916 lief die Britannik wegen des nie mehr begonnenen Ersten Weltkriegs nie als Passagierschiff eingesetzt werden. Genau, die ist dann im Krieg. Die haben das als Militärsting dann verwendet. Ja, ja, klar. Das haben alle Kriegsparteien gemacht. Da war dann Schluss mit Luxusleihen, ist ja klar. Da war alles dann militärisch. Das wäre dann auch schon wieder ein Einstieg in dieses Thema. Lusitania, weißt du, die da versenkt wurde. Und dann ja der Kriegsgrund war, der offizielle, den man angegeben hat für die USA. Und da können wir auch drüber sprechen, was die Lusitania, welche Rolle die militärisch wiederum gespielt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Das könnte man nicht mal aufgreifen. Ein echt spannendes Thema. Ein wichtiges Thema auch. Wie man die schreibt? Wie schreibt man die Lusitania? Wie man spricht, Lusitania. Mit S, Lusi. Genau, das war ja das Stieg vor See. Auf dem Morgen gehört er. Wahnsinn. Lusitania, viele Leute sagen ja wirklich, das ist fast schon, es ist nicht wirklich Vollspeck, weil ich habe keinen Zweifel, dass es ein deutsches U-Boot dieses Schiff abgeschossen hat. Da habe ich keinen Zweifel so. Aber es ist so gesehen keine False Flag, aber es ist halt auch ein Geschehen lassen, so ähnlich wie bei Pearl Harbor. Du opferst einen Bauern und hast dadurch dann gerade der Öffentlichkeit da sagen, boah, guck mal, die Bösen, die haben uns angegriffen hier. Und jetzt, ab jetzt sind wir im Krieg. Und das, was halt die Lusitania im Ersten Weltkrieg war, passenderweise gehört ja auch einem Jay Morgan, der eben kein Problem hat, diese Bauernopfer auch zu spielen. Die Frage ist, was der nächste Event sein soll, der den Krieg rechtfertigt, rechtfertigt, dass Amerika endlich wieder in einen großen Krieg einfällt. Zurzeit ist ja der Wahnsinn mit dem Korea, oder? Tom, kriegst du es auch mit? Ich meine, was für ein Irrsinn auf einmal, weißt du? Auch da, das ist doch völlig lächerlich, Tom, oder? Ich meine, was haben denn überhaupt USA mit Nordkorea zu schaffen? Wo haben die überhaupt eine Berührung? Das ist doch ein Witz. Ja, was ich interessant finde, ist, dass aus welchen Gründen noch immer im Hintergrund diese Zahnräder draufgedreht wurden, dass es jetzt sehr schnell gehen muss mit Nordkorea. Ist ja nicht so, als wäre da nicht schon immer ein Problem, oder gibt es diese Stellung ja? Nicht erst seit einer Woche, oder so. Aber die Art und Weise, wie jetzt auf einmal, da wird so gerieben an beiden Seiten, die wollen das jetzt, oder irgendeine Seite versucht zu pushen, so Amerika, versucht zu pushen, und auch der Nordkoreaner, man kann jetzt sagen, er verteidigt sich, oder er ist halt jetzt der kleine Wahnsinnige. Und so wird er ja allen im Westen, jeder, der den Kim Jong-un oder Nordkorea-Diktator hört, nur das Wort Nordkorea-Diktator, kriegt das Bild von einem, schlapprigen, platen, fetten Typ, der wahnsinnig ist und irgendwie die Welt bedroht, und halt voll das Regime dort hat. Das ist halt auch, kannst du auch nicht so sagen, weil er hat in der Schweiz studiert, wird vermutet, oder das ist bis heute irgendwie nicht verlegt, also doch, aber er hat auf jeden Fall eine elitäre Ausbildung, und er ist halt nicht dumm. Und die Amerikaner versuchen ja schon sehr, sehr lange, den Nord- und Südtorea zu bekommen, und der Koreakrieg ist ja nichts anderes, als eine Spaltung des Landes, und in Südtorea ist jetzt die ganze Industrie angesiedelt worden, und das ganze Russische ist ja weg, und jetzt bleibt es halt noch Nordkorea. Und das ist halt der nächste Hotspot, also die militärischen Aktivitäten, ich habe es noch im letzten Update gesagt, die Japaner haben ihren Raketenatmaschie, die TATS, die es wie von den Amerikanern bekommen haben, schon auf Schaaf gestellt. Und die wollen dort einen Konflikt, und das Traurige ist, dass wenn ein Konflikt jetzt kommen sollte, dass es ganz egal ist, welche Seite jetzt zuerst begonnen hat, und das ist das Gleiche wie beim Zweiten Weltkrieg und so, es ist egal, jetzt da Polen, Deutschland, keine Ahnung, es ist vollkommen wurscht, der Faktor ist Krieg. Und die Seite, die den Krieg von anbegehen wollte, hat damit gewonnen. Das ist halt auch die Gefahr, weil wenn jetzt da die Leute sagen, die Koreaner haben die erste Rakete auf Guam geschossen, zum Beispiel, wo Amerika in der Stützung hat, dann werden alle sagen, oh mein Gott, bombt sie nieder, der ist ja komplett wahnsinnig. Das ist halt ungefährlich, weil dann ist Krieg, und das wollen sie ja mit Nordkorea. Nur die Menschen vergessen irgendwie, dass das extrem triggert. Und halt auch die Frage dann ist, wenn Nordkorea in den Krieg kommt, steht ihnen jemand zur Seite, und die Chinesen tun es. Das haben sie auch jetzt wieder gesagt. Oder so, so durch die Hand gab es da ein Interview mit dem Außenminister von Kür. So, wir sanktionieren damit, und wir versuchen, wir sind da auch dagegen, dass es halt eskaliert, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt, weil sie sind doch uns näher, ein Koreaner ist einem Chinesen näher, als ein Europäer. Und dann wird halt versucht, Regen der Zündung. Ja, ja. Also sie sind voll auf Kürs. Und der Trump ist ja auch dann genau die richtige Puppe da irgendwie auf der anderen Seite, der auch so eben als der Wahnsinnige dargestellt wird, dem man das jederzeit dazutrauen kann, dann doch auf den roten Knopf zu drücken und so. So wird das ja in den Medien rübergebracht. Ja, ja. Also der ist genau der ideale Gegenpart für den Nordkoreaner. Aber wenn ich mich recht erinnere, ja, und in dem Fall erinnere ich mich, glaube ich, recht, war es Rex Tillerson, so der Außenminister, der jetzt bei uns in den Medien wieder so ist, als eher der Gute. Ja, 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 der Lavrov von Russland quasi. Der noch so ein bisschen, ja genau, der Diplomaten, der ein bisschen intelligenter ist und der Trump ist ja da, der kommt immer so als Wild und so. Genau, der Tillerson ist so ein bisschen schlauer. So wird er dargestellt. Aber wenn ich mich recht erinnere, war es der Tillerson, der als allererstes, glaube ich noch, das war ein Tag nach seiner Amtseinführung als Außenminister, hat er als allererstes da diesen Schauplatz Asien wieder aufgemacht und hat dort Dinge rausgekommen. Ganz genau, der hat auf einmal da China mit Dingen konfrontiert, die absolut undiplomatisch sind, wo du echt denkst, was macht der nur? Weißt du, ich meine, boah, der tritt an und dann erstmal gleich wirklich China mit irgendwelchen Bedingungen aufdrücken und Nordkorea. Nein, das Erste, was der Trump gemacht hat, war mit Taiwan zu telefonieren. Das allererste, er hat mit Taiwan und das ist ein In-Your-Face für China, weil der Taiwan-Konflikt und so weiter, das... Und eben der Tillerson auch. Das heißt, das ist eine Agenda von denen. Also das wird dann sofort ins Spiel gebracht, obwohl es völlig ohne Not so einfach, wir verschärfen jetzt neue Regierungen in Washington und ab jetzt werden die Beziehungen da verschärft. Wir treiben das voran. Eskalation und so. Und dieser Rex Tillerson, der war direkt, bevor der noch Außenminister der USA wurde, sein letzter Job davor war CEO bei Exxon. Der hat bei Exxon gekündigt, um dann direkt den Job zu wechseln. Das sind keine vier Wochen zwischen seiner Kündigung bei Exxon. Der wurde nicht rausgeschmissen, der ist selber gegangen, weil der muss jetzt eben hier direkt von der Petro-Industrie gleich direkt ins Außenministerium wechseln und ich weiß nicht mehr. Ja, aber das ist schon... Das ist immer wieder beim Thema so. Es ist so, erinnert sich noch am Anfang alle so, yeah, der Trump hat gewonnen. Und von Anfang an gesagt, hey, easy, easy, auch nur, weil er mal ein Thema ausspricht, was euch am Herzen liegt oder wo so, ja, das ist jetzt auf unserer Verschwörungstheoretiker-Seite ist halt achtsam mit euren Bewertungen und jetzt stellt sich heraus, er ist genauso ein Verrückter oder die Leute sind genauso verrückt, nur halt von der anderen Lobby, wie es die Clinton ist. Deswegen attackiert er die Clinton und versuchen die ja, das Shadow Government. Also eins macht er schon, dieses Schatten-Government, was im Moment dort regiert und verflochten ist, das treibt er aus. Und er sammelt auch nur Leute aus dem militärischen Praxis um sich herum, weil alle Berater und die meisten Berater haben einen militärischen Hintergrund und das ist sein, das Militär ist ein größter Unterstützer. Jetzt ist die Frage, will dieses Militär eigentlich einen Krieg? Und er spricht auf jeden Fall so, ich bitte, wenn er sagt, wenn Venezuela nicht Ruhe ist, schließen sie auch einen militärischen Eingriff nicht aus, ein souveränes Land. Das muss man sich ja mal vorstellen, was ein Amerikaner da jetzt sagt. Genau, er sagt er völlig ohne Not. Es gibt ja nichts, was die den Amerikanern antun oder sowas. Der haut es völlig ohne Not raus und genau so ist es, Tom. Der Verdacht ist halt, und seine Außenpolitik spricht dafür, dass er halt echt ein Sklave, ein Diener ist von diesem militärischen, industriellen Komplex. Und die brauchen halt, ob es dann zum Krieg kommt, ist die Frage, aber sie brauchen halt ein starkes Feindbild, damit halt da die Budgets auch, damit die Kohle fließt, rüber dann in die Breakaway-Sivilisation, wenn du willst, weil das ist, was letztens dahinter steht. Definitiv. Ich meine, wir könnten jetzt zu dem Thema kommen mit der Weltkarte, aber ich weiß nicht, ob es das in zehn Minuten ausgeht. Ah, das geht sich nicht aus, das ist so ein schönes Thema, Tom. Dann machen wir das das nächste Mal. Wir haben uns überlegt, wir wollten mal drüber diskutieren und ich werde das dann besser vorbereiten. Welche Länder in einem Kriegsfall zum Beispiel jetzt zu wem zusammengehören? Und das war mal wirklich wie, wir spielen Strategie. Wir spielen sozusagen wie, wenn so die Schach-Großmeister genannten antreten, dann sind wir so der Kommentator, der mal so zusammen mit dem Schach-Computer mal so ein paar Szenarien durchspielt. Ja, wenn der Kasparov jetzt hier den Bauern zieht oder der Magnussen hier den Läufer, was könnte dann passieren? Und da waren fünf Züge voraus. Oh, geht nicht. So was machen wir dann da, oder? Voll. Ja, genau so mit, was es sich Russland greift an, Estland, Lettland, das ist dieser Baltikum-Belt quasi, den sie aufmagaziniert haben in Polen mit dem Raketen abgeschickt und darüber in Japan, dass man sich das genau mal strategisch anschaut, wo was steht. Und ja, machen wir das das nächste Mal. Als keine Vorfreude. Genau, das wäre für heute dann ein zu großes Thema, das wollen wir uns eigentlich nicht mehr aufmachen. Aber hier, ich wollte hier noch mal fragen, hier mit deiner, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, dieses Klaus-Doner-Interview. Ja. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so viel von dir wegtriggern oder nee, spoilern oder so, also dass jetzt die Leute dann schon, die sollen das Video anschauen, das Interview mit Klaus-Doner. Aber Klaus-Doner, was er am meisten ihm bekannt gemacht hat, war, er hat ja mal in Wien seine Ausstellung gemacht mit all diesen schrägen Artefakten. Und damals, ich habe das irgendwie verpasst seiner Zeit, ich war nicht auf dieser Ausstellung, ist denn damit zu rechnen, dass es jemals wieder für uns erreichbar hier in Europa nochmal eine Ausstellung gibt mit diesen ganzen schrägen Artefakten, die er gesammelt hat und wo er Verbindungen dazu hat? Ja, also er will auf jeden Fall eine machen und er ist jetzt da, ich glaube er ist 68 und zu seinen 70er hat er gesagt, da belohnt er sich, da macht er nochmal eine große Ausstellung. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Artefakte er bekommt, weil das ist, er war ja irgendwie, ähm, wie war das? Ratora für das Hause Habsburg? Ratora, die gehören ja nicht ihm, die Dinge. Genau, er organisiert halt nur so Ausstellungen und versucht, dass die Artefakte, die ja verschiedenste Leute haben, irgendwie mit den, zu reden, hey, könntest du es dir hergeben, Versicherung und das ist, das ist alles sehr komplex, das ist, so eine Ausstellung passiert und das ist einfach so, aber er will auf jeden Fall was machen und wenn das passiert, dann kann es das sicher sein, ich werde er sein, der am lautesten schreit, damit so viele Menschen in der Regel diese Sachen live sehen können oder halt greifen können oder keine Ahnung. Also wenn er so eine Ausstellung nochmal in Wien macht, Tom, da sage ich jetzt schon, da sehen wir uns in Wien. Also nochmal, lass ich mir das nicht entgehen, wenn sowas wirklich in Europa zu sehen ist. Also spätestens, spätestens in eineinhalb Jahren und ich glaube, jetzt knapp eineinhalb Jahre. Ich werde auf jeden Fall dran sein, ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis, wir haben uns wirklich, wir haben uns überhaupt nicht gekannt und am Anfang war noch alles so, das ist ein bisschen so förmlich und dann mal so rantasten und ja hallo und ich stelle die Kamera in den Wohnzimmer auf und quatsch halt und dann setzen wir uns hin und im Reden ist so eine, so eine Verbindung zustande gekommen, dass man, er hat sogar, das Gespräch war so leibend, nehmen uns danach, wir sind gemeinsam essen gegangen dann noch nachher und wir haben wirklich, wie lange es dauert hat, acht Stunden oder so und wir haben wirklich so ein geiles Verhältnis, dass er mich sogar angerufen hat und er sich bedankt, wie er abgeflogen ist, dass das Gespräch so voll war. ich sage nochmal, danke, danke Klaus, also ich, und er hat mir auch vieles ermöglicht danach, er hat mir auch die Connection dann zum Samus Manakitsch gelegt, die kennen sich ja alle, ne, und da habe ich auch zu Valerie Ubarov, den ich bald greifen werde, dieser russische Pyramiden, Bauer nenne ich letztes Mal und da bin ich urdankbar und er hat auch krassen Stuff einfach, also der hat, der Typ, der Klaus hat, der hat Sachen gefunden und die es zu hinterfragen geht, ne, und diese Community, die kennen sich alle, der Klaus Doner kennt auch, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Grazer, wo ich war, haben wir so einen Haupt, wie heißt der? Der Tarek? Kusch, Kusch. Oder die Kusch, die Kusch, die kennen sich ja auch, ne, und ich versuche halt irgendwie gerade mit allen zu reden, so, auch der Preuers ist ja auch in Wien, in Wien, so, machen wir irgendwie was gemeinsam, so, ich versuche irgendwie nächstes Jahr zu planen, die wissen zwar noch gar nichts von ihrem Glück, aber dass der Verein irgendwie so ein Event organisiert, wo so die ganzen Leute reden, dass sie halt vielleicht auf ihre Gesprächsgagen ein bisschen, ja, zurückziehen oder wie das halt unter einen Spendenaufruf, die Redner halt da bezahlen oder so, das wäre urgeil, so eine Podiumsdiskussion, wo alle drauf sind und die sollen einmal da untereinander quatschen. Vielleicht, dass da was entsteht, weil so genau kennen sie es dann auch wieder nicht, weißt, das wird echt spannend. Du hast vorhin Wohnzimmer erwähnt, wo habt ihr denn das gemacht? War er bei dir im Wohnzimmer? Ja, wir haben das, oder bei ihm? Das war direkt bei ihm, er hat mich eingeladen zu sich, zu sich nach Hause und ich kann dir kurz das zeigen, das war direkt auf der Aftercouch und er hat mir dann halt ein paar Objekte gezeigt und er hat auf den, seinen, seinen Klickspringer oder seinen Totenkopf, also seinen Kristallschädel oder Steinschädel, den er von Nassim Haramein bekommen hat, die kennen sich auch, bekommen hat und den hat er mir gezeigt und er hat mir Bilder zur Verfügung gestellt, die habe ich dann auch kurz eingeblendet, du kannst das am Kanal dann alles sehen. Lass es mal durchlaufen, ich zeige es dir mal. Habe ich das schon jemals gezeigt? Ja, ich kenne die natürlich, Klaus Doner, das könnt ihr natürlich finden, da gibt es mehrere gute Möglichkeiten, auch auf YouTube, Sachen mit Klaus Doner, wo dieses Material präsentiert wird, das sind schon echt krasse Sachen dabei, also ganz ehrlich. Das sind echt heftige Dinge so. Ja, das ist halt überall, das sind Jahrtausende alt und da sind halt UFOs eingeritzt und die haben sie in Kolumbien oder Mexiko, bin ich mir jetzt nicht sicher, wo sie was gefunden haben, und die haben dort überall Sachen gefunden, die kannst du dir nicht erklären, ich suche gerade die Ausschnitte, auch mit Sonnenstimmen drauf und überall finden sie solche Dinge und keiner redet darüber und der Klaus ist da halt super, der Klaus ist da super und keine Ahnung, es deutet auf jeden Fall hin, dass es ein Wissen oder ein Kontakt hat, gab zwischen Menschen, die von Sternen kamen oder aufgestiegen sind oder wie auch immer. Ah ja, oder halt eben, das ist wieder die alte Frage, die alte Frage, Alien versus Break-Away Civilization, wer weiß, aber dass es so eine Hochtechnologie eben auch schon vor ganz langer Zeit gegeben hat und da eine gewisse Wechselwirkung, da bin ich auch dabei, was es für eine ist und wer der Ursprung ist, ob es wirklich von den Sternen kommt oder von Atlantis, aber das wissen wir ja nicht. Ja, aber die Frage ist halt, was das alles sein soll, diese Stein, abgefragt, diese Kugel, und dann schau das an, da sind UFOs drauf mit einem Typ, der immer die linke Hand hebt, der den Raumanzug an oder irgend so was um den Kopf rum, da sind so viele Dinge, wo sie denkst, der WTF, teilweise mit Sternenkonstellationen und am krassesten fand ich ja, ich weiß jetzt noch nicht, wo es im Video ist, sie haben da einen Behälter gefunden, einen Steinbecher, einen großen und zwölf kleine Steinbecher dazu und das krasse ist, irgendwie ist alles aus demselben Stein geschlagen und wenn du die kleinen Becher auffüllst und die in den großen kippst, dann geht sich das ganz genau um einen Tropfen aus, dass es quasi oben komplett an der Oberfläche ist, also komplett voll ist und das Interessante ist, das Ding, wenn du irgendwie einen metallischen Gegenstand reinhältst, ist der große Kelch, sag ich mal, ist komplett magnetisch und du hältst was rein und zack und der Magnet zieht das halt auf die Innenwand und außen aber überhaupt nicht und das ist unerklärbar, weil wie, entweder der Stein ist magnetisch oder nicht magnetisch, aber er ist nur in der Innenseite, im Inneren magnetisch und auf der Außenseite nur an einer Stelle, die durch ein Triangle eingezeichnet ist mit solchen Metallplätzen, Metallplätzen, nur dort ist es außen magnetisch, sonst gar nicht. Das sind Dinge, äh? Ja, das ist halt echt genau das, das riecht halt, das riecht halt Tom, das riecht halt alles auch schon wieder nach so dieser alchemistischen Technologie, weißt du, mit Magnetismus, das sind einfach ein bisschen andere Konzepte als eben unsere Technologie, die uns gegeben wird, das riecht genau nach dem so freaky Stuff, genau, das ist eben, was es auch wieder so interessant macht, diese Sachen. Ja, das Coole ist, er hat auch erzählt über, sie haben ja einen, einen, Kristallschädel gefunden, oder er hat jemanden kennengelernt, der über irgendeine Umweg hat, da ist halt irgendein das Teil da gekommen und das war bei so einer großen Transportpiste dabei, die für Heinrich Himmler deklariert war. Ich habe Dokumente gefunden, da sah ich mal, diese Ladung, das gehört alles Heinrich Himmler, und da war ein Kristallschädel drinnen in so einer, in so einer Box, da war ein Kristallschädel drinnen. Und dieser Kristallschädel, warum, was, warum das auch immer wichtig war für den Herrn Himmler, der ja auch von sich glaubt, der ist irgendwie eine Reinkarnation drinnen war, den haben sie untersucht mit Frequenzen und Licht und so weiter. Und der Klaus hat mir erzählt, dass er von demjenigen gehört hat, dass ein Hologramm entstanden ist, wie sie das Ding behandelt haben. Plötzlich kam ein Hologramm und sie haben gesehen, wie eine Art Pyramide und einen Condor und in der Südamerikanisch aussehende Frau. Und der, sagen wir mal so, der Schädel ist nicht weit weg in Wien und vielleicht kann ich mich mit dem Kollegen auch noch treffen, da sind die Filmen, keine Ahnung, ob er das will, aber ich bin da dann auf jeden Fall. Ja, das ist sehr spannend. Also wenn du mich durchsiehend, ich will das filmen, ich habe eh zu ihm gesagt, gib mal den Kontakt, wenn das wirklich funktioniert, lass mich mit ihm treffen, lass mich das rausbringen oder so. Wenn ihm das nicht zu gefährlich ist, wenn das wirklich stimmt, weil es gibt da definitiv halt Sachen, da bist du eher so leise, wenn du das hast, weil da könnten ein paar Leute, die wollen das halt dann haben und die werden das wegnehmen oder über sich gehen. Genau. Das ist wirklich ein, das ist eben das Problem auch bei vielen von diesen Artefakten. Es gibt halt auch einen sehr illustren Kreis von Leuten, die im Laufe der Geschichte gerne die Hand auf diese Dinge haben wollten und ja, hier Hitler oder überhaupt Ahnenerbe und so weiter, das waren Okkultisten, das sind die einen, aber das sind auch nicht alle, da gibt es auch gewisse religiöse Gruppen oder andere und das Problem daran ist, wenn du diese Gruppen auch eben sehr tief drin hast in der Suche, in der Forschung von diesen Themen, ganz ehrlich, ist halt auch eine Gefahr, das dürfen wir auch nie außer Acht lassen, Tom, auch Fälschung, da muss man auch aufpassen, weil die Dinge eben auf einmal so einen unfassbaren Wert haben und dementsprechend gibt es auch wirklich viel Motivation, Dinge auch zu fälschen und das muss man eben auch bei jedem einzelnen Artefakt auch wieder schauen, so, aber ich bezweifle nicht, dass es wirklich da echt immer erstaunliche Dinge gibt und verbotene Archäologie ist ein super spannendes Thema und Klaus Doner ist echt jemand, der sich da große Verdienste erworben hat und auch noch mehr kommt, also deswegen haben wir gefragt, ob da sowas bald wieder ansteht, weil das ist schon echt super spannend. Er kommt hoffentlich bald wieder nach Wien, wir wollen uns auf jeden Fall wieder treffen, vielleicht, ich will sicher, ich muss mit ihm reden, aber, dass wir dann noch ein Follow-up machen, er ist ja auch, sag ich mal, in geheimer Mission unterwegs im Ausland und buddelt vor sich hin und das wird auch ziemlich krass, wenn er denn fündig wird, also ich will da auch nichts sagen drüber, aber auch Dr. Kusch, es sind halt, man darf das nicht unterschätzen, Leute, ab einem gewissen Punkt, wo du, sag ich mal, schon sehr, an sehr krassen Informationen kommen könntest oder die Story halt sehr heiß werden könnte, gibt es wirklich Leute, die das mit aller Gewalt verhindern und Dieter Bröers hat davon berichtet, dass er überfallen worden ist und mit einem Spray, sein Schäfer wurde umgebracht, seine Frau und er wurden mit ihm Gas oder mit ihm ein Spray betäubt, dass er zwei Wochen Gedächtnisverlust hatte, auch mein Gespräch, mein Interview, da ging ich jetzt auch am Kanal, das ist ziemlich krass, auch der Dr. Kusch hat mal erzählt unter vier Augen, was da passiert von außen und das halt voll auf diese ganzen religiösen Gemeinden und auf diese Konstrukte, sag ich mal, zurückzuführen ist, die wissen da, da wissen viele Kreise sehr viel und die passen schon sehr genau auf, dass nicht jemand irgendwie da zu viel Wissen streut oder dass halt nicht zu viele Menschen draufkommen, was da im Hintergrund wirklich passiert, also wenn es irgendwie darum geht, dass in den Stiften von Österreich teilweise irgendwie unterirdische Gänge sind, die energetisch genutzt wurden zumindest, teilweise zerstört sind oder eben zerstört wurden, auch bosnische Pyramide und so Dinge, da, 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 die Wissenden versuchen, das Wissen zu unterdrücken und ich sage denen allen halt, ich habe nur einen komplett konträren Weg, ich denke mal, wenn ich Informationen habe, dann versuche ich das halt nicht leise und versuche ich das so schnell wie möglich an so viele Leute, dass so viele Leute das noch mitbekommen, Genau, wie wir es vorhin hatten zu ja, Revelation, das ist, was wir jetzt brauchen, weißt du, die Dinge raushauen, das ist genau das Ding, jetzt ist, die Informationen sollen fließen, die sollen rauskommen, ne? Das ist auch eben eine Konfrontation mit diesen Finsterkräften, es geht auch immer um, fließt wissenfrei, Informationen ist eben auch eine Form von Lebenskraft, weißt du, und aus unserer Sicht soll es frei fließen, brauchen wir keine Angst davor haben, weißt du? Ja, Mensch, Tome, wir sind ja echt schon fast wieder durch hier, 0 Uhr 2. Oh, wir sind drüber eigentlich. Ja, okay, okay, ja, lassen wir es langsam ausklingen, würde ich sagen, oder? Ja, war wieder echt eine großartige Sendung, Tome, das war echt ein Vergnügen, eine Ehre heute Abend, haben einige interessante Themen gestriffen und, boah, gut Stuff. Auch viele neue Sachen wieder verknüpfen, viele neue Ideen gebracht, so die Titanic mit dem VW, die Inga, das ist witzig. Durchs Reden kommt leidsam, ne? Ja, ganz genau. Es ist ja so, vielleicht zum Abschluss, wir hören immer nicht auf, das ist das Ding, aber die Griechen hatten ja, hatten ja das Wort Logos und das war sowohl Reden, also Sprache, das Wort, als auch der Geist, Logik, Denken und so. Das war für die, das eine ist, weißt du, Logos. Deswegen Reden bringt leidsam, das gefällt mir sehr, so gut. Ist so halt in Volkssprache ausgedrückt, andere nennen es dann, was weiß ich, sowas wie Neuro, Linguistik oder sowas, weißt du, aber ja, das Reden bringt leidsam, das Reden bringt Denken, das Reden ist Kommunikation, so, ist gut. Und das versuchen wir zu fördern mit dem ganzen Team. Jo. Gut ist, ähm, wann gibt's von dir das Video zu sehen mit dem Kulturstudio und euren Trieb, weißt du das schon, so quasi jetzt zum Thema Eigenwerbung, was gibt's von dir? Ja stimmt, wir haben ja zwei Sachen gemacht, mit der Gehle und mit dem Henry, ähm, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, aber es wird relativ zeitnah auf dem Kulturstudio veröffentlicht. Super Sache, da können wir dann noch drauf eingehen. Und sonst steht English an, sowieso, die Woche? Ach, da steht auch immer, immer wieder was an, ja, aber das ist ja dann Zukunft so. Arbeit geht nicht aus, Flow ist drin, ja, ist gut. Aber hier, unser Dank geht an, an alle, die, ähm, hier die Sendung möglich machen, an, an die Leute von Radio Emergency, die Leute von unserem Backup-Team, Unterstützer-Team, die, die Tom und, und mich mit allem möglichen unterstützen, technisch, ähm, auch, auch Informationen, gewisse Dinge koordinieren. Ähm, unser Dank geht natürlich auch, auch an euch Hörer, so, die, allein, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört, dass ihr Kommentare schreibt, dass ihr Feedback gebt, uns auch, äh, Kraft gibt, überhaupt das zu machen. Und, wir brauchen eure Unterstützung, ähm, auch, auch, auch finanziell, ähm, alternative Medien, ähm, ähm, brauchen euren Support und, äh, danke an alle, die das bringen. Und, ähm, ein besonderer Gruß geht raus und all die, die, äh, jetzt in zweieinhalb Wochen auf die Asse kommen und, äh, ich freue mich so auf euch, wirklich, ich freue mich so drauf, euch zu sehen und dann gemeinsam das Wochenende zu bringen. Ja, da musst du aber schon Videomaterial irgendwie zur Verfügung stellen, weil das, da will ich, da will ich ein paar Videoschnipsel haben, die wir dann einblenden. Nein, 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 wir machen wir da nicht, weißt du, wir, wir feiern da, da bleiben die, die Kameras aus, weißt du, nicht, dass dann die entwürdigen Szenen auf YouTube laufen, weißt du, ja, Privacy, Privacy. Also an jeden da draußen, der, der zu diesem Festival kommt, bringt es mir, bringt es mir Videos von Trade Emergency und schickt es mir, dass dann die Paparazzis werden ausgeschwern. Ja, und selbst wenn, selbst wenn, man muss sich wohl nicht schämen, weißt du, dann war es auch nur eine gute Party, das ist auch gut. Wenn man sich dann irgendwie, weißt du, wenn man sich dann irgendwie zu sehr hat gehen lassen, also, naja, ist auch egal. Ja, es ist schade, dass es sich bei mir nicht ausgeht, weil ich selbst unterwegs bin, aber, ich hole euch nach Wien irgendwann. Spätestens mit dem Klaus, spätestens mit dem Klaus, da machen wir so ein riesen, fetter Event gemeinsam. Ja. Gut ist, gut ist. In eigener Sache, noch ganz kurz als Info, ich habe mir überlegt, ich plane ein paar neue Sendeformate, die sind der Form, es euch mal noch nicht so gibt und ich würde gerne darüber mit euch quatschen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das am besten machen? Das ist ein Erstversuch, ich weiß nicht, was ich Ihnen mache, aber wir probieren es einfach. Wir haben ja eine Who Knows Community, einen Discord-Kanal, wo wir gemeinsam quatschen, so ähnlich wie Two-Speed zu räumen und so weiter. Und wir finden das Ganze auf der Homepage unter whoknows.me oder tomohknows.com. Und ihr auf Who Knows und dann Community klickt, einfach unten auf Discord beitreten. und ihr könnt dann hier in den Discord-Kanal kommen und das ist so ein Sprachkanal, das ist so ähnlich wie Okidoc, dass man hier quatschen kann. Da kann man da reingehen und wir können uns austauschen. Und ich würde gerne mit euch am Freitag um 20 Uhr reden. Also ich freue mich, dass wenn so viele, wie möglich, nur kommen, konstruktive Leute, keine Leute, die mir jetzt sagen, wie scheiße ich bin, die sind da irgendwie nicht sehr erwünscht, weil die stoppen den ganzen Flow. Wenn irgendwer Interesse hat, ich würde euch gerne mal so, was ich mit dem ganzen Ding machen will und in welche Richtung es geht und zwar Ideen austauschen. Wir machen das Ganze nicht im Livestream, also ich bitte jetzt nichts veröffentlicht. Ich will einfach mal mit euch quatschen. Also nächsten Freitag, also kommenden Freitag, sprich übermorgen 20 Uhr in Discord und da freuen wir euch und schauen wir, schauen wir, was da raus aussteht. Ja, sehr cool Tom. Ich sehe schon, es geht weiter, so Entwicklung läuft, wunderbar, viel zu tun. Definitiv. In diesem Sinne euch allen noch eine schöne Woche und wenn ihr wollt, hör mal uns nächste Woche wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und hier auf Radio Freigeist, Freischnauze Freigeist, Freischnauze mit Tom Hounos und Frank Stoner. Jetzt geht's los.